Meine Lieben, heute gibt es eine mega inspirierende Geschichte. Ich bin der Ben, der Podcast heißt Ungeskriptet. Und heute habe ich bei mir jemanden, der dem Tod schon mehrfach von der Schippe gesprungen ist. Jemand, der im Rollstuhl gesessen hat, der diverse OPs über sich hat ergehen lassen. Jemand, der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und sich trotzdem ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Patrick hilft Menschen, deren Passion es ist zu sprechen, daraus einen Beruf zu machen und damit beruflich erfolgreich zu werden. Aber die eigentliche Geschichte von Patrick ist viel persönlicher. Viel Spaß mit dieser Folge Ungeskriptet mit Patrick Katrau. Fühl dich wie zu Hause. Das mache ich wirklich. Bist auch super einladend. Das freut mich sehr. Geil, dass du da bist, lieber Patrick. Markus Baulig hat damals mal gesagt, dass es einen Typen gab, der bei ihm ein Training gemacht hat oder bei ihm gecoacht wird. Damals sich bei der Tafel das Essen geholt hat und dann 100.000 Euro im Monat verdient hat. Und daraufhin haben die Leute gesagt, ja, ja, den Typen will ich mal sehen. Und ta-ta-ta-ta, du bist der, sagst du. Hier sitze ich tatsächlich vor euch, ja. Also wir haben damals tatsächlich gar nicht so viel Kohle gehabt, würde ich mal behaupten. Und daraus habe ich mir, glaube ich, auch sehr viel Antrieb geholt, um mir das, was ich mittlerweile liebe und lebe, auch aufzubauen. Du verdienst wirklich 100.000 Euro im Monat oder setzt um? Ich habe als Sprecher schon sehr schnell auch fünfstellig gemacht. Das heißt, ich war bei über 10.000, über 15.000 Euro im Monat. Und das sind natürlich alles super hohe Zahlen. Das ist totales... Das ist relativ. Totales Nahen, ja, sage ich mal, für viele. Und mittlerweile haben wir tatsächlich so einen krassen Einfluss auf die ganze Branche. Wir bilden ja Sprecher aus. Und haben uns da, ich würde mal sagen, einen großen Marktanteil auch gesichert. Wenn du sagst, wir, wie groß seid ihr, bist du? Wir haben jetzt sieben Mitarbeiter, Vollzeit. Und haben jetzt quasi ein Team aus acht Leuten mit mir zusammen. Darunter meine Freundin ist mit dabei. Viele Freunde von mir, die ich hier einfach mit ins Boot geholt habe, weil es immer super viel Spaß macht. Und du hast 100 Prozent an der Company? Ja, ja, klar. Ja, ja, so klar ist das nicht. Ja, ich weiß. Aber ich finde das auch viel geiler. Es gibt ja viele, die haben dann irgendwie Geschäftspartner und so. Ich will selber sagen haben. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf, wenn mir die ganze Zeit irgendeiner reinredet. Wenn ich alles die ganze Zeit absprechen muss. Das ist mein Ding und ich liebe das. Und ich lebe das. Und da steht mein Name drunter. Also wir haben das Golden Voice Academy Logo. Und da drunter steht Patrick Katrau und nicht irgendwie noch fünf andere Namen oder so. Ich finde das in meinem Fall verfälscht ist auch irgendwo. Ich weiß, viele machen das sehr, sehr gut und sehr erfolgreich, wenn es von vornherein so ist. Aber bei mir ist es so, ich will meine Essenz und so mein, ich will, dass da mein Blutbild so drin steckt. Und ich verstehe, du lebst dich so ein bisschen in deiner Firma aus, wenn man das so sagen darf. Eine Milliarde Prozent. Ich lebe auch alles, was ich so selber für mich geil finde. Also deine Firma ist ja ein Bild von dir selber. Oder das, was du halt machst. Im Guten wie im Schlechten, ne? Ja, ja. Im Guten wie im Schlechten. Das ist richtig. Das heißt, auch wenn es größer wird, also du skalierst, alles mit skalieren ist ja so ein toller Modebegriff aktuell. Und du skalierst natürlich die guten Sachen an dir mit. Das heißt, du hast quasi, was weiß ich, wenn du total organisiert bist oder so, dann hilft das total, wenn du dann größer wirst. Wenn du aber mit Stress zum Beispiel nicht umgehen kannst und es wird größer, dann have fun, weil es wird ja nicht einfacher. Eigentlich ist ja das Ziel, wenn man ein Unternehmen baut, dass es einfacher wird, weil dann hat man ja mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz. Es ist alles planbarer. Aber du sagst, es ist gar nicht so. Doch, doch, doch. 100 pro. Also wenn man es richtig anstellt, dann schon. Ich kann zum Beispiel sehr gut mit Stress umgehen und ich kann auch gut mit Druck umgehen. Aber was bei mir zum Beispiel, was war bei mir, was größer wurde? Ja, ich würde sagen, dieses Unorganisierte. Das war bei mir ein Problem. Du warst unorganisiert. Nicht unbedingt. Also ich habe schon immer den Überblick und ich weiß auch, was ich mache. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin so auch jetzt nicht der zerstreute Künstler, der irgendwie seine Sachen überall hinschmeißt und gar nicht mehr weiß, was abgeht. Aber ich will so viele Sachen umsetzen. Also ich habe eine To-Do-Liste auf dem Handy. Die ist dermaßen lang. Ich hatte wirklich, und das war dann wirklich ein Problem, irgendwann, ich hatte die ganz easy aufgegliedert in einem sogenannten Kanban-System. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist so, hey, wir haben irgendwie Ideen, dann haben wir das, was umgesetzt werden muss und dann haben wir das, was jetzt aktuell gemacht wird und das, was fertig ist. Irgendwann hatte ich so viel in der Schleife von aktuelle Dinge, die jetzt umgesetzt werden müssen, dass ich eine neue hatte, die waren jetzt auf jeden Fall. Und danach hatte ich nochmal was mit absolute Prio und sowas. Und dann hatte ich quasi drei To-Do-Listen. Und da ist so viele Sachen, die ich irgendwie hin anstellen musste. Und das war halt, was ich bei mir hoch quasi total aus den Fugen geraten ist. Aber durch eine Assistentin zum Beispiel, das ist ja das, was wir gerade eben gesagt haben, wenn es größer wird, gerät halt viel aus den Fugen. Das ist normal. Du merkst ja erst, wenn viel Druck auf einer Pipeline ist, wo die Löcher sind quasi, wo es überall rauskommt. Und das gehört schon richtig dazu. Das ist ein schönes Bild. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ich muss mal gerade hier das, genau, das ist hier neu gestartet. Alles gut. Wir können auch komplett von vorne anfangen, wie du willst. Nee, wir fangen dich von vorne an. Natürlich nicht. Das ist nur gerade, ich habe da gesehen, mein Schnittprogramm ist ausgefallen, hat sich neu gestartet. Anyhow. Du bist nicht reich geboren worden, wenn ich das so formulieren darf. Absolut nicht. Und heute würde man, wie alt bist du? 25 geworden im Februar. Wissen auch viele nicht. Dankeschön. Wissen auch viele nicht. Das ist eines der meistgegugelten Dinge über mich. Patrick Hatrau Alter. Ah, das interessiert die dann, wie alt du bist. Ja, viele schätzen mich über 30. Also das Älteste, was ich geschätzt wurde, war Anfang 40. Ja, verstehe ich. Ich meine, du hast ja natürlich eine sehr tiefe Stimme. Die macht dich natürlich älter, aber die hattest du vermutlich schon, als du 16 warst und da warst du auch keine 40. Genau, richtig. Also mit 13 hat das angefangen, da hatte ich schon so eine tiefere Stimme. Mittlerweile ist die alte Erwachsener geworden, würde ich sagen. Okay. Das heißt, du bist heute unternehmerisch erfolgreich einerseits, bist als Sprecher erfolgreich mit 25. Das ist dann, wenn die meisten Leute so ihr Studium vielleicht mal gerade abschließen, so ungefähr. Und hast eben nicht aus dem Geld deiner Eltern noch ein bisschen mehr gemacht und ich sage mal dem privilegierten Leben. Das ist richtig. Du bist aufgewachsen. Wie war dein Leben, als du so 18 warst? Das ist eine gute Frage, weil zwischen 10 und 20 kann ich das irgendwie zeitlich alles gar nicht mehr so einordnen, weil ich eigentlich die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht habe und im Rollstuhl mit 18. Das war 2016 offensichtlich. Wie war da mein Leben? Ich war in der Schule, in der Oberstufe, glaube ich. Also es fing gerade an. Ich war übrigens ultra schlecht in der Schule. Du warst schlecht in der Schule? Ja. Ich war schon... Warum? Weiß ich nicht. Ich hatte nicht gelernt. Ich hatte keinen Bock darauf. Ich hatte eine 6 in Latein. Ich war sehr gut in Englisch. Und ja, ich hatte irgendwie andere Interessen. Was habe ich gemacht? Ich habe 2016, das war zwei Jahre vom Abi, also war das in der Oberstufe. Da fing es an, dass ich mich so ein bisschen mehr bemüht habe um die Schule. Weil ich habe gemerkt, hey komm, deine Eltern, du bist dann der Zweite in der ganzen Familien, in der ganzen Blutlinie, der hier quasi ein Abi macht. Und das war meinen Eltern schon wichtig. Und dann habe ich das gemacht für die, aber auch für mich, weil ich gedacht habe, komm, das ist mal so ein Haken im Leben, den kannst du mal setzen. Und eigentlich habe ich zu der Zeit gerade angefangen mit dem Ganzen. Also ich hatte ja schon meine Stimme und ich habe gemerkt, ey, mich fuckt das so ultra ab, dass wir keine Kohle haben. Wir haben so richtig schon ein bisschen im Ghetto gewohnt. Mehrmals in einer 60 Quadratmeter Wohnung zu sechst. Also wir hatten, ich habe mir immer mein Zimmer geteilt mit meinen Geschwistern, das fand ich aber ganz cool, ehrlich gesagt. Wie viele Geschwister hast du? Drei Geschwister. Drei Geschwister. Ihr seid zu viert. Genau, Mama, Papa noch. Und das war auch alles schön und gut. Also wir kamen da immer mit zurecht. Aber es war schon so im Vergleich, wenn man mal guckt, wie die anderen leben. Ich war mit 13 das erste Mal bei einem Freund zu Hause und ich habe gedacht, die sind super reich, weil die hatten quasi in ihrer Wohnung eine Treppe. Das war halt ein Haus. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Krass. Ich kann sowas nicht, weil meine Freunde so, also gleich und gleich gesellt sich gerne und unsere Freunde, die waren auch alle broke und war halt alles immer so klein und kaputt und das hat mich so dermaßen genervt, weil du siehst ja auch bei anderen, wie leben die und was haben die für Autos und so. Aber das hat dich genervt, obwohl du das, also du vor deinem 13. Lebensjahr warst du noch nie in einem, ich sage mal, Einfamilienhaus, wo eine Treppe in der Wohnung war. So, dann war dieser D-Day in deinem 13. Lebensjahr und vorher hat dich das ja nicht genervt, weil du hast es ja nicht gesehen und dann hat es dich sofort genervt. Nicht sofort, weil die Sache ist, du kennst es ja nicht anders und ich glaube, dann nervt es dich erstmal auch nicht. Aber ich glaube, je älter ich geworden bin und je mehr ich gesehen habe, wie ungleich das eigentlich war, weil wir waren, das war bei uns kein Standard. Also viele, da war es normal, dass die Eltern da in einem Audi kommen, da war es normal, dass die immer neue Klamotten hatten, die coolsten Schuhe, die neuesten Handys. Ich hatte ewig lang noch so ein Tastenhandy, ich meine meine Eltern haben sich immer ultra bemüht und ich bin auch ultra dankbar. Und die haben immer hunderttausend Prozent gegeben und die anderen hatten halt dann iPods, iPod Touch, iPads, iPhones. Ich glaube, ich habe seit zwei, drei Jahren erst ein iPhone oder so, wo ich es mir halt dann leisten konnte. Was hat mich dann abgefuckt, haben wir es ja genannt, was hat mich dann so genervt? Das war einfach, einfach die Tatsache, dass ich so das Gefühl hatte, dass andere mich nicht ernst genommen haben. Weil ich habe dann die Klamotten getragen von meiner Schwester, so mit Pailletten drauf und so teilweise. Gibt es auch noch Schulfotos von, ja. Und das sind einfach Sachen, da irgendwann, also ich glaube, es gibt andere, die scheißen da drauf und die sagen dann, ey, juckt mich nicht oder die nehmen das gar nicht wahr und die haben gar nicht so diesen Druck. Mich hat das so, das hat richtig was zum Brodeln gebracht in mir. Zumal das war ja eine Kombi aus mehreren Dingen, das waren die medizinischen Vorgeschichten, dann war ich im Rollstuhl, dann hatten wir keine Kohle. Was genau war die medizinische Vorgeschichte? Ich hatte ja vier Wirbelsäulenoperationen, weil ich eine ziemlich krasse Skoliose hatte. Das heißt, du hast mir gerade ein Foto gezeigt, also sozusagen die Wirbelsäule ist nicht gerade beziehungsweise S-förmig, sondern irgendwie so abgeknickt per Geburt. Also die Wirbelsäule ist tatsächlich, das war auch von Geburt an, die kam runter, hat sich dann so auf Brusthöhe einmal um sich selbst gedreht und ging dann wieder runter. Also das kommt ja noch mit dazu, wir konnten uns auch keinen Rollstuhl damals dann leisten. Wie bist du dann, hast du dich dann bewegt? Ganz normal, laufen konnte ich schon, aber halt nicht so gut und ich hatte auch immer Schmerzen. Es war halt normal für mich und ich erinnere mich dran mit meiner Mutter, dass ich immer auf dem Weg immer so anhalten musste als Kind und mich so richtig bücken musste, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Aber es war halt normal für mich so und meine Mutter war auch so, die ist da voll geil mit umgegangen. Also ich sollte auch in den Behindertenkindergarten, in der Behindertenschule und meine Mutter hat da richtig dagegen gekämpft quasi, dass ich da reinkomme, weil sie halt gesagt hat, der Junge, der ist normal im Kopf, scheinbar. Ja, was auch immer normal ist. Ja, und war auch eine gute Entscheidung, weil ich glaube, das hätte nochmal ganz andere Wirkungen gehabt, weil wenn du die ganze Zeit umgeben bist von so Leuten, die quasi in der Schublade gesteckt werden, dann verhältst du dich auch entsprechend. Du bist dann Teil dieser Schublade, ja. Ja, genau. Da wirst du nie gefördert, glaube ich. Oder gefordert. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mir angucke, wie das war im Krankenhaus, teilweise auch. Und es war immer super geil. Ich war in Heidelberg in der Uniklinik, das war immer richtig cool. Du fühlst dich auch richtig gut aufgehoben und so. Ich war da ewig lange auf der Intensivstation und so. Aber letzten Endes musst du so an dich auch glauben, an dich, an deine Heilung, an das, was du machst und so. Das heißt, deine Wirbelsäule war quasi, hat sich um sich selbst gedreht, auf Brusthöhe und die Operationen waren dann dafür da, das irgendwie gerade zu machen oder was hat man in der OP-E-Score? Also ich kann es dir genau erklären. Kleine Vorgeschichte dazu. Ja, hau raus. Ich konnte, wie gesagt, ewig lang nicht so gut laufen und jeder, der sich das mal anschauen will, geht mal auf mein Instagram und guckt euch das mal an, patrick-katrau. Das ist schon crazy. Also viele haben ja irgendwie eine Skoliose. Es gibt ja viele, die haben Schuheinlagen oder so. Ich muss eben die fragen, ob ich meine Schuhe anlassen kann, weil ich ja eine 4 cm Schuheerhöhung habe und ohne Schuhe kann ich schon laufen, aber dann laufe ich halt wie so ein Pinguin so im Kreis, weißt du, weil ein Bein ist kleiner. Und ja, es war so, dass bei mir war das sehr extrem. Das war auch eine der heftigsten Wirbelsäulen-OPs weltweit, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Und es war so, dass es halt keine 5 Grad Skoliose war, die du schon merkst, da brauchst du schon eine Einlage. Bei 10 Grad haben viele schon richtig Schmerzen. Bei 20 Grad, das ist ja schon eine richtige Verdrehung, das ist ja schon nicht mehr normal. Und bei mir waren es halt keine 10, keine 20, keine 30 Grad, Skoliose auch keine 40, keine 50. War ein knackige 90 Grad. Das ist ein guter rechten Winkel. Ein guter rechten Winkel. Als Wirbelsäule und eine 180 Grad Drehung. Muss man noch mit dazu bedenken. Das heißt, die war um 90 Grad quasi verbogen und in einem 180 Grad Winkel hat sie sich nochmal gedreht. Das ist krass. Das war richtig krass. Und dann wurde ich, als wir damals nach Worms gezogen sind, das ist bei Mannheim, die Nibelungenstadt am Rhein. Und da war es dann so, dass ich zum Arzt gegangen bin, ganz normal, also zu so einer Untersuchung. Der meinte, Alter, was ist denn da los? Der Junge muss notoperiert werden. Er geht sofort nach Heidelberg und so, sonst hat er nicht mehr lange. Und dann bin ich nach Heidelberg mit meiner Family. Ich war ja eh schon davor mein ganzes Leben im Krankenhaus. Überall. Und dann haben die mich komplett MRT und Röntgen und der ganze Kram. Mein Physio meinte mal, ey, lass dich mal nicht mehr röntgen oder so. Also du leuchtest von innen, so auf die Art. Und weil ich so viel Strahlung abgekriegt habe quasi. Auf jeden Fall, die meinten halt auch dann, hey, das müssen wir schnell machen, weil sonst zerquetscht halt die Wirbelsäule, die wächst weiter. Gerade wenn ich jetzt halt wachse, ich war elf damals, elf. Und wenn das weiter wächst, dann zerquetscht es das Herz und die Lunge. Bis ich 13 bin ungefähr und dann bin ich tot. Und dann haben sie halt die OP geplant und haben da die ganzen MRTs gemacht und die ganzen Prüfungen. Und ich war eigentlich nonstop im Krankenhaus und dann wurde das auf einmal voll zu so einem Forschungsprojekt fast schon. Da haben sie richtig geguckt, dass es überhaupt so eine heftige Skoliose gibt an einem Jungen, der so jung ist und der das überlebt hat die ganze Zeit und damit umgeht. Ich habe klar Physiotherapie gehabt, aber ich konnte sonst alles machen. Ich habe mich überall eingegliedert, ich habe immer alles gemacht. Und dann wurde ich operiert. Das erste Mal in Heidelberg. Wie alt warst du da? Elf. Soweit ich weiß, 2008, 10, also da war ich 10 Jahre alt. Plus minus, ja. Also sorry, falls ich mal manchmal so Pausen machen muss, weil ich so überlegen muss auch. Ich merke, man muss irgendwann abschließen mit den ganzen Sachen. Ich finde es aber schön, auch mal drüber zu reden, weil das ja schon ein Teil von mir ist und eine sehr, sehr krasse, krasse, krasse Zeit war. Ich war dann elf. Da gibt es ja richtig geisteskranke Geschichten, Alter, wo ich richtig aus dem OP rausgezogen wurde und so, weil irgendwas schiefgelaufen ist und so. Komme ich gleich zu reden. Auf jeden Fall, ich war dann elf und ich bin dann darüber gekommen und so und ich war in der fünften Klasse und meine Klassenkameraden waren alle so, Alter, was ist mit Patrick los? Die haben alle voll mitgefiebert und so. Und ja, das ist halt für dich als Kind so, du bist schon aufgeregt und kommst dann da ins Krankenhaus rein und du weißt, okay, du wirst jetzt operiert und so. Aber ich hatte keine Angst in dem Sinne. Ich wusste, das klappt alles und ich kriege das hin und die Ärzte kriegen das hin. Ich habe nie gezweifelt. Ich hatte auch nie irgendwie kein Vertrauen oder so. Du hast auch nie gedacht vor so einer OP, vielleicht wache ich nicht mehr auf. Ich wusste, dass es zur Debatte steht, das haben die mir auch gesagt. Die haben auch gesagt, hey, kann sein, dass du danach irgendwie deine Beine nicht mehr hast oder deine Arme nicht oder dass du deine Arme oder Beine nicht bewegen kannst. Weil es kann ja sein, dass du querschnittsgelehnt bist oder dass wir irgendwas treffen und das gerade bei so einer OP. Du musst dir allein schon überlegen bei so einem Rückenmark oder so, wo ja, was ja durch den Wirbelsäulenkanal verläuft. Wenn da was erwischt wird bei einer 90 Grad Skoliose, die sich um sich selber treten, noch Backflips macht und so, da geht es schon ab. Und alles gut, also ganz ehrlich, ich hatte keine Angst, ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke. Deine Eltern wahrscheinlich schon. Meine Mutter hat nonstop geweint und die Mutter, einer meiner besten Freunde vom Torben, die war mit dabei. Und hat meine Mutter quasi so unterstützt und ich weiß noch, als die dritte OP, da war ich 14, 15, die ist schief gelaufen und dann wurde ich quasi so irgendwo lang geschoben und so. Und meine Mutter hat quasi so gefragt, ey, was ist da los und so und die durften ihr halt keine Auskunft geben. Das weiß ich auch noch, aber für meine Mutter war das sehr, sehr krass. Mein Vater, der war immer so der Felsen der Prandung. Der hat quasi, der hat uns immer da so durchgetragen, würde ich sagen. Der war immer so der emotional stabile Part von allen. Ja, auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, wie das dann war im Krankenhaus. Du, du, das ist ja so ein Teil von deinem Leben. Deswegen, es war nicht komisch für mich im Krankenhaus zu sein, es war einfach normal. Ich war auch immer positiv, ultra optimistisch, hast ja keine andere Wahl auch, aber ich war halt auch von Natur aus so. Und ja, dann wird halt gesagt, ey, okay, die OP ist vorbereitet und so. Meine Eltern wussten wahrscheinlich eh mehr als ich. Ich hatte gar keinen Plan, was die überhaupt machen. Ich wusste, die operieren oder irgendwas. Ich wusste nicht, ey, ich war elf. Da zu verstehen, was überhaupt eine Wirbelsäule ist, ist ja schon schwierig. Ja, kein Plan. Ich wusste nur, ey, ich kann kein Rad schlagen. Wenn ich irgendwie versuche zu schwimmen, dann schwimme ich nie gerade Bahnen, weil ich war einfach krumm. Und ja, auf jeden Fall, du wachst halt ultra früh auf. Du darfst nichts essen, nichts trinken den Tag davor. Das war ja eine lang angelegte OP, die erste war acht Stunden schon. Die dritte war 21 Stunden und ging schief. Ich habe fünf Liter Blut verloren und so, könnte ich gleich auch nochmal erzählen. Hat man nicht nur fünf Liter? Ja, aber es wird die ganze Zeit zurückgeführt. Es wird die ganze Zeit eingefangen und quasi wieder eingeführt und geguckt halt, dass es im Kreislauf bleibt. Auf jeden Fall, du wachst halt morgens auf, so um fünf oder sechs wirst du halt aufgeweckt. Um den Dreh kriegst du erstmal eine gute Schippe Beruhigungsmittel. Und hast halt nur diesen Ärztemantel quasi an. Kommst dann in den OP-Raum, wirst dann dahin gefahren, erstmal ewig lang. Und dann wirst du von einer Liga auf die andere transportiert mit so einem, mit so einem, sieht aus wie so ein Kassenband. Ja, kann man sich das vorstellen. Und dann wirst du da draufgelegt oder du musst dich halt selber so drauflegen. Ich hab mir auch gedacht, warum darf ich da nicht einfach laufen? Wahrscheinlich, weil es alles irgendwie desinfiziert ist und so. Auf jeden Fall, du wirst dann halt von einer Liga auf die andere transportiert mit so einem Kassenband. Da fühlst du dich schon so ein bisschen wie Ware, muss ich sagen. Kassen, also wie so ein Produktionsband. Ja, genau, wie ein Produktionsband. Da bist du quasi, du musst dann so drauf und dann fährst du original, ich glaube ein oder zwei Meter einfach nur von rechts nach links und musst dich auf die andere Liege legen. Ganz ehrlich, das kam mir ganz zugute, als ich mich danach nicht mehr bewegen konnte und ich wieder auf die andere Liege musste. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, Leute, was geht ab? Warum darf ich nicht einfach raufstehen und da drauflaufen? Auf jeden Fall kommst du dann in den OP-Raum, in den Vor-OP-Raum und kriegst erstmal 100 Nadeln und Beruhigungsmittel nochmal. Und dann kriegst du deine Maske auf und dann sagen sie zehnmal bis zehn und dann bist du weg. Und dann machst du wieder auf. Wie bist du aufgewacht? Das war dermaßen geisteskrank, komisch, weil es ist nicht so, du schläfst ein und zack, du bist weg. Und du bist wieder da, so auf die Art, so auf die Art, so und wieder da. Sondern es ist so richtig, du merkst, dass du schläfst, weil es ist ja kein aktives Schlafen. Das ist ja so ein betäubt sein und quasi weg, also du bist ja nicht mehr im Fenster so, du bist ja komplett weg. Aber du hast trotzdem irgendwie noch ein Zeitgefühl. Und ich wache auf und habe halt quasi so Beatmungsschläuche in mir drin, bis hier runter. Das habe ich noch richtig gespürt. Zwei Stück. Und du guckst halt an die Decke und du bist gefesselt an das Bett, damit du dir die Schläuche nicht rausziehst. Das heißt, ich hatte, meine Arme waren gefesselt, mein Kopf war gefesselt. Mit so einem fetten Klettband, quasi wie so ein Stirnband, festgemacht. Und du hast halt so viele Maschinen um dich rum. Du hörst es halt die ganze Zeit einfach so piepen, so pulsmäßig und so. Erstmal nichts Wildes hast du ja mit gerechnet irgendwo auch. Nicht jetzt unbedingt damit, dass du gefesselt bist ans Bett. Aber auf jeden Fall, ich habe halt versucht zu atmen. Und wenn du halt diese Beatmungsschläuche drin hast, dann irgendwie deine Luftröhre, die versucht dann irgendwie zu atmen. Aber die drückt sich dann so komisch gegen diese Schläuche. Also sorry jetzt für jeden, der sich sowas nicht anhören kann. Aber du kannst halt nicht selber atmen. Du musst halt warten, bis jemand kommt und dir die Schläuche abnimmt. In der Zwischenzeit musst du dich einfach entspannen, darfst nicht atmen. Und dann merkst du, wie du beatmet wirst. Also du bist wach und wirst beatmet. Okay. Und du merkst dann quasi so ein Tsch, 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 Tsch. Die ganze Zeit, ne? Bis halt jemand kommt. Dann kamen halt zwei Schwestern. Mein Leute, ey, der ist wach. Sollen wir jetzt mal den Arzt holen? Sollte er das mal rausziehen? Und ich war so, Leute, ich konnte ja nicht reden. Dann habe ich mir gedacht, Alter, ich würde mich komplett verarschen. Ich würde gerne selber atmen. Das war ein ganz, ganz befremdliches Gefühl. Auf jeden Fall kam dann der Arzt, meinte dann, Patrick, wir ziehen jetzt die Schläuche raus. Und du bist ja dermaßen im Arsch. Du wurdest ja gerade aufgeschnitten und Sachen wurden da raus gemacht. Übrigens, weil du ja gefragt hattest, was wurde da genau gemacht? Die haben quasi diesen Keil, der so komplett quer und schief und wie auch immer war, haben die rausgeschnitten, anders angeordnet und durchbohrt mit Stäben. Ich kann das System, was ich heute drin habe, es nennt sich Spondylodese, besser erklären. Als das, was jetzt gerade, als was davor drin war, das wurde gewechselt dann. Ja, weil ich auch gewachsen bin, ich bin ja groß geworden. Auf jeden Fall, das waren dermaßen geisteskranke Schmerzen, als ich da aufgewacht bin. Das war nach der ersten OP schon richtig krass, weil es ist ja die erste OP. Du wirst aufgeschnitten zum ersten Mal, an dir wird rumgefummelt zum ersten Mal und so. Die dritte OP hat es aber nochmal getoppt. Auf jeden Fall, ich habe gerade so viele Storys gleichzeitig. Du springst, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja so viel und ich versuche ja selber gerade meinen roten Faden so zu machen. Weil ich 100 Storys habe, das war so crazy, wirklich wie in einem Actionfilm. Bin aber sehr dankbar für die Zeit. Auf jeden Fall, dann kamen die Ärzte, haben mir den Kram rausgezogen und die OP ist auch super verlaufen. Hieß dann, ey, alles gut und so. Und dann kam die Visite. Eine Visite ist quasi, wenn die Ärzte kommen, jeder, der mal im Krankenhaus war, kennt das, dann kommt mal ein Arzt vorbei und sagt, na Herr Müller, alles gut. Ja, supi. Und hakt dann ein paar Sachen ab, fragt ein paar Sachen. Tut das weh, wenn ich hier drauf klopfe? Bei mir kam nicht ein Arzt oder zwei, da kamen 20 oder 30. Also der Raum war full. Das war ja wie ein Forschungsprojekt. Es wurde quasi geguckt, ey, was haben wir an dem Jungen gemacht? Was ist da passiert und so? Und das war komplett geisteskrank. Auf jeden Fall, der Raum war immer voll. Da waren sämtliche Chefärzte an. Mir haben ja 20 Leute operiert. Das waren vier Oberärzte. Dr. Wiedenhöfer ist ein sehr bekannter Arzt tatsächlich. Und dann gibt es auch Dokus über den und so. Der hat mich operiert. Unter anderem unterhalb 10, 20 Hilfsärzte oder so. Das war richtig fett aufgezogen. Das war super crazy. Die Trittopi auch. Ja, und dann musst du halt neu laufen lernen und so. Du liegst halt da in diesem Bett auf der Intensivstation. Und wieso muss man neu laufen lernen? Weil du einen komplett neuen Körper hast. Stell dir mal vor, dein Oberkörper ist auf einmal 20 Zentimeter länger noch. Und irgendwie fühlt sich alles neu an und alles irgendwie so komisch. Das ist ganz weird. Fühlt sich das anders, also fühlen, haben sich deine Beine anders angefühlt? Die Beine nicht, aber der Oberkörper. Und wie du stehst. Ich konnte besser atmen. Ich hatte, da habe ich erst mal gemerkt, dass ich vorher nie richtig atmen konnte. Und das haben mir dann, die haben mir das dann auch erklärt. Die haben gesagt, Patrick, deine Wirbelsäule, äh, deine Wirbelsäule hat deine Lunge zerquetscht schon. Und die war einfach eckig. Wir haben die einfach mal ausgedellt. Wie so ein Auto. Ich konnte, guck mal, Achtung. So durchzuatmen, das konnte ich vorher nicht. Krass. Ich habe das genossen, durchzuatmen. Ich habe wirklich, wirklich da gelegen. Stell dir vor, du, 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 du kannst immer nur so zu 60 Prozent einatmen. Immer nur so. Aber dann ist wie so ein Stopp, wie so ein Riegel. Das ist wirklich, das ist unangenehm, weiterzuatmen. Wahrscheinlich, weil die Lunge gegen die Wirbelsäule drückt. Und ich habe das genossen, einzuatmen. Ich habe das richtig, ich habe mir richtig gedacht. Alter. Ich kann. Es ist interessant, was Atmen eigentlich für ein Privileg ist, wenn man das nicht regelmäßig sich überlegt, dass nicht jeder so atmen kann. Und wenn die Wirbelsäule in die Lunge wächst, dann ist es halt scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich finde es aber gar nicht so schlimm, wenn man sich da nie drüber Gedanken macht oder so. Es gibt ja oft dieses Dankbarkeitsthema, so ey, sei dankbar, dass du laufen kannst, sei dankbar, dass du Arme hast und so. Ich glaube, aus meiner Perspektive ist das nochmal was anderes, weil ich habe ja Probleme gehabt. Ich war auch im Rollstuhl ein Jahr lang. Ich musste laufen lernen. Warum, kann ich gleich nochmal genau erklären. Weil, aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn jetzt sich hier jemand, der zuschaut und ich denke, oh, ich bin so dankbar, dass ich irgendwie, keine Ahnung, gesund bin oder so. Also, ich glaube, das ist normal, dass man sich, ich bin zum Beispiel jetzt auch nicht jeden Tag dankbar, dass ich sehen kann oder dass ich hören kann. Ich glaube, das sind Sachen, die sind normal. Klar denkt man erst dran, wenn es weg ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass man jeden Tag aufstehen muss und keine Ahnung, sich denken muss, oh, ich habe meine Arme und Beine. Das ist ja auch behindert, also bescheuert im Kopf irgendwann. Ah, das ist die Frage, ob man durch Dankbarkeit bescheuert im Kopf wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du so eine Grunddankbarkeit, weil das Leben ist ja schwer. So, und es kommen auf jeden Fall Probleme. Egal, was am Tag ist, kommen immer Probleme. Ja. Und wenn du so neutral startest, mein Tag ist neutral und da kommt ein Problem, sei es jetzt, keine Ahnung, dein Auto hat einen Platten. So, das ist jetzt ein ungewöhnlich großes Problem, weil nicht jeden Tag hat dein Auto einen Platten. Und man sagt, okay, heute wieder Scheißtag, weil Auto hat einen Platten. Aber es sind ja auch ganz viele Sachen super gelaufen, weil du hast geatmet, bist gegangen und wenn du dann sagst, mein Leben ist scheiße, weil ich zähle nur die schlechten Sachen, dann hast du halt nicht so ein gutes Leben, weil es passieren halt schlechte Sachen. Wenn du gut nicht zählst, ist das ein Problem. Sehe ich genauso. Also so eine Grunddankbarkeit ist schon wichtig. Die ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das hängt viel zusammen auch mit diesem Optimismus und wäre ich nicht dankbar gewesen, hätte ich auch nie laufen lernen können wieder. Das ist auch noch so eine Sache. Jeder Arzt, ausnahmslos, der meine Arztbriefe bekommen hat, wo quasi drinsteht, was haben wir mit dem Jungen gemacht, was ist da passiert, was hat er für Systeme in sich verbaut und so, wie so ein Cyborg. Was für Komponenten sind das? Wann ist er das letzte Mal aufgerüstet worden? Grabe, grabe. Auf jeden Fall, wenn ich in den Arztraum reinkam, habe ich mich hingehockt, der Arzt kam rein, geht wieder raus, kommt wieder rein, redet nicht mit mir, geht wieder raus. Und irgendwann kommt er zu mir, sind Sie der Herr Katrau? Ich sage, ja. Der sagt, Sie können ja laufen. Ich habe gedacht, Sie sitzen im Rollstuhl. Jedes Mal. Ausnahmslos denken die, der Junge sitzt im Rollstuhl. Der kommt hier niemals reingelaufen. Mein Physiotherapeut meinte, er hat noch nie generell eine so schnell, so sauber verheilte Narbe gesehen. Ich habe eine Narbe, die geht von meinem Nacken. Sieht man jetzt nicht so am Pulli. Verdeckt es immer perfekt. Bis zum Arsch. Eine komplett gerade Linie. Der hat gemeint, er hat noch nie eine so schnell, so sauber verheilte Narbe gesehen. Jemals. Und der sieht ja nur so Leute. Und dann auch noch nach so einer harten OP noch nie. Warum glaubst du, dass die Narbe so schnell verheilt ist und dass du so viel besser performst, du kannst laufen, als dir Menschen das zutrauen? Oder dass es Menschen überhaupt Menschen zutrauen? Es ist alles eine Kopfsache. Komplett von A bis Z. Weil viele andere hätten gar nicht erst gedacht. Also wenn du glaubst, du kannst danach nicht laufen, kannst du danach nicht laufen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich da raus spaziere. Ich habe nachts, um zu üben, laufen musst du ja üben. Also die haben, ich habe gesagt, wann kann ich heim? Wann kann ich heim? Ich will nach Hause. Weil klar habe ich mich da wohl gefühlt. Ganz ehrlich, ich habe mich schon gut aufgehoben gefühlt im Krankenhaus, muss ich sagen. Aber klar willst du nach Hause. Ich war monatelang im Krankenhaus. Ich war sogar, glaube ich mal, über Weihnachten oder Silvester, irgendwas war da. War ich im Krankenhaus. Da haben die Ärzte gesagt, Patrick, wenn du es schaffst, selber aus dem dritten Stock zu laufen, an den Parkplatz, zu deinem Papa ans Auto. Dann darfst du zurückgehen. Ich habe jede Nacht geübt. Ich konnte ja nicht selber aufstehen. Aber ich hatte einen Zimmernachbarn bei mir im Zimmer. Ich hatte ein Vier-Bett-Zimmer. Gesetzlich krankenversichert auf einer Kinderstation für mich alleine. Komplett alleine. Ja, der Platz war auch nötig, damit die ganzen Ärzte von der Visite kommen können. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann einen Nachbarn, der dann reinkam, wo es mir besser ging und so. Haben sie dann jemanden dazugelegt. Und der hat mir dann immer aus dem Bett geholfen. Und der hatte auch eine kleine Wirbelsäulen-OP, aber nichts krasses. Und dann hat der mit mir laufen geübt. Also wir haben uns wirklich gegenseitig im Rollstuhl. Ja, nachts auch teilweise. Also wir hatten quasi nur einen Arzt auf dem Zimmer. Der war halt dann immer in seinem Ärztezimmer. Oder das war so ein Schwesternzimmer oder sowas. Da waren auch Coole mit dabei. Die haben da auch nichts gesagt teilweise. Und die mussten halt aufpassen, weil der darf ja nicht alleine rumlaufen. Was, wenn der umfällt? Auf jeden Fall haben wir uns dann immer gegenseitig im Rollstuhl geschoben und haben uns dann halt immer so laufen geübt. Wie mit so einem Rollator. Da war ich 15, 16, nach der dritten OP vor allem. Aber auch nach der ersten. Das war so geisteskrank. Alter, wenn ich mich daran zurückerinnere. Du hast ja quasi einen Druck. Deine Knochen, dein wichtigster Knochen fast schon. Die Wirbelsäule ist ja voll wichtig. Durchbohrt und keine Ahnung. Dann drückt das aufeinander und dann musst du damit laufen und so. Ich weiß noch, wenn ich mich allein schon... Ich habe ja immer gelegen. Und ich habe nonstop gekotzt und keine Ahnung, weil du hast ja Unmengen an Narkose gehabt. Und da allein sich hinzusetzen... Es hat zwei Sekunden gedauert, mir wird schwarz vor Augen, ich falle um. Deswegen durfte ich mich nicht hinhocken. Ich musste jeden Tag so um ein paar Grad immer so den Sitz ein bisschen weiter nach oben stellen. Irgendwann war ich im Pilotensitz, haben sie es genannt. Und dann, damit der Kreislauf sich so dran gewöhnt und so. Wie lange hast du dann nicht... Bist du nicht richtig aufgestanden? Aufstehen konnte ich schon. Also du kannst dich aufrichten und auch balancieren und so. Und kommst irgendwie damit zurecht, dass irgendwie dein ganzer Körper neu ist. Und du kommst auch irgendwie damit zurecht, dass du mit diesen Schmerzen... Wobei die schon geisteskrank waren. Allein so einen Verband zu wechseln. Alter, das hat alles so gezuckt. Ich konnte nichts bewegen. Also wenn ich irgendwie meinen Arm bewegt habe, hatte ich schon ultra die Schmerzen. Und das mit dem Aufstehen war nie so das Problem. Das Laufen war ein Problem. Wie lange war das dann, so hast du gefragt. Ich würde eher sagen, dass ich nicht richtig gehen konnte. Weil aufstehen kurz mit Hilfe und so war okay. Selber aufstehen schwierig. Du hast gerade gesagt, dass der Sitz quasi, das Krankenbett kann man ja so im Winkel verstellen. Das ist immer so in Gradschritten. Und ich hatte jetzt den Eindruck gehabt, dass es quasi an Tag 1 ein Grad, an Tag 2 zwei Grad. Das heißt, bis zu 90 Grad brauchst du halt drei Monate, dass du dann drei Monate nicht richtig aufgestanden bist. Ach so, nee, so war das nicht. Also du musstest auch zwischendrin dich mal hinhocken, damit die Ärzte gucken können. Klar liegst du auch manchmal und dann machen die dir da den Verband ab oder so. Du musst ja auch teilweise gewaschen werden. Das ist ja auch super krass. Du wirst ja gepflegt von Pflegern. Das muss ja auch ultra komisch sein, wenn du da mit 11, 12, 13, 14, gerade so 15 Pubertät. Ich sage es mal so, in den Topf zu scheißen mit 13 im Sitzen ist schon witzig. Ich weiß noch, ich habe da gehockt. Also sorry jetzt für diese Bilder. Aber ist halt einfach so. Du kannst ja nicht aufstehen. Du kannst ja nicht aufs Klo gehen. Dann kriegst du da halt so einen schönen Topf unter. Und jeder Pfleger würde jetzt lachen. Und dann kam eine Schwester und die fragt halt immer so, hey, willst du einen Kakao, willst du einen Tee und so? Ich hocke da wirklich wie eine Frau, die jetzt eine Geburt gibt und hocke da so mit breiten Beinen. Und die fragt so, na, willst du einen Tee? Ich so, nein. Die so, sicher? Die habe ich voll verarscht. Die wusste ganz genau, was da gerade passiert. Ich so, nein, will ich nicht. Und dann hat auch der andere Pfleger hat dann drüber gelacht. Der so, na Patrick, alles gut. Also das war schon witzig. Auf jeden Fall, ja, du musst dich hinocken. Das heißt, man sitzt quasi auf einer Toilette, die keine Toilette ist, mitten im Raum wie auf einem Stuhl. Und das Leben passiert um einen rum. Und du weißt aber, eigentlich mache ich gerade hier mein großes Geschäft. Und das wissen alle anderen auch. Du liegst in deinem Krankenbett. Okay. Und du kannst dich nicht bewegen. Und da liegen andere Leute in diesem Zimmer. Und bei vielen ist das Problem nicht nur bei dir. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ich sage es mal so, du bist da wirklich Bruder und Schwester mit jedem und allem. Dann irgendwann zwangsläufig. Auf jeden Fall kommt dann halt jemand her, wenn du halt sagst, hey, ich muss. Und wenn du nicht aufs Klo kannst, dann kommen die halt und schieben dir. Also du liegst ja und schieben dir einen, wie eine Pfanne unter den Arsch. Und dann geht es ab. Und alle gucken zu. Du kannst ja auch eine Trennwand zwischenlegen lassen. Aber wenn du mutig bist, dann ziehst du es einfach durch. Nein, aber es ist also im Endeffekt, das war schon, das ist einfach alles, ganz ehrlich, im Endeffekt ist es doch alles im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Dann kommt es darauf auch nicht mehr an. Ich glaube, da scheißt du auf alles. Du bist ja so abgestumpft irgendwann. Du musst dich ja nackt ausziehen vor Pflegern, weil die halt gucken müssen. Die müssen dich ja sauber machen. Das ist halt normal dort. Ich glaube, dort ist auch der Rahmen gegeben so. Und dann ist es dort auch nicht weird oder komisch oder so. Wenn ich so nacherzähle, klar, es ist halt komplett bescheuert, aber es ist halt so. Du bist damit ja aufgewachsen, aber gut, wenn du das erste Mal mit elf operiert worden bist, dann hattest du ja diverse Untersuchungen auch schon vorher. Das heißt, es war so Teil deines Lebens. Ja, und ich bin so froh, dass es vorbei ist. So ultra froh, weil ich weiß noch, ich war, ich habe auch meiner Mutter gesagt, meiner Familie, meinen Freunden und so, mein Leben hat erst mit 20 richtig angefangen. Okay. Weil mein Leben hat ja nur bestanden aus Krankenhaus und Schmerzen und nicht richtig laufen können, bis ich mal überhaupt eine Schulerhöhung hatte oder so. Du hast gerade gesagt, du warst auch nicht so gut in der Schule, aber du warst ja auch nicht so wirklich oft in der Schule scheinbar. Hast du mal ein Jahr wiederholt? Ja, ja, siebte Klasse bin ich sitzen geblieben. Aber ganz ehrlich, ich war auch ziemlich schlecht, muss man wieder zusagen. Ich hatte eine 6 in Latein. Aber ich finde die Aussage meiner Mutter immer am besten, der Junge war im Krankenhaus. Also im Endeffekt, ganz ehrlich, ich war einfach schlecht, aber ich war auch einfach nicht da. Weil ich habe viel lieber Gitarre gespielt, gesungen, irgendwie Videospiele gespielt, Sachen gelernt, weiß nicht. Ich habe mich irgendwie viel lieber Skills zugewendet, die ich selber geil fand und weniger dem, jo, lerne jetzt alle Länder auswendig auf der Welt. Das musste ich machen. Also im Endeffekt, ich kann dir sagen, wo, keine Ahnung, wo der Kongo ist und wo, keine Ahnung, Usbekistan ist. Wahrscheinlich. Na gut, könnte ich jetzt nicht weniger, aber ich weiß, wo Russland ist. Das ist wichtig. Das wissen die meisten. Nicht schwer zu übersehen. Ah ja, gut. Aber ich habe dann tatsächlich wiederholt. Und die Lehrer kamen sogar zu mir nach Hause, weil ich konnte ja nicht in die Schule gehen und ich war im Rollstuhl ein Jahr lang. Und dann kamen die Lehrer zu mir nach Hause und haben mich dann zu Hause unterrichtet. Was ja Wahnsinn ist, ehrlich gesagt. Total geil. Bin ich auch super dankbar. Und dann hast du dein, du hast quasi ein relativ normales Schulleben gehabt. Du warst auf einer normalen Schule, du warst im Gymnasium, glaube ich. Ich war in Worms auf dem Rudi-Stefan-Gymnasium. Es gab auch, letztens haben mir Freunde das zugeschickt, eine Bewertung von der Schule, fünf Sterne. Patrick war hier, muss gut sein. Ah, nice. Super witzig eigentlich. Und ich hatte dort, das war auch eine coole Schule, sehr streng. Sehr streng und sehr schwer auch tatsächlich. Jetzt nicht, weil ich schlecht war, sondern das war wirklich ein schwieriges Gymnasium. Und ich war auch der Einzige mit einem Aufzugsschlüssel. Weil ich ja nicht laufen konnte gescheit und hatte immer einen Kumpel, der mir meinen Rucksack getragen hat und so in der Schule. Ja, das ist ja mega. Das heißt, du bist auch nie so richtig gehänselt oder gemobbt worden? Doch. 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 Ja, jetzt weniger selten wegen dem Behindertending, sondern eher, weil ich mich nicht eingienern konnte. Weil diese ganze Kombination aus, der Junge läuft komisch und irgendwie ist der ja komisch, der ist ja weird. Irgendwas stimmt da nicht. Der läuft komisch, dann hat er keine Kohle. Ich habe mir meine Haare nie gemacht. Ich wusste nicht, worauf es ankommt. Ich habe mich beschissen angezogen. Ich sah einfach aus wie so der Typ, den man auch, also ich kann es nachvollziehen, wenn ich mir wilde angucke, dass ich gemacht wurde. Konnte ich nachvollziehen. Warum hast du dir deine Haare nicht gemacht? Ja, weil ich es nicht wusste. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, worauf es ankommt. Das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn du mich jetzt fragen würdest als Mann, warum machst du dir deine Wimpern nicht? Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Das ist einfach so, keine Ahnung, wieso, weiß nicht, hast du deine Kniekehlen nicht rasiert? Weißt du? Aber hattest du damals Freunde? Ja, ich war auch immer sehr, sehr, sehr beliebt in der Grundschule und wir sind zehnmal umgezogen. Warum seid ihr zehnmal umgezogen? Weil meine Familie, weiß ich nicht, alle zwei Jahre waren wir irgendwie woanders. Entweder weil meine Eltern einen neuen Job hatten oder so oder weil die halt irgendwo neu hinwollten. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr oft umgezogen. Ich musste ständig neue Freunde finden. Ich musste ständig irgendwie mich in einen neuen, war aber auch nicht schlimm, war halt alles irgendwie normal. Und habe dann ständig neue Freunde finden müssen. Dann war ich irgendwann wieder auf einer neuen Schule. Ich bin auch mal von der Schule geflogen, weil ich nur Scheiße gebaut habe. Und auf jeden Fall. Das verstehe ich nicht, wenn ich das so sagen darf. Was denn? Wenn man, ich überlege jetzt, wenn eine Familie hat vier Kinder, verdient relativ bis sehr wenig Geld, hat ein Sohn mit einer schweren Erkrankung, der sowieso schon Schwierigkeiten hat, sich einzugliedern, weil schwere Erkrankung ist. Und dann so häufig umzuziehen, ihr seid ja nicht von Schloss 1 in Schloss 2 gezogen. Oder keine Ahnung, Entsendung nach New York, um da die diplomatischen Posten zu machen. Sondern das Umziehen verstehe ich nicht. Wir auch nicht, glaube ich. Also ich glaube, meine Eltern haben das, wenn dann immer für uns getan, weil wir hatten teilweise auch dann bessere Wohnungen irgendwann und so. Und das war wirklich schön. Meine Eltern sind auch einmal umgezogen wegen den OPs zum Beispiel, weil wir halt im vierten Stock gewohnt haben. Und dann hat meine Mutter halt dafür gekämpft, dass wir halt eine Wohnung auch bekommen mit vier Kindern und so, die halt ein bisschen niedriger ist. Und ich glaube, ja, meine Eltern waren auch selber so ein bisschen auf der Suche, sage ich mal. Und dadurch, dass wir ja eh, also meine Eltern sind auch richtige Kämpfer. Und ich glaube, wenn du halt dann auch so viel kämpfst und so und dann, man sucht dann eh noch nach allem. Nach Ruhe, nach Sicherheit und so. Und wenn du da irgendwie was hast und bist halt gestresst und dann noch die Kinder, dann noch die OP-Sachen und so. Also ich glaube, da geht das irgendwie mit einem durch. Ganz erklären kann ich es nicht. Mittlerweile hat es sich aber auch gebessert. Wie alt sind deine Geschwister? Ich habe eine große Schwester, die ist 95 geboren, also drei Jahre älter als ich. Drei Jahre älter als du? Das heißt, du bist der Zweite, du hast eine größere Schwester und dann zwei kleine. Zwei kleine Geschwister. Eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Wie viel jünger sind die? Mein kleiner Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Der ist 20. Ne. Drei Jahre jünger als ich. Drei Jahre jünger als ich. Der wird 22 dieses Jahr. Meine kleine Schwester, die war fünf Jahre jünger. 2003. Das heißt, ihr seid alle so in so zwei, drei Jahren Abständen. Ja, genau. Schon eine ganz gute Truppe. Jetzt nicht zehn Jahre auseinander. Du warst irgendwie in der Mitte. Wie war das für deine Geschwister, deine ganzen OP-S? Echt spannend, weil ich kürzlich erst mit denen darüber geredet habe und mir dann mal klar geworden ist, ich war ja nie daheim. Das ist mir da erstmal bewusst geworden. Und ja, für die war das schon komisch. Also meine kleine Schwester, Alena, die meinte, ja mein Bett war halt immer leer und ich war halt nie daheim und irgendwie war es komisch. Und für die war das auch schon krass. Also soweit ich weiß, die hatten Angst, dass mir irgendwas passiert. Meine Freunde hatten Angst. Soweit zum Thema, ja, ich hatte Freunde, aber dann in der fünften, sechsten Klasse nicht wirklich. Das war auch die Zeit, wo ich mich nicht um mich gekümmert habe. Wo dann aber auch die OPs kamen und so. Auf jeden Fall, die hatten schon Schiss. Und die waren dann auch immer zu Besuch und so. Und das war aber immer eine lustige Zeit, würde ich sagen, auch als meine Geschwister kamen. Weil wir haben schon ein sehr enges Familienverhältnis. Und mein Bruder war auch an seinem Geburtstag dann bei mir. Das weiß ich noch. Ja. Also es war für die jetzt auch nicht super easy, glaube ich. Die hatten auch schon Schiss. Ja, verstehe ich. Und dann warst du nicht richtig da. Dann seid ihr aber dann wieder umgezogen. Und es waren einfach sehr viele Herausforderungen, die das Leben dir, deinen Eltern, deinen Geschwistern zugeworfen hat. Ja. Und zum Thema nochmal mit dem Laufen können und so. Wir hatten, in der Zeit, wo ich dann operiert wurde, waren wir auch länger dann in den Wohnungen. Und wir sind jetzt auch in den letzten Jahren, das war eher so am Anfang, wo ich jünger war, dass wir öfter umgezogen sind. Das war dann irgendwann nicht mehr so krass. In der letzten Wohnung waren wir dann noch acht Jahre oder so. Auf jeden Fall. Ich weiß es noch, als die ersten OPs waren, da hatten wir eine recht schöne Wohnung sogar. Und mein Onkel hat mir eine Wii geschenkt. Nintendo Wii, für die, die es kennen, mit Mario Kart und so. Wir hatten nie so viel Kohle, wie gesagt. Das war für mich so komplett krank, dass ich einfach so ein Ding geschenkt bekomme. Das war wirklich, wirklich krass. Das war für mich zu dem Zeitpunkt einer der schönsten Momente meines Lebens, weil ich habe total zocken geliebt und war ein totaler Mario-Fan. Auf jeden Fall. Ich weiß es noch, ich war allein daheim, habe auf dem Sofa gehockt, habe gezockt, aber ich wollte das Spiel wechseln. Ich habe ungelogen eine halbe Stunde lang mich von der Couch gekämpft, bin gekrabbelt auf dem Boden zu dieser Konsole, habe das Spiel rausgemacht. Ich hatte so Schmerzen währenddessen. Wille, der Wille muss, der Wille zählt. Und habe dann das Spiel gewechselt und bin wieder ultra lange zurückgekrabbelt, das war richtig krass, zur Couch und dann da drauf und konnte dann zocken. Aber ich habe es geschafft. Wow, und du wolltest das so, dann war dir zocken so wichtig, dass du so viel Schmerzen erleidernst. Wie bist du dann zur Toilette gegangen damals? Gute Frage. Mit meiner Mutter wahrscheinlich. Ah krass. Meine Mutter ist Altenpflegerin. Ach so, okay. Ja, das kam mir wahrscheinlich zugute. Die hat auch immer meine Verbände gewechselt und so. Okay. Duschen konnte ich auch nicht alleine. Die musste auch immer dann so wasserdichte, so große wasserdichte Verbände auflegen. Das heißt, du bist dreimal operiert worden. Das erste Mal mit elf. Viermal. Viermal. Und sagst, jetzt ist es aber fertig mit OPs und jetzt bist du, also was heißt fertig mit OPs, dann ist man, wann ist man schon mal richtig fertig mit OPs, aber aufgrund der Wirbelsäule sagst du, du kannst dich jetzt durchs Leben bewegen und hast jetzt ein Verhältnis ein bisschen normales Leben und du krabbelst nicht mehr zu einer Konsole, um die zu wechseln. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte mit 20 dann so ein neues Leben. Das hängt aber mit mehreren Dingen zusammen. Ganz ehrlich, das war so eine komplett gestörte Reise und fängt ja gerade erst an und so. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss noch mal auf die dritte und vierte OP eingehen, damit man das ganze Thema mal versteht. Ich hatte die erste und zweite OP und ich dachte, jetzt ist gut. Ich habe gedacht, krass, okay, ich kann jetzt wieder laufen und so. Ich hatte aber immer noch so einen sichtbaren Buckel. Und dann habe ich halt, ja, mein Leben so gelebt, hatte halt die OPs hinter mir und alles. Und dann hieß es, ich musste eh jedes Jahr ins Krankenhaus für die Kontrolle. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr noch mal muss. Ich war gar nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Das ist wie der TÜV. Mir geht es super, ich fahre da hin und dann, ja, alles gut, tut es weh. Ich sage nein, dann sagen die, cool, okay, tschüss. Und dann sage ich, tschau. Aber im TÜV finden die aber immer irgendwas. Die wollen, glaube ich, gar nichts finden. Also das ist nicht so ein Krankenhaus so auf die Art, komm, wir machen jetzt hier Patte und so, sondern die sind wirklich, da findet man sich richtig gut aufgehoben. Wie auch immer, dann bin ich da noch mal hin. Dann hieß es halt nach dem Röntgen, MRT und so, ey, der Junge ist gewachsen. Die zweite OP war einfach nur, ey, der ist größer geworden. Komm, hau mal neue Stäbe rein. Das war's, war ein Ding von ein paar Stunden oder so. Das war nicht krass. Da ging es mir auch super danach, ne? Ich hatte kaum Schmerzen und so. Alles gut. Dann kam ich aber wieder dahin und dann hieß es, Ja, Patrick, ähm, so langsam, ne? Ich so, was? Na, neue OP, ne? Und ich so, hat für mich eine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Weil ich hab gedacht, ich bin endlich, endlich hab ich mal meine Ruhe. Ich war 15, 14, 15 oder so. Da fangen ja die meisten gerade an mit Party und, äh, hier und da und mal vielleicht was zu trinken oder so. Ich hab übrigens nie großartig Alkohol getrunken, seitdem ich 18 war, wie auch immer. Ähm, die, ich hatte da keine Jugend. Meine Jugend war, ja, ja, Katrau, haben sie heute schon, haben sie heute schon gestuhlt? Ne? Hast du deine Medikamente eingenommen? Der ganze Kram? Und, ja, ich weiß noch, ich hab den Arzt gefragt, wird die OP schlimmer als die erste? Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, viel schlimmer. Wow. Ne? Aber das hat er, so sagte er, nur gesagt, um mal so ein bisschen Dampf abzulassen, ne? Äh, meine Eltern waren dabei, meine Geschwister waren dabei, wir haben alle geheult. Wir waren alle einfach nur, wir hatten Angst. Weil das war ja wirklich nichts Einfaches, ne? Da waren auch mehrere Ärzte mit drin. Und es war auch nicht so, jo, Routine-OP, das war selbst für die komplett gestört, ultra kompliziert. Ne? Und dann sagt er zu euch allen, zu dir als 15-Jährigen plus deiner Familie, wird das schlimmer? Ja, viel schlimmer. Viel schlimmer, genau auch in der Betonung. Wow. Viel schlimmer. Ne? Meine Mutter hat angefangen zu heulen, wir haben eigentlich alle geheult und hatten einfach nur Schiss und haben uns gedacht, jo, was geht jetzt ab? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da verreckt war, nicht grad niedrig. Aber hätten sie es nicht gemacht, wäre ich halt an den Stäben gestorben, weil die halt irgendwas kaputt gemacht hätten. Weil ich ja wachse, ich war ja voll im Wachstum. Ne? Und ja, mein Vater, der war einfach so richtig so Pokerface. Der hat uns da emotional schon so stabilisiert, würde ich sagen. Der hat mich überall hingefahren, immer schon als Kind. Wir haben alles immer, der war immer dabei, aber der war immer so emotional der Ruhige von allen. Aber wirklich ruhig. Der war entspannt. Krass. Und dann ist, wie ist die OP ausgegangen oder weitergegangen? Es wird halt voll viel an dir rum experimentiert. Also du bist quasi, du kannst dir vorstellen, stell dir mal so ein Haus vor, was gerade gebaut wird. Und dann kommen halt ganz viele Architekten und gucken sich an, wie ist der Boden? Wie ist hier die Beschaffenheit? Wie ist das mit dem, ja, verschiebt sich der Boden und so? Wie sind die Wände? Was soll hier reinkommen? Was ist schon drin und so? Und das war, eigentlich wird den ganzen Tag an dir rumgetüftelt und auf dir rumgemalt auch. Also die kommen wirklich mit Stiften und so, gucken sich das an, wo müssen die lang und was müssen die machen und so. Und du wirst halt nonstop geröntgt und da wird geguckt und was weiß ich und eigentlich wird erstmal nur Strategie gemacht. Also es wird wirklich geguckt, ey, was müssen wir machen? Wie ist der Plan? Wie läuft das Ganze ab? Welche Ärzte brauchen wir dafür? Welche Materialien? Ich habe sogar, schade, das hätte ich mal mitbringen können. Ich habe mein Metall bekommen, was die entfernt haben. Ich habe das zu Hause gelassen. Was bei dir im Rücken drin war? Was die rausgenommen haben, habe ich bekommen. Meine Freundin ist immer so, boah, Patrick, zeig mir das nicht. Aber ich finde das immer voll spannend. Ich finde das richtig krass. Und ganz ehrlich, mittlerweile, ich bin jetzt 25, es fühlt sich so an, als wäre das alles nie passiert. Ich habe, glaube ich, damit so, mein Kopf hat das wahrscheinlich so verdrängt und so weggeschmissen. Deswegen, ihr merkt ja, oder du merkst ja, ich muss richtig drüber nachdenken, was da passiert ist. Dritte OP, wie lief das Ganze dann ab? Wie gesagt, Planung. Dann hieß es 2012, sollte ich operiert werden, drei Jahre nach der ersten OP 2009. Und dann wurde ich halt vorbereitet und so. Du bist ein paar Tage vorher da, dann wird halt immer wieder geguckt und so. Und dann kam halt der Tag, an dem alles passieren sollte. Und ich habe dann dieselbe Prozedur wie immer. Du durfst nichts essen, kriegst wieder deine Beruhigungsmittel und wirst wieder rübergefahren. Und dann wurde es richtig crazy. Irgendein Mädel lag mitten auf dem Flur, auf einer Liege, im OP-Flur. Und war niemand da. Und die haben uns quasi den Weg versperrt. Und wir konnten halt nicht durch. Und die OP war, Termin und so. Wir warten und warten und warten, bestimmt 10, 15 Minuten. Irgendwann kommt einer, nimmt die dann mit. Also die lag auf dem Flur im Sinne von in einem Bett und quasi als Patientin, die keiner zum richtigen Ort geschoben hat. Genau. Das heißt, die hat quasi drauf gewartet, dass die jemand abholt. Und wir konnten halt nicht durch. Irgendwann sind wir halt dann, wie gesagt, auch durchgekommen. Auf jeden Fall war es dann so, als wir im OP-Raum waren, da war auch wieder selbe Prozedur wie immer. Ich kam auf ein Paketband und wurde rüber geschoben und war dann in dem OP-Saal und habe gerade alles gekriegt. Die ganzen Spritzen, der ganze Kram. Und dann, die wollten mir gerade die Maske auflegen. Also die waren gerade dabei. So Patrick, alles klar, dann 10 mal bis 10 oder keine Ahnung oder jetzt gleich fühlt sich so an, als hätte ich 10 Bier gesoffen oder so. Und die legen das gerade auf. Da rennt einer in das OP-Zimmer rein und sagt, OP abbrechen, alles stoppen und so. Der Arzt ist krank. Oder einer der Ärzte ist krank. Und ich lag dann da so, habe schon die ganze Scheiße in mir drin. Diese ganzen Beruhigungsmittel, die gucken mich an, die nimmt sofort diese Maske ab. Ich hatte die schon drauf. Kurz noch gewesen, ich wäre weg. Nimmt das ab und dann OP abbrechen und so. Weil ein Arzt krank war und meine Mutter wurde angerufen und ob wir die OP trotzdem durchführen sollen. Sie hat gesagt, nein, vier Augen oder was sehen mehr als zwei. Und ja, dann kam ich wieder auf mein Zimmer und durfte wieder gehen. Wow. Und ein halbes Jahr später war dann die OP. Ein halbes Jahr haben die dann gewartet? Ja, musstest du, weil du hast ja diese ganzen, du hast ja, ich weiß jetzt nicht wieso, aber es hat halt ein halbes Jahr gedauert. Okay. Es war nicht so, wir warten jetzt eine Woche, bis der Arzt wieder da ist. Ich habe wirklich dann ein halbes Jahr gewartet. Das war dann so wirklich so Silvester, Winter rum, wo ich dann dort war. Ja, und dann, das heißt, du musst nur überlegen, du bist schon so gestresst. Und dann gehst du da hin und dann kommst du da rein und dann ist es gerade OP und dann muss die abgebrochen werden und so. Also, ich komme wieder in die Schule, alle so, was ist los? Der kann ja laufen, dem geht es ja gut. Nee, nee, also ich wurde halt einfach nicht operiert. Halbes Jahr später, selbes Prozedere. Ich komme da rüber, komm in das Krankenhaus und dann waren doch wirklich alle da. Auf jeden Fall, das war schon wirklich krasser. Deutlich, 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 deutlich krasser. Du hast auch gemerkt, die Stimmung ist angespannter von meiner Familie, von mir, aber auch von den Ärzten. Das hört man nicht, oder? Nun, das Klopfen hier von, wer auch immer das klopft, filtern wir raus. Wir machen das raus. Du kannst einfach rausschneiden, die Schuhmikros nehmen das normal nicht auf. Das sind ja dynamische Mikros. Also, du hast richtig diese Spannung gemerkt von den Ärzten, von diesem Ärzte-Team. Und die waren aufgeregt, ich war aufgeregt. Ich komme in den OP-Raum. Ultra viele Leute da, habe ich schon gesehen. Ich kriege meine Betäubungsmittel. Ich kriege die Maske. Wie gesagt, du merkst, dass Zeit vergeht. Dein Körper, du hast wie so eine innere Uhr, wie so ein Laptop, der, wenn du ein Jahr später aufmachst, immer noch zeigt. Wir haben 12.27 Uhr am so und so vielten. Vielleicht stimmt der Tag nicht, aber auf jeden Fall, du merkst irgendwie, du bist weg. Du merkst das wie so ein, und ich war auch im Wachkoma dann. Du warst danach im Wachkoma? Ich war danach eine Woche im Wachkoma. Oh wow. Ja. Und dann wachst du auf. Also ich war während der OP quasi am Schlafen, da bin ich aufgewacht und so. Ich war auf jeden Fall im Wachkoma. Und nein, man kriegt da nichts mit. Da denken auch viele irgendwie, ich glaube nicht, dass ich irgendwas mitbekommen habe. Wie auch immer. Die dritte OP hat 21 Stunden gedauert. Und das ist ultra krass. Also wirklich. Das kann ja nicht nur ein Arzt gemacht haben, sondern das müssen ja mehrere gemacht haben. Das waren vier Oberärzte, 20 Hilfsärzte oder so. Wie bei der ersten, aber halt schon nochmal. Also nee, soweit ich weiß, war die dritte wirklich einfach nochmal krasser. Und ich bin aufgewacht, wieder mit den Schläuchen in mir drin. Da waren direkt zwei neben mir. Ja, so willst du einen Arzt holen? Ja, bitte. Dann kam der Arzt. Hat es rausgezogen. Und ich weiß noch. Ah, genau, ich weiß noch. Ich hatte gar nicht so krasse Schmerzen. Und ich habe mit so krassem Scheiß gerechnet und so. Auf jeden Fall, ich war so, du liegst da ja. Wieder gefesselt, der ganze Scheiß halt. Viel heftiger, aber mit intensiv und keine Ahnung. Und dann kam die Visite. 10, 20 Leute. Ja, das ist der Patrick, 15 Jahre alt. Wurde jetzt operiert, wurde in der Woche nochmal operiert. Und die erste Schwester, die reinkam, so Patrick, bist wach geworden und so. OP ist super gelaufen, alles gut. Und ich so, geil, ich habe gar nicht so krass Schmerzen, mir geht es voll gut. Und dann, ja, der Patrick wird jetzt nächste Woche nochmal operiert und so. Und ich war so zugeschallert mit Schmerzmitteln, mit Scheißdreck und so. Und ich hatte ja diese Beatmungsschläuche in mir drin, haben die rausgezogen. Ich hatte eine Stimme, wie so ein 50-jähriger Whisky-Trinker, der jeden Morgen zum Frühstück erstmal eine Zigarre raucht und, keine Ahnung, jagen geht oder so. Das war richtig krass. Du warst vor allem, bist du ja so richtig im Arsch. Das heißt, meine Stimme, die war so rauchig und so kaputt. Und ich habe da wirklich gelegen, ich so, wie, ich werde nochmal operiert. Aber mit so einer richtig krass tiefen, rauchigen Stimme. Und ich war ja voll weggetreten. Ich so, ey, wie inkompetent und so. Und ich habe die voll platt gemacht, so voll beleidigt fast schon. Wie dumm und so. Irgend so ein Scheiß. Aber für die war das so, yo, sei froh, dass du noch lebst, Mann. So auf die Art, ne. Auf jeden Fall, der wird in der Woche nochmal operiert. Und dann habe ich es erstmal erfahren. Weil die OP ist schiefgelaufen. Das hat dir vorher keiner gesagt. Das hat mir, nein, natürlich nicht. Weil wenn die herkommen und zu dir sagen, du wachst gerade auf, Alter, der lebt noch. Mann, Leute, hey, der lebt noch. Und ruft dann nach hinten. Also, da wirst du ja verrückt. Ich hatte einen durchgängigen Puls von 150. Wenn ich an einem Strohhalm was getrunken habe, so, im Liegen, ist der auf 200 hochgeklettert. Okay. Aus einem Strohhalm trinken. Ja. Und, äh, ich glaube, das, ich glaube, da kriegt der einen Anfall, wenn der da liegt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich besser so, glaube ich, ja. Okay. Weil stell dir vor, du warst auf und du denkst, und die sagen, boah, Alter, ey, OP ist schiefgelaufen und so. Alter, da liegst du da und du weißt gar nicht, fehlt dir gerade ein Arm, fehlt dir ein Bein, du spürst eh nichts. So, weißt du. Auf jeden Fall, was ist passiert? Im Endeffekt war es einfach so, dass, ähm, die Ärzte quasi eine Maschine laufen haben, die beim Operieren die ganze Zeit Stromstöße durch den Körper schickt. Ja, das heißt, du bist da dran gemacht an deinen Füßen und an deinem, äh, Kopf. Und dann wird da die ganze Zeit so ein Stromschock, so alle paar Sekunden so, zack, zack. Warum? Zack. Um zu gucken, ob die Nerven noch intakt sind. Ah, okay. Und wenn die irgendwas treffen und dann sind die, ups, der ist kaputt jetzt, ne, ähm, das wäre natürlich ungeschickt gewesen. Auf jeden Fall, nach 13 Stunden und 5 Liter Blutverlust, wo ich eh schon fast am Abnippeln war, das wird die ganze Zeit wieder reingefügt und so, es wird also aufgefangen, wieder eingespielt und so, die Ärzte haben immer gesagt, so eine OP ist wie so ein kontrollierter Autounfall. Okay. Ja, das haben die mir jetzt nicht gesagt. Und nach den 13 Stunden, wo ich eh schon fast abgenippelt bin, weil Blutverlust, hat die Maschine einfach aufgehört zu funktionieren. Und dann wussten die nicht, ist er jetzt tot? Lebt er noch? Ich lag aufgeschnitten da. Und die haben mich aufgeweckt. Die haben dich aufgeweckt? Aufgeweckt. Und haben dann gesagt, hey Patrick, geht's dir gut? Mach mal einen Daumen hoch. Und ich hab da gelegen mit offenem Rücken, komplett aufgeschnitten und hab so einen Daumen hoch gemacht quasi, ne? Ich erinnere mich daran nicht mehr. Okay? Aber du bist irgendwie dabei. Und irgendwie auch nicht, ja? Ganz komisch. Weil du merkst ja, dass irgendwas passiert. So. Dann bin ich aufgewacht, wie gesagt, 3. OP. Hey, alles gut. Und dann, hey, der wird nochmal operiert. Ja. Eine Woche musste ich warten. Ich war nicht zu genäht. Ich war zu getackert wie ein Ringbuchordner. Ich konnte laufen. Obwohl die OP noch nicht vorbei war. Und ich konnte voll gut laufen. Und ich hatte nicht so krasse Schmerzen. Ich konnte selber aufs Klo gehen und so. Da hab ich erst mal gemerkt, dass man Bauchmuskeln braucht, um zu pinkeln. Aber wie? Im Arsch war ich trotzdem. Interessante Erkenntnis. Ja, ja. Laufen konnte ich trotzdem. Komischerweise. Also mir ging's. Ich war schon im Arsch, logischerweise. Klar, ne? Aber ich war einsatzfähig trotzdem. Ich konnte laufen. Das war so komisch, weil eigentlich war es ja nicht fertig und so, ne? Die haben es dann scheinbar notgedrungen. So, okay, wir lassen es jetzt so und so und machen denen kurz zu. Ja. Auf jeden Fall. Eine Woche musste ich warten, bis die OP weitergemacht werden konnte. Und in der Zeit war ich natürlich im Krankenhaus, ne? Meine Familie kam. Da hat meine Mutter erst mal erfahren, dass die OP schiefgelaufen ist und so. Und, ähm. Ja, wie gesagt, bin da fast krepiert dran, ne? Dann bist du nochmal operiert worden. Eine Woche später. Ja. Das hat funktioniert. Ja. Und, äh, das war auch dann aber, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht mehr so Aufregung und so. Das war einfach nur so, jo, jetzt mach einfach so, ne? Das war einfach so, jo, komm, hier, gib mir die Nadel, ne? Und gib mir das Ding drauf und jetzt, äh, macht euer Ding. Da war nicht mehr so krass Aufregung und so, glaube ich. Also, ich weiß noch, das war schon so, weil das war ja trotzdem nochmal ein dicker Batzen. Das heißt, es war schon, jetzt geht's weiter. Zweite Runde so, ne? Stell dir vor, du hast voll auf die Fresse gekriegt nach so einem Boxkampf. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail ein bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Aber du bist doch Kämpfer. Ja, ich hab auf die Fresse bekommen, aber nicht so wie du in der OP, würde ich sagen, nicht im Ansatz. Also ein bisschen Nase gebrochen, ein bisschen Gehirnerschütterung ist ja jetzt nicht so Wahnsinn. Wahnsinn. Ist immer die Frage, mit was man das vergleicht. Ja, ja. Offener Rücken, nicht mehr laufen können, ist halt was anderes als die Nase ein bisschen schief, ne? Ja, ja, klar, logisch. Wie auch immer, dann wurde ich nochmal operiert. Dann nochmal? Nein, 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 das war ja das vierte Mal. Ja, ja, das war das vierte Mal. Und dann bin ich aufgewacht. Ja. Alter, das war so krank. Ich hatte dermaßen überwältigende, kranke, zermürbende Schmerzen. Das Einzige, womit ich das vergleichen konnte, war das Fädenziehen nach der ersten OP. Das verlief im sogenannten Schmerzkanal. Das heißt, genau da, wo man quasi Schmerzen spürt, da haben sie eine... Wow, Junge, tut das weh beim Zuhören. Da haben sie quasi an der Wirbelsäule entlang eine Naht gehabt, die die sich nicht selber auflöst, weil glaub mir, das willst du nicht, dass sie das auflöst. Und dann haben die das rausgezogen, es war so krass. Auf jeden Fall nach der vierten OP. Und da habe ich gemerkt, ich weiß noch, ich bin aufgewacht. Ich lag da. Wieder Beatmung. Wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Ich habe keine Menschen mehr gesehen, ich habe nur noch Maschinen gesehen. Sachen, die dich beatmen. Zack, zack, hinter dir, überall. Ich habe ja Bilder auf dem Handy. Geht auf Instagram, könnt ihr euch angucken. Ich habe da richtig gelegen, ich hatte so richtig das Gefühl, Alter. Digga, ich bin so im Arsch. Ich konnte gar nicht denken, also ich war so richtig so, du bist aufgewacht und da habe ich gemerkt, so anhand von den Schmerzen schon. Jo, okay, das war die OP. Da haben sie jetzt das gemacht, was die eigentlich machen wollten, wahrscheinlich. Ich habe ein komplett neues System reinbekommen, eine sogenannte Spondylodesel, das ist eine Versteifung der Wirbelsäule. Ich habe die wirklich vom Brustbereich bis zum Bauchnabel. Ich habe gemerkt, mein Rücken ist gerader. Ich konnte wiederum besser atmen. Aber ich war so im Arsch. Das war nicht mehr normal. Und die Schmerzen. Ich schwöre dir, wenn ich einen Finger bewegt habe, ich habe diese Bewegung gemacht. So, im Liegen. Mein ganzer Körper hat gezuckt vor Schmerzen. Gezuckt. Ich konnte gar nichts machen. Ich habe wirklich, blinseln konntest du, ohne zu übertreiben jetzt, blinseln konntest du, wenn du alleine so deine Stirn runzelst oder so, du spürst das im Gesamtkörper. Komplett. Du kannst dich, du bist nicht mehr fähig, irgendwas zu machen. Das heißt, du hattest den ganzen Tag von morgens bis abends absolut unerträgliche Schmerzen. Ein paar Monate lang. Dann wurde es besser. Und nach einem Jahr konnte ich wieder halbwegs gescheit laufen, ohne Rollstuhl und so. Das war auch das Jahr, wo du im Rollstuhl saßt? 2013, 14, 15. Als du 16 warst, hast du ein Jahr im Rollstuhl gesessen. Und das muss dann vermutlich das Schwerste ja deines Lebens gewesen sein? Oder gab es noch was anderes? Ehrlich gesagt, so schnell, nö, nö, nö. Ganz ehrlich, das war sogar eine recht schöne Zeit. Wie kann das schön sein, wenn du den ganzen Tag Schmerzen hast? Weil du, du bist die ganze Zeit mit dir selber so beschäftigt. Und du bist die ganze Zeit am Überleben. Und du bist irgendwann wirklich einfach froh, dass du deine Familie hast, dass du atmen kannst, dass du lebst, dass du endlich gesund wirst, dass du nicht gestorben bist. Du bist eigentlich, das ist wie so eine Erholungsphase. Das war kein schlimmes Jahr. Klar war es beschissen, so die Schmerzen zu haben und so. Aber im Kopf wusste ich, das ist ja für etwas und das ist jetzt halt so eine Zeit lang und das kriege ich schon hin. Also ich habe nie, das hat mich auch geprägt total. Ich habe nie irgendwie vor irgendwas Angst gehabt oder vor irgendwas mich nicht getraut oder so. Klar werde ich auch nervös, klar bin ich auch aufgeregt und so. Keine Frage, bin ja auch nur ein Mensch irgendwo. Aber letzten Endes, das hat sich ein bisschen angefühlt wie Urlaub. Wie Ferien zu der Zeit. Wie Ferien. Ich meine, ich hatte ja keine Schule. Aber es hat sich so angefühlt wie, ey Mann, ich habe mir keine Gedanken mehr gemacht ums Leben. Im Sinne von, oh du musst jetzt voll lernen und du brauchst, kleines Beispiel, um es jetzt mal auf heute zu. Viele Leute machen sich ja Gedanken so irgendwie, ey, wo gehe ich studieren, was mache ich da, was mache ich da und machen sich voll den Stress. Und das war wirklich einfach nur, du bist wie, als gäbe es die Sachen gar nicht. Als müsstest du dir um nichts Gedanken machen. Als gäbe es keine Verpflichtungen. Als gäbe es kein, da kam es nicht mehr drauf an, was habe ich für einen Schulabschluss. Was studiere ich? Habe ich meinen Job? Schnell, schnell, Stress und keine Ahnung. Das war einfach nur, als wäre die Erdkugel kurz stehen geblieben. Für ein Jahr. Kann man das nachvollziehen? Ja, so eine Art meditativer Zustand quasi. Ja, ja. Die Außenwelt ist ausgeblendet. Du bist nur, musst bei dir selbst sein, weil du hast keine andere Wahl. Da hast du quasi ein Jahr, wenn ich das so sagen darf, meditiert. Ich würde nicht sagen, dass ich abgeschottet war in dem Sinne. So auf die Art, ich habe nichts mehr mitgekriegt oder so. So war es ja nicht. Sondern es ist mehr so, die Erde bleibt stehen, aber mit allen anderen zusammen. Okay. Das heißt, alle anderen sind auch bei dir. Ich habe mich immer sehr behütet gefühlt. Ich habe mich sehr beschützt gefühlt vom Krankenhaus, von meiner Familie. Sehr gut aufgehoben gefühlt, immer sehr wohl gefühlt. Es haben sich alle um mich gekümmert. Ich habe eine sehr krasse Unterstützung erfahren. Jeder hat mir geholfen, auch von meinen Klassenkameraden, meinen Rucksack zu tragen. Ich konnte ihn ja nicht tragen. Ich hatte irgendwann so einen Zierrucksack, ne? Ein Zierrucksack, wie so ein Gepäck-Trolley vom Flughafen. Okay. Ja, genau. Also quasi ein Rucksack einfach nur so zum Ziehen halt, ne? Und ja, du weißt einfach, ey, da geht es halt nicht drum, habe ich für die Mathearbeit gelernt oder komme ich mit dem Projekt hin, um es jetzt mal auf heutige Zeiten so umzuschwenken. Da geht es halt um, Alter, lern erst mal laufen, was ich meine. Ich hatte das letztes Jahr nochmal, ich hatte aus irgendeinem Grund, genau an der Stelle, wo quasi dieses ganze Metall so richtig verbaut ist, du kannst es auch fühlen. Du kannst diese drei, vier Wirbel, die noch rausgucken, auf der linken Seite von meinem Rücken, kannst du fühlen. Ja? Kannst du drüber fahren. Genau an der Stelle hatte ich geisteskranke Schmerzen aus irgendeinem Grund. Also ich konnte nicht richtig schlafen, letztes Jahr, ne? Ich bin nachts aufgewacht und so und habe voll wie so einen Anfall gehabt irgendwie, weil ich, du musst, ich musste den Körper entspannen, damit ich die Schmerzen nicht habe. Sobald ich aber den Schmerz hatte, weil ich mich mal irgendwie bewegt habe im Schlaf, äh, habe ich gezuckt, konnte nicht wieder richtig mich hinlegen, habe wieder gezuckt, so komisch, ne? Und, ähm, das hat so wehgetan. Und auch zu der Zeit, das war dann für drei, vier Tage so oder so, da war mir auch wieder alles scheißegal. Da habe ich mir wirklich so gedacht, Alter, du fühlst dich halt richtig geerdet irgendwo, wie ein Mensch. Du merkst immer, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und das ist einfach, Spaß zu haben, gesund zu sein und nicht irgendwie, Alter, wenn du mit deinem Scheißprojekt nicht hingekommen bist, Mann, scheiß drauf. So, klar ist das wichtig. Und ich bin ja auch wirklich ein sehr, sehr, sehr arbeitstüchtiger Typ, ne? Aber, weiß nicht, so, es gibt Schlimmeres. Ja, das ist ja ganz interessant, weil du bist heute ein sehr arbeitszüchtiger Typ. Weiß schon immer. Aber gesagt, damals warst du schlecht in der Schule. Dann hast du schon sehr früh diese, nennen wir es mal, meditative oder Erkenntniserfahrung gemacht, was ist denn wirklich wichtig? Und vielleicht ist das nicht, keine Ahnung, das Promotionsstudium, wo ich glaube, dass, wenn ich promoviert bin, dann wird mein Leben gut oder was auch immer, sondern Dinge, wie du hast gerade Spaß haben, Familie, gesund sein. So, dann muss ich dein Leben so um die 18, als du 18, 19 warst, drastisch verändert haben, weil da konntest du wieder laufen und konntest jetzt dein Leben mit der neuen Erkenntnis strukturieren und neu aufbauen. Ja, also mit 18 konnte ich, glaube ich, dann eh schon laufen. Das war eher so mit 16, 17, wo ich dann ein Jahr im Rollstuhl war, wo ich dann laufen konnte wieder. Und ich habe auch ein Korsett getragen danach, also so ein Jahr lang, so ein richtig fettes Ding, es wurde an mich angegossen und so, da muss ich jeden Tag mit dem Scheiß da rumlaufen. Mein Leben hat aus mehreren Gründen wieder angefangen, als ich dann so 18, 19, 20 war. Das war zum einen, weil ich halt älter war, wahrscheinlich besser auch Dinge begreifen konnte, das war, weil ich laufen konnte, viel besser auch, also ich hätte auch nicht mehr so einen krassen Buckel und so. Man muss sich überlegen, das war eine Prozedur von fast zehn Jahren. Ich war ja elf und dann ging das so lange und ich war immer im Krankenhaus und immer in der Physiotherapie, jedes Mal. Meine Freundin rennt mir heute noch hinterher mit, Patrick, du musst dieses Jahr nochmal Physio machen, ich muss halt auch eigentlich, heute noch. Aber ich habe einfach keinen Bock. Und mir geht es ja auch gut. Ja? Sag mein Physio auch, der sagt so, ey Patrick, du bist so ein langweiliger Patient, ich gucke halt wirklich einfach nur, drück da ein paar Mal rum und dann gehst du wieder so. Das ist wirklich so. Eigentlich voll die Zeitverschwendung für uns beide, aber mein Physio ist trotzdem sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, warum hat mein Leben neu angefangen? Mit 18. Mehrere Gründe. Ich habe plötzlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, hey, wie? Ich musste ja erstmal ankommen im Leben, so, ich war ja die ganze Zeit weg. Wie kleidet man sich eigentlich richtig? Wie macht man sich eigentlich die Haare? Ja, auch so soziale Gepflogenheiten und so. Das klingt jetzt voll dumm, aber ich hatte schon Freunde und so, klar. Aber ich war ja die ganze Zeit weg und dann bin ich sitzen geblieben und dann habe ich meine heutigen Freunde gefunden, mit denen ich auch immer noch sehr gut befreundet bin. Und meine Stimme hatte ich halt auch immer. Das ist auch noch eigentlich ein lustiges Thema. Ich hatte ja eigentlich nie was so groß, wir hatten keine Kohle, wir waren die ganze Zeit im Krankenhaus, aber ich hatte halt eine coole Stimme und deswegen bin ich auch aufgefallen. Und dann, ja, ich habe neue Freunde gefunden. Ich war plötzlich einer der coolen, weil ich hatte eine coole Stimme und ich war ein bisschen älter. Und dann so in der 10., 11., 12. Klasse bin ich auch besser geworden in der Schule, habe mich mal mehr bemüht. Ja, davor habe ich mich halt nur den Dingen gewidmet, auf die ich Bock hatte, weil Thema arbeitstüchtig und so. Du kannst ultra arbeitstüchtig sein, aber es kommt darauf an, wo. Es gibt Leute, die sind ultra krass im Fitnessstudio, aber sind halt nicht so diszipliniert in ihrem Arbeitsleben. Und umgekehrt genauso. Das ist bei mir zum Beispiel so. Ich kann saugut arbeiten, aber ich bin, wenn ich ins Gym gehe oder so, das mache ich auch wieder. Aber ich könnte öfter gehen. Ich bin aktuell nur ein oder zwei Mal die Woche. Und ich müsste mal dreimal gehen. War nicht der Nikita bei dir? Der Niki Bra? Genau. Genau, bei dem bin ich auch im Training. Ah, bei dem bist du im Training. Ja. Interessant. Ja, ja. Und... Ja. Auf jeden Fall. Ich habe halt auch angefangen mit Sport. Genau, ist auch noch so eine Sache. Ich habe angefangen, Englisch-Nachhilfe zu geben, Gitarrenunterricht, habe auf einmal ein bisschen Geld verdient und so. Und dann ging es erst richtig los, dass ich überhaupt mal was machen konnte. Dass ich überhaupt mal leben konnte, so ein bisschen. Ja, ich konnte mit auf Partys gehen. Man hat nicht sofort gesehen, dass der irgendwas hat. Dass da irgendwas ist. Bis ich auch angefangen habe, meine Schuhe, die ja erhöht werden mussten, links. Da habe ich mir immer nur noch einfarbige Schuhe geholt, damit der Kontrast keiner mehr da war. Das heißt, ich habe weiße Schuhe mit einer weißen Erhöhung. Das siehst du nicht so. Davor hatte ich halt so voll die wildesten Jordans oder so. Und wenn da halt dann eine weiße, fette Sohle drankommt, bei einem schwarzen Schuh. Das sieht man da schnell. Das heißt, du konntest immer normale Schuhe kaufen und da macht man einfach eine Sohle drunter, die einfach das fünf Zentimeter höher macht oder vier oder was. Normale Schuhe konnte ich nicht kaufen. Also ich musste immer darauf achten, dass man die auch erhöhen kann. Das heißt, zum Beispiel kennst du diese Nike Air mit dieser Bubble? Also mit diesem, wie heißen die? Mit diesem Air-System da drin. Ja, genau. Wie heißen die nochmal? Nike Air. Also das war damals, als ich in der Schule war, war das neu. Da war halt das Air-System neu und da hatte man dann so eine Bubble. Genau. Und die durfte ich leider nie tragen. Ich hätte so Bock drauf gehabt. Die durfte ich aber nicht, weil du musst die halt aufschneiden. Und wenn du die aufschneidest, dann... Geht die Luft raus. Ja. Ja, das verstehe ich. Das ist natürlich... Ja, das heißt, ich musste, genau wie du es gesagt hast, also ich habe quasi mir Schuhe gekauft und habe die dann zum Orthopäden gebracht. Und der hat dann die halt aufgeschnitten. Vier Zentimeter Erhöhung drauf oder drei. Und dann wieder die Sohle dran. Wenn es geht. Aber bei mir haben sie sich immer bemüht, weil die wussten, das war mir sehr wichtig. Die alte Sohle zu behalten. Dafür hattest du dann mal genug Geld, um halt coole Sneaker zu kaufen? Ich habe meine Schuhe sehr, sehr, sehr lange getragen immer. Also ich hatte immer so weiße Jordans irgendwann. Und die habe ich dann wirklich ein, zwei Jahre. Die waren so im Arsch und so zerfleddert. Nicht mehr normal. Aber nö, uns ging es dann auch irgendwann besser finanziell. Besser. Aber ich würde sagen, immer noch nicht gut. Und ja, meine Mutter hat mir dann schon mal auch Schuhe geholt oder Klamotten, eine Jacke oder so. Okay, verstehe ich. Was wolltest du dann eigentlich machen, als du in der Schule warst? Wenn man dein 18-jähriges Ich gefragt hätte, was machst du mit deinem Leben? Was wirst du mal werden, wenn du groß bist? Ich habe mal im Bett gelegen und ich war immer so der Jokemaker und immer so der Moderator. Und wenn jemand präsentiert hat, dann war das immer ich. Ich habe immer die geilsten Präsentationen gemacht und so. Ich habe dann irgendwann mal im Bett gelegen und habe mir so vorgestellt, was ist eigentlich nach der Schule? Was passiert dann irgendwann? Und ich habe dann da so gelegen und habe mir so gedacht, okay. Weil ich war ja, wie gesagt, sehr beliebt so irgendwann dann. Habe ich mir so gedacht, okay, jetzt bin ich dann so der Coolste in so einem Büro mit 20 Leuten. Und ich schwöre dir, in der Sekunde hat mich so ein richtiger Blitz getroffen. Das war wirklich durch meinen ganzen Körper durch. Und ich habe mir so richtig gedacht, Alter, das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie will ich das nicht. Ich wusste aber noch nicht, was ich dann sonst machen soll. Ich wusste nicht, was ich selbstständig bin oder so, keine Ahnung. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich wusste ja nicht mal, was das bedeutet. Aber ich wusste, ey, irgendwie, ich will mehr. Ich will nicht einfach nur eine Nummer sein. Weil ich wurde schon lange genug nicht beachtet. Das ist verrückt, dass du gerade gesagt hast, ich war ja natürlich beliebt. Und so in der Situation, in der du in der Schule, in der Jugend warst, du hättest auch die Rolle annehmen können des Behinderten der Schule. Ja, ja, okay, wir hänseln den ein bisschen, dann kriegen wir Ärger fürs Hänseln. So, wir wollen eigentlich nichts mit dem zu tun haben, weil der irgendwie komisch und anders ist. Und du verstärkst das selbst dadurch, dass du denkst, ja, ich gucke mich an, ich kann nicht richtig laufen, ich gehöre nicht dazu. Und dann bist du, nimmst du diese Rolle an. Aber irgendwie hast du das geschafft, die Rolle nicht anzunehmen, sondern dich in eine ganz andere Rolle zu bringen. Und wenn du sagst, natürlich habe ich immer präsentiert und natürlich habe ich die Jokes gemacht. Und irgendwie war ich da in einer Führungsrolle in der Schule. Das finde ich überhaupt nicht natürlich. Aber irgendwie hast du es geschafft. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe diese Behindertenrolle voll geohnt. Also ich habe immer auch dumme Witze drüber gemacht. Ich so, keine Ahnung, ziemlich behindert, hä? Also das ist noch so leichter. Oder da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber diesmal war es nicht ich. Okay. Ja, ja. Also ich habe da schon Witze drüber gemacht. Und ich habe das auch, und die anderen haben auch Witze gemacht und so. Also, keine Ahnung, angenommen, da war irgendwie ein Regal schief oder so. Habe ich gesagt, für mich sieht das gerade aus. Und wir haben Witze drüber gemacht. Okay. Meine Freunde auch. Deswegen ist auch immer, mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich fühle mich auch nicht mehr so. Und ich muss auch sagen, das tut meiner Psyche viel besser. Weil ich habe mich die ganze Zeit auch anders gefühlt. Und ich hatte auch so richtige, wenn ich unter Menschen war, immer so eine ganz komische Anxiety, nennt man das. Angst. Ja. Wusste aber nie, das zu deuten, weil ich mich halt voll anders gefühlt habe. Und ich Angst hatte, was denken die anderen von mir, bin ich komisch und so. Weil mir wurde ja mein Leben lang gesagt, das ist falsch, das ist nicht komisch, du bist nicht richtig und so. War halt so. Und ja, Mobbing war auch ein Thema. Also gerade auch so in der Grundschule. Ich habe halt ziemlich lange Finger. Und wir hatten lustigerweise eine Grundschule mit einer Hauptschule. Frag mich nicht, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist. Das ist ja auch eine krasse Idee. Okay, dann kannst du ja deine Grundschulleben direkt auschecken. Ja, ja. Und dann haben sie mich immer Alien genannt. Also ich war immer Alien, jeden Tag, wenn ich zur Schule gekommen bin. Auf sowas muss man auch erst mal kommen. Wenn du halt irgendwie 90 Prozent, 99 Grad Knick in der Wirbelsäule hast, dann zu finden, dass jemand lange Finger hat, ist ja auch schon wirklich kreativ und zeugt von guter Auffassung. Nicht Auffassungsgabe, sondern einem detailorientierten Auge. Das hängt aber tatsächlich zusammen. Also diese Behinderung quasi, das Syndrom, erst haben sie gedacht, hier Down-Syndrom. Dann haben sie gesagt, das wäre, keine Ahnung, was für ein Syndrom. Bills-Syndrom im Endeffekt. B-E-A-L-S-Syndrom. Das ist halt so, ey, ziemlich lange Finger, generell lange Gliedmaßen. Nee, haben sie wirklich, das steht da so. Deswegen, ich habe auch ziemlich lange Arme eigentlich. Also so für meinen Körperbau. Eine hohe Stirn zum Beispiel habe ich auch. Das sind alles so Sachen, die da mit reinzählen. Meine Nase ist ziemlich schief, wie die Wirbelsäule. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Interessant. Und wir haben, wie gesagt, immer Jokes drüber gemacht und ich habe das immer geowned. Und wegen den langen Fingern, ich bin ja auch zu den Leuten hin, ich habe mit jedem gelabert. Und wir haben damals in Rottweil gelebt, bei Stuttgart in der Nähe. So eine Stunde entfernt. Und da war es so, dass ich wirklich, ich habe mit jedem gelabert. Wenn ich in den Bus eingestiegen bin mit drei, vier. Ich habe jedem erzählt, wer ich bin, was ich mache, wo ich jetzt hinfahre, wer meine Mama ist, was die macht. Ich habe die ausgefragt, wer bist du, was machst du und so. Ich habe jedem gezeigt, was ich für lange Finger habe und so. Voll cool, oder? Da kam das halt nicht so cool. Also die haben es dann quasi gegen mich verwendet. Lange war ich da dann aber auch nicht. Und ja, ich habe das immer geowned. Wir haben immer Witz drüber gemacht, genau was ich sagen wollte. Ein bisschen weird wurde es dann, wenn ich alte Schulkollegen wieder getroffen habe und die dann quasi Jokes gemacht haben, obwohl ich das nicht mehr tue. Okay. Und die dann quasi gesagt haben, ja irgendwas mit Behindert oder was weiß ich. Und ich habe dann auch so gelacht. Logisch, ich finde es ja auch immer noch funny teilweise. Ich bin ja nicht so ein Volltrottel, der dann sagt so, ey, so nicht. Sondern ich habe da auch mitgelacht und habe dann gesagt, ey, jo, ich mache halt keine Jokes mehr drüber. Ja. Ja, verstehe ich. Würdest du, heute ist das gesellschaftliche Klima ja sehr, sehr stark auf tolerant und wir sehen gar keine Unterschiede mehr. Glaubst du, deine Jugend wäre angenehmer gewesen, wenn du jetzt nochmal aufwachsen würdest? Nee, glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Weil es gibt ja teilweise Leute, die dann kriegen dann so Behindertenhelfer in die Schule und so. Ich wollte einfach behandelt werden wie ein normaler Typ. Ich fand es im Nachhinein auch gar nicht so schlimm, dass ich auch normal im Sportunterricht teilweise belotet wurde. Nicht von jedem. Es gab auch Lehrer, die waren so, ey, Patrick, alles so wie, hier kriegst du zwei Punkte drauf oder so. Aber ganz ehrlich, lieber bin ich dann unter normalen Menschen, der Behinderte in Anführungsstrichen, der halt auch mal im Rollstuhl fährt, dem auch dann geholfen wird. Und wenn wir alle gleich sind, warum sollte jemand meinen Rucksack tragen? Warum sollte jemand Rücksicht nehmen? Wobei das ja schon eine medizinische Geschichte war. Das ist nochmal was anderes, glaube ich, als zu sagen, keine Ahnung, ich identifiziere mich als Helikopter oder so. Aber letzten Endes, ich glaube nicht, dass es angenehmer gewesen wäre, wobei ich es aber auch nicht urteilen kann, ehrlich gesagt. Klar kann es sein, dass irgendwie die Leute dann schon viel mehr gesehen haben, weil dann auch Social Media schon viel krasser ist und viel größer und dann ist es halt normal. Ne, ne, ich glaube nicht. Am Ende hätte irgendwer Witze drüber gemacht, dann wäre ein TikTok gekommen oder so wie ich, oder was weiß ich. Also am Ende hätten sich Leute vielleicht drüber lustig gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist doch schwer zu sagen. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Also du kannst halt auf TikTok gemobbt werden, aber gleichzeitig kann auch dann dieses Mobbing-TikTok irgendwie so einen Shitstorm bekommen. Hey, der Arme, wir müssen jetzt mal alle uns mit Patrick verbünden, weil der hier der Schwächere ist oder so. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hätte schon sein können, weil auch auf TikTok oder so sieht man ja auch oft so Leute, die auch tatsächlich eine Bänderung haben, die selber Witze drüber machen oder so. Ja, sieht man, ist gut. Du siehst das. Ich sehe das nicht, weil ich tatsächlich keinen TikTok gucke, aber auch wenn ich TikTok gucken würde, dann würde ich das auch nicht sehen, weil jeder hat ja seine eigene Bubble. Ich sehe jetzt nicht die ganze Zeit nur Werbung für Thrombose-Strümpfe und Rollstuhl-Werbung. Aber dass du da, ich meine, so funktioniert halt der TikTok-Algorithmus, dass du da aufnahmebereiter bist als jetzt ich oder ein Durchschnittsdeutscher sozusagen, weil du halt einfach da irgendwie eine Themenaffinität hast. Ja, das ist ja klar. Bestimmt, aber das waren wirklich teilweise so richtige Jokes, die halt absichtlich für jeden kamen. Also jeder kannte auch die Memes und so. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass es so war, wie es war. Und wie das heutzutage gewesen wäre, vielleicht sogar viel besser. Vielleicht hätte man auch viel geilere Sachen jetzt operieren können. Weiß ich nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Keine Ahnung. Ist ja jetzt schon lange her. Also es ist jetzt 15 Jahre her fast. Die SOP ist ja, stimmt. Meine Freundin kam letztens zu mir und meinte, Patrick, vor genau zehn Jahren wurdest du das letzte Mal operiert. Ich weiß nicht, ob es im Januar war. Dann trackt die euren, oder nicht euren, sondern deinen OP-Jahrestag, aber du nicht. Meine Freundin, die kennt mich gefühlt besser als ich mich selber. Wie lange kennt ihr euch schon? Vier Jahre. Vier Jahre. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir sind beide auf einer WG-Party gewesen, wo wir nicht eingeladen waren und wir sind auch beide keine Partygänger. Also ich hatte eine Freundin davor vier Jahre lang und dann war da irgendwie dann Schluss. An meinem Geburtstag haben wir Schluss gemacht. Sehr, sehr passend. 2019. Und zwei Monate später habe ich dann die Nicole kennengelernt und wir sind wirklich ein Herz und eine Seele. Und wirklich, die arbeitet auch bei mir und wir arbeiten zusammen, wir sitzen jeden Tag quasi aufeinander und wir finden es geil. Ach, das ist gar nichts mit Tinder, sondern ganz so richtig offline und dann arbeitet ihr auch noch zusammen. Meine Schwester hat gemeint, hey Patrick, komm doch mit hier auf die Studentenparty, damit du mal neue Leute kennenlernst und so. Und dann bin ich da auch hin und dann war sie da und haben wir rumgeblödelt und halt erzählt und so. Das war echt witzig. Rumgeblödelt? Ja, geküsst habe ich so auch. Ja, nice. Ja, nee, war schön. Und dann mein Handyakku war leer und ich habe ihr meine Nummer gegeben und habe halt gemeint, hey, melde dich einfach bei mir. Und ich dachte, die meldet sich nicht bei mir. Aber sie hat mir geschrieben und dann habe ich das gemacht, was ich immer gemacht habe, wenn ich Besuch hatte von Freundinnen. Wir haben zusammen eine Pizza gemacht, Mario Kart gespielt und Shisha gebraucht. Nice. Und es hat funktioniert. Nein, aber es war alles super. Ja, ist geil. Pizza gemacht. Also selbst eine Pizza gemacht, Mario Kart gespielt. Genau. Und ich hatte halt meine neue Wohnung und ich habe gerade ein bisschen mehr Geld verdient als Sprecher. Also ich hatte so wie so ein Heimkino und da hast du quasi auf dem Heimkino mit Leinwand und so, die dann runterfährt mitten in der Bude und es war schon eine geile Wohnung. Und die hatten alle nur Studentenbuden. Ich hatte eine richtig geile Wohnung, wo ich auch Partys gemacht habe dann und so. Und ja, da dann Mario Kart zu spielen an einer fast 100 Zoll Leinwand war schon geil. Ja, da bist du ein bisschen der Babbo, ne? Ja, da war ich dann auf einmal cool. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und deswegen fing auch mein Leben neu an. Davon hatten wir es ja. Waren ja wirklich genau so Sachen, die da einfach mit reingespielt haben. Aber da spielt natürlich dieser, was mich besonders interessiert, ist dieser Switch von, ich sitze in der Schule, dann hast du gesagt, gerade, ich wurde quasi nachts wie von einem Blitz getroffen und ich wusste, dass ich nicht eine normale Karriere machen wollen würde. Und dann hast du irgendwann den ersten Sprecherjob bekommen und bist ja mehr so reingefallen, glaube ich, ne? Genau. Also ich hatte da schon immer Bock drauf, so irgendwas irgendwie, weil ich hatte ja eine coole Stimme und so. Und habe dann 2018 mein Abi gemacht, habe aber davor schon als Sprecher so ein bisschen da gearbeitet. Wie kam es dazu? Ich war, wie gesagt, immer schon der, der präsentiert hat und so. Und alle haben halt gesagt, also wirklich, Patrick, mach mal Hörbücher. Patrick, nimm mal was auf. Ich habe dann am Busbahnhof gehockt mit Freunden von mir, das weiß ich noch. Und dann meinte ich zu denen, alter Leute, für so ein Hörbuch, da kriegst du teilweise ein paar tausend Euro und so. Das ist ja voll krass und so. Und die waren alle so, boah, krass, musst du unbedingt machen. Und dann habe ich Englisch-Nachhilfe gegeben in der Schule, Gitarrenunterricht so ein bisschen, der dann teilweise nicht bezahlt wurde. Auf jeden Fall habe ich 150 Euro zusammengespart, mir ein Rode-Mikrofon gekauft, ein Rode N1A. Typisches Standard-Mikrofon. USB oder nicht USB? Nicht USB, also richtig, auch mit XLR-Anschluss so ein schönes. Aber alter, ich hatte ja gar keinen Plan. Ich musste das alles erstmal lernen, hatte dann so spaßeshalber mit einem Freund von mir, dem Martin. Der hatte ganz viel auch so Musik-Equipment und so, der war so ganz affin und die hatten halt auch ein bisschen mehr Kohle. Der hat immer sein Taschengeld mit mir geteilt. Deswegen mittlerweile... Der hat sein Taschengeld mit dir geteilt? Ja. Das ist ja verrückt. Mein bester Freund, bist heute auch einer meiner besten Freunde. Und der hat immer sein Taschengeld mit mir quasi geteilt. Der hat halt immer ausgegeben und eingeladen, wenn wir irgendwo waren. Nice. Das ist aber nett. Ultra. Deswegen, also mittlerweile, wenn wir irgendwo sind, der zahlt keinen Cent halt. Geil. Ich gebe immer zurück und das weißt der auch und ja, deswegen sage ich immer, ich habe, klar gibt es viele Idioten, viele Arschlöcher und so und viele Volltrottel. Aber wenn du die richtigen Menschen findest so, dann ist schon geil. Das ist mega. Lass uns mal zurückgehen zu deinem, du hast gesehen, es gibt mehrere tausend Euro für einen Sprecherjob. Ja. Und du saßt am Busbahnhof. Wie ist das weitergegangen? Ich muss mich übrigens generell dafür entschuldigen, wenn ich die ganze Zeit 100 Themen anfange und so. Ja, das ist alles gut. Es ist meine Aufgabe, dich zu führen. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht es weiter. Ja, ich kann so viel erzählen. Es ist einfach so crazy. Ja, wie war das dann? Ich habe mir mein Mikro gekauft und ich wusste ja noch gar nicht, Sprecher und bla, ich kannte das nicht. Also es war nicht so, dass ich irgendwie wusste, hey Mann, du kannst Anrufbeantworter sprechen und Erklärvideos und so und damit Geld verdienen. Das war ja keine Sache. Okay, ich wusste, du kannst Bücher vorlesen. Audible kannte ich auch nicht. Und ja, ich habe dann gegoogelt, was das Zeug hält. Sprecher gesucht, Sprecherjobs, Sprecherwerden, Sprecheraufträge. Nix gefunden, irgendwelche anderen Sprecher, die sich angeboten haben. Habe halt rumgegoogelt wie ein Vollidiot. Habe irgendwann so Plattformen gefunden, wo ich mich angemeldet habe. Habe dann so keine Aufträge gekriegt und so. Es war richtig crazy. Da hast du dich angemeldet und dann kann man sagen, ich bin Sprecher und hier ist mein Sample. Genau, ich lese jetzt mal, keine Ahnung, den ersten Vers von Faust vor oder sage irgendeinen anderen Satz. Und dann kann ich, wenn ich jetzt eine Werbung schalte, sage, pass auf, du sagst jetzt hier, dass das Glas besonders toll ist. Und dann nehme ich das und binde das in, keine Ahnung, YouTube, Radio oder sonst was ein. Genau so. Das heißt, du hast quasi die, ja, deine Demo. Hallo, mein Name ist Patrick. Das war richtig schlimm gesprochen. Die Aufnahmenqualität war grottenschlecht. Weil ich hatte ja noch keinen Plan, wie es läuft. Ich habe aufgenommen, nur mit kostenlosen Softwares, ohne Effekte. Ich hatte kein richtiges Interface zum Anschließen und so. Mittlerweile habe ich ja, weiß ich, alles. Und ja, ich wurde dann aber gebucht teilweise. Also mein allererster Auftrag war von irgendeinem Juristen, der einen Juristen für Erstsemestler im Jurastudium ein Coaching rausgebracht hat mit Definitionen. Das heißt, ich habe dann Definitionen vorgelesen. Abdingbar bedeutet bla 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 bla. Da habe ich quasi so Definitionen vorgelesen. Hast du damals, du sprichst, wenn du jetzt quasi in deiner Sprecherstimme sprichst, anders als du in deiner normalen Patrick-Stimme sprichst. Hast du da auch schon anders gesprochen oder hast du ganz normal gesprochen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war so, ich habe anders gesprochen. Es war so, hi, mein Name ist Patrick. Ich bin deine Stimme. Das war richtig schlimm. Ich hatte da, du musst halt deine Sprecherstimme auch finden. Und die war halt damals weder ausgebildet noch irgendwie irgendwas anderes. Ich hatte halt gar keine Ahnung davon. Und auf jeden Fall, ich habe das dann eingesprochen mit dem Martin zusammen. Wir waren bei ihm daheim, er hat das auch geschnitten. Ich habe 100 Euro bekommen, wir haben es, glaube ich, geteilt dann. Und dann habe ich mein erstes Hörbuch gemacht, weil da war ein Typ, für den hatte ich irgendwie eine Werbung eingesprochen für sein E-Book. Ja, das war irgendwie so, sichere dir jetzt das E-Book bla 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 für nur einen Euro da und da. Und dann meinte der, ey Patrick, du hast da ein Mikro, du hast da eine geile Stimme, sprich doch das Hörbuch ein. Also das Buch als Hörbuch, ne? Und dann war ich so, ja, das ist klar, gut. Dann hat er mir alles gezeigt, wie man zu Audible kommt. Der kannte sich halt aus, wie man zu Audible kommt, wie man das alles macht und so. Christian hieß der. Und dann habe ich mich da überall angemeldet, habe das Hörbuch eingesprochen. Das war so, alter, geil, ich kann da richtig was sprechen und so. Ich hatte es nicht gemacht für die Kohle. Ich wollte einfach was machen in die Richtung. Dann hat sich das Hörbuch veröffentlicht. Dann hat es sich verkauft. Und ich habe auf einmal eine Überweisung bekommen von Audible. 20 Euro oder so, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr. Dann hast du die Überweisung von Audible bekommen oder der Christian? Wir haben es uns aufgeteilt. Also es war immer 50-50. Wahrscheinlich waren es 50 Euro, die das Hörbuch eingebracht hat. Und ich habe quasi, ich habe die Hälfte davon bekommen und er auch. Also du kannst quasi so ein 50-50-Modell machen. Okay. Und kannst quasi sagen, okay, der Autor kriegt die Hälfte und ich kriege die Hälfte und alle sind glücklich. Oder du lässt dich halt einmalig bezahlen. Ich habe nur Hälfte, Hälfte gemacht. Nur. Okay. Ja. Und ich weiß noch, ich habe bei meiner damerigen Freundin auf dem Bett gehockt. Habe diese, diese, auf meinem Handy so diese, diese Überweisung gesehen. Und ich schwöre, ich habe Freudensprünge gemacht. Ich bin da gesprungen auf dem Bett. Wirklich. Und habe mir gedacht, heilige Scheiße, ich habe was gefunden, was funktioniert. Wenn ich das jetzt ganz, 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 ganz oft mache, dann werde ich damit noch mehr Geld verdienen. Und du musst dir vorstellen, das war 2018. Da hatte ich mein Abi gerade gemacht. Und alle hatten schon Studiumsplätze. Alle hatten schon Ausbildungsplätze. Und weißt du was? Mir ging es richtig beschissen. Und ich wusste nicht warum. Mir ging es mental richtig scheiße. Ich habe dann wirklich auch, ich hatte ja schon als Sprecher gearbeitet so ein bisschen. Das war auch schon, als ich mein erstes Hörbuch rausgebracht hatte. Das war Ende 2017. Und dann habe ich so im März, als ich mein Abi gemacht habe, so 300 Euro verdient mit Hörbuchanteilen oder so im Monat. Das heißt, die verkaufen sich in dieser Sekunde jetzt gerade und ich kriege dann halt meine Anteile ab und fertig. Auf jeden Fall, mir ging es richtig scheiße. Und ich habe dann gedacht, ey, woran liegt es? Mache ich nicht genug Sport? Bin ich jeden Tag trainieren gegangen. Oder fast jeden Tag. Trinke ich nicht genug grünen Tee. Habe jeden Tag zwei Liter grünen Tee reingepfeffert. Gehe ich nicht, stehe ich nicht früh genug auf. Bin jeden Tag halb sechs aufgestanden. Ernähre ich mich nicht gut genug. Arbeite ich nicht genug. Lese ich nicht genug. Und da war ich irgendwann so eine um halb sechs oder sechs Uhr aufstehende, zwei Liter grünen Tee trinkende, zwei Stunden lesende Arbeitsmaschine. Und mir ging es immer noch beschissen. Und irgendwann, das war noch der Punkt, wo ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen als Sprecher, saß ich am Tisch bei mir. Das war so eine Spanplatte, so ein Spanplattenschreibtisch. Dann habe ich da gehockt und mich hat wirklich wie ein Blitz getroffen. Schon wieder exakt dasselbe Gefühl. Boom, voll rein. Und ich habe mich an einen Satz erinnert von Tony Robbins. Kennst du? Klar. Geiler Typ. Anthony Robbins. Power-Prinzip habe ich gelesen von dem. Fetter Schinken, ey. Das war eines meiner ersten Bücher. Und da stand ein Satz drin, der kam mir richtig reingepfeffert. Und es war, eine echte Entscheidung zu treffen, bedeutet, alle anderen Wege auszuschließen. Und ich habe wirklich in der Sekunde eine Entscheidung getroffen. Interessant. Welche anderen Wege hast du ausgeschlossen und für was hast du dich entschieden? Ich habe original in meinem Kopf gesagt, ey, du gehst nicht studieren. Du wirst jetzt Sprecher. Ich hatte zwar keinen Plan wie und wie ich das machen soll und so. Aber das war dann die Entscheidung, die ich gefällt habe. Und ich schwöre dir, in der Sekunde ist der ganze Druck von mir abgefallen. Der gesamte Druck. Ich war so gestresst jeden Tag. Mir ging es nicht gut. Mir ging es wirklich nicht gut. Und in der Sekunde, ich habe eine Entscheidung getroffen. Zack. Das war alles weg. Es war einfach weg. Meine Schultern kamen runter. Ich war auf einmal voll entspannt. Richtig krass. Das war eine Sekundenentscheidung. Und das hast du wieder gemerkt, so wie der Blitz. Hast du öfters so blitzt? Also hast du noch andere Blitzmomente gehabt, außer diese beiden? Ja. Garantiert. Garantiert. Aber so viele in letzter Zeit, weil das so dermaßen schnell vorangeging, dass ich es wahrscheinlich gar nicht auf einen runterbrechen kann. Ich muss mal gerade ganz kurz überlegen. Weil ich habe jeden Tag Erkenntnisse. Ohne Witz. Okay. Jeden Tag. Keine Entscheidung, die ich treffe im Sinne von, boah, das ist jetzt voll die heftige Entscheidung, weil du kannst ja nicht jeden Tag krasse Entscheidungen treffen. Das geht ja gar nicht. Klar kannst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Manche sagen so, ja. Ich meine jetzt sowas, würdest du jeden Tag eine krasse Entscheidung treffen wie, jetzt fange ich an und mache, keine Ahnung, eine Sprechausbildung und am nächsten Tag entscheide ich mich um und sage, okay, jetzt mache ich doch ein Fitnesscoaching. Ich denke jetzt an Elon Musk oder so, der jeden Tag krasse Entscheidungen trifft, aber natürlich nicht für sein Leben krass, aber halt mit Tragweite. Ja, ja, logisch. Nachvollziehbar. Wann hatte ich noch so einen Moment? Das war auf jeden Fall da, wo ich da im Bett lag. Dann, als ich da, als ich da mich entschieden habe, Sprecher zu werden, als ich in meiner neuen Wohnung lag, äh, das erst, den ersten Monat und ich im Bett gelegen habe und Musik gehört habe und ich richtig krass angefangen habe zu heulen. Vor Freude. Warum? Man muss sich vorstellen, wir hatten ja wirklich nicht viel Kohle und das ging ja alles im Laufe eines Jahres, dass ich angefangen habe, Geld zu verdienen, plötzlich eine geile Wohnung hatte, wo ich vorher siebenmal abgelehnt wurde, weil der ist ja Sprecher. Die ganzen OP-Fonds-Geschichten. Kein Geld, uns ging's scheiße, wir konnten uns nichts leisten, großartig und so. Und dann hatte ich plötzlich eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die Größe, die wir hatten zu sechst, hatte ich alleine. Ich habe neue Möbel gekauft, ich hatte ein Studio in meinem Zimmer, ich hatte einen geilen Balkon aus Glas und so. Es war schon sehr modern geil. Da wohnt der Tom, mein Closer, so unser Berater, wohnt da jetzt drin. Wir haben einfach die Wohnung, der ist einfach rein. Ich habe jetzt ein schönes zweistöckiges Sprecher-Penthouse. Nice. Ja, richtig geil. Und ich habe richtig geheult. Das war auch so ein Blitzmoment, wo es mir einfach kam, Alter, du kannst in deinem Leben verdammt nochmal alles erreichen, was du willst. Einfach alles. Ich konnte laufen, mir ging's gut, ich hatte Geld im Vergleich. Ich habe so 3.000, 4.000 Euro gemacht im Monat oder so als Sprecher. Und ich bin wirklich durch diese Wohnung im Unglauben gelaufen, im Unglauben, dass das jetzt wirklich meins ist. So in der Art, ne? Ich bin in das Studio, ich habe geheult wie ein kleines Kind. Das war auch das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich wirklich geheult habe. Bin ins Studio, das war nachts, so um 1 oder 2 Uhr nachts oder halb zwei oder so irgendwas. Und ich laufe wirklich mit meinem Handy in der Hand. Ich habe irgendwie einem Freund parallel eine Sprachmemo gemacht, wo ich irgendwie erzählt habe, Alter, oh mein Gott, das ist alles so krass. Und ich habe da voll rumgeheult. Und bin dann wirklich so in das Studio und habe mir das angeguckt und war so richtig so, Alter, ich arbeite jetzt, das gehört einfach mir. Ich bin in das Wohnzimmer, habe da geguckt, habe die Lichter angemacht, habe da geschaut. Die Rollläden waren elektrisch. Du hast auf den Knopf gedrückt, da kamen deine Rollladen runter. Ich war froh bei uns, wenn der überhaupt funktioniert hat. Ich habe mit meinem Bruder in unserer alten Wohnung, wo wir zuletzt gelebt hatten, die Balkontür ausgestopft mit Decken, weil die scheiß Tür nicht zugiegen und wir sonst im Winter halt einfach voll gefroren haben nachts. Alles war im Arsch. In unserem Zimmer war der Boden nicht richtig ausgelegt, weil der Vermieter das irgendwie nicht gemacht hat. Das heißt, wir hatten quasi so eine voll hässliche Boden-Auslegmatte. Kennst du die? Diese PVC-Matten, die komischen. Ja, PVC kenne ich, ja. Und dann war da einfach so ein Stück Betonboden und dann wieder ausgelegter Boden. So voll hässlich, abgefranzen, abgeschnitten und so. Aber halt einen Teppich drüber gelegt, damit man es nicht sieht. Und dann bist du da in so einer Wohnung mit Fußbodenheizung. Ich habe gedacht, der verarscht mich. Ich habe gedacht, der macht Witze. Und ich war ja schon älter. Ich habe die Sachen alle nicht gekannt. Wer verarscht dich? Der Vermieter habe ich gedacht. Ach so, okay. Der so, ja, Fußbodenheizung und ja und bloß. Ich war so, Digga, was für Fußbodenheizung, Alter. Ich dachte so, ja, ja. Klar so, klar. Aber ich habe dann wirklich keine von diesen Heizkörpern gesehen an der Wand. Und er sagte mir, da regulierst du so die Fußbodenheizung. Und ich habe dann wirklich, auch in dieser Nacht, als ich so geheult habe, ich habe diese Spots gesucht, wo es warm wird. Und habe in der ganzen Wohnung gewusst, wo der Boden warm wird. Weil ich das so geisteskrank fand, dass ich einfach jetzt so eine neue krasse Wohnung habe und so. Mit einem Boden, der warm wird. Ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe diese Spots gesucht, wo es heiß wird. Oder halt warm am Boden. In der ganzen Wohnung. Wusste ich überall. Da wird es warm, da wird es warm, da wird es warm, da wird es warm. Und ich wusste auch, wo diese Rohre verlaufen und so. Ja, und das war so ein Moment, das war für mich so, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dein Leben fängt jetzt neu an. Wie bist du zu diesem Moment, was ist passiert zwischen dem Moment, den du gerade geschildert hast, nämlich mein Leben fängt jetzt neu an und dem Moment davor, ich werde Sprecher und gehe nichts studieren. Ja. Ich habe Hörbücher rausgeschildert ohne Ende. Das war 2018 und als ich gerade mein Abi gemacht habe, meine Familie meinte, ey, wir ziehen jetzt nach Stuttgart um. Und ich dachte, die verarschen mich auch wieder, ne. Ich habe gedacht, ja, ja, komm. Und mein Ziel war im 2018 Ende des Jahres 1000 Euro zu machen im Monat als Sprecher. Und dann habe ich, als meine Familie gesagt hat, ey, im September sind wir raus, da habe ich gemerkt, jo, das wird einfach ernst, die suchen jetzt einfach Wohnungen. Und dann habe ich die 1000 Euro schon geschafft, deswegen ist Druck machen auch sehr gut. Und dann habe ich die 1000 Euro schon geschafft im Sommer 2018 und Ende des Jahres dreieinhalb, 4000 Euro gemacht als Sprecher. Wow. Wie macht man das? Also wie hast du das gemacht? Du hast Leute gefunden, du hast Bücher gesucht, wo es keine Audioversion gab, hast gesagt, pass auf, ich spreche dir das ein, wir teilen uns die Profits und ab dafür. Richtig, richtig, 100 Prozent. Das heißt, ich habe quasi Hörbücher rausgebracht und irgendwann kamen ja Leute auch auf mich zu und haben gesagt, ey, geile Bücher, so, habe ich gehört, hast du auch Bock, meins einzusprechen. Da hatte ich wirklich, ich hatte teilweise 10, 20 Bücher immer in der Pipeline, ich habe die rausgeballert wie kein anderer. Ich mache dir ein 3, 4, 5 Stunden Hörbuch an einem Tag, ein geiles, mit Schnitt und allem. Ich schneide eine Stunde Hörbuch-Audio in 5 Minuten, maximal 10. Alle Fehler raus, alles, weil ich da Tricks habe. Okay. Um das quasi zu markieren in der Audio, wo Fehler sind und so und das macht mir bis heute kein einziger nach und es gab auch niemanden, der so schnell so erfolgreich geworden ist, auf jeden Fall um die Frage kurz zu beantworten. Es kam halt immer mehr auf mich zu. Ich habe immer mehr Hörbücher gemacht, parallel dazu habe ich quasi in so Voice-Over-Plattformen, Voice-Over ist sowas wie ein Erklärvideo, eine Doku, ein Podcast-Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Ungeskriptet-Podcast. Hier trifft Ben Bernd auf extraordinäre Persönlichkeiten, blabliblub, kriegst du halt noch Musik hinten dran. Das nehmen wir eins zu eins zurück. Ja, ja, auf jeden Fall. So Sachen habe ich auch für Freunde eingesprochen und so. Hallo und willkommen bei so und so. Leider sind wir gerade nicht erreichbar. Ich habe da so Sprechersachen gemacht und habe da immer mehr Bewertungen gesammelt. Fünf Sterne, ich war der geilste Sprecher mit dem geilsten Service, mit guten Preisen und so. Und irgendwann war ich halt einer der teuersten, aber alle wussten, ich war der geilste. Ich bin der geilste Service, ich kann sehr gut sprechen und so. Die Aufnahmen sind immer geil. Und ja, dann hat sich das halt so immer mehr hochgeschaukelt. Also ich habe für meine ersten zehn Aufträge über ein Jahr gebraucht. Das war 2017. Aber 2018 ging es dann richtig los oder 2016 sogar schon, wo ich dann quasi mein Hörbuch gekauft hatte, äh, mein Mikro gekauft hatte. Und genau, ich habe dann, und das ist ja jetzt auch noch richtig crazy, ich habe dann, als meine Familie weggezogen ist, da hatte ich so 20 Hörbücher. Zehn, zehn Hörbücher gemacht. Zehn, ja, zehn. Und meine Familie ist weggezogen und ich war dann so, okay, gehe ich jetzt mit meiner Family oder was mache ich jetzt? Und ich war auch übrigens bei Tagen der offenen Tür zum Studium gucken und so, ne? Kurz bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich Sprecher werde. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, nee, ich gehe nicht mit mit meiner Family, weil ich kann da nicht arbeiten. Ich hätte da nicht arbeiten können. Das war wieder kleine Wohnung, dies, das, jenes und so. Und dann bin ich zu meiner damaligen Freundin gezogen, habe dort ein eigenes Zimmer bekommen, weil ihre Schwester gerade ausgezogen war, die Janett, ne? Zu deiner Freundin, die alleine gewohnt hat oder zu der Familie deiner Freundin? Nee, ich bin zu meiner Freundin damals gezogen, die mit ihrer Familie gelebt hat. Die hatten halt ein sehr, sehr großes Haus und ein Weingut so mittlerweile. Und diese typischen Weingutshäuser, vielleicht kennst du das, ne? Riesengroß, riesiger Hof, wunderschön gewesen bei denen. Ich bin auch ultra dankbar. Und ich habe dann dort ein Zimmer gekriegt, habe natürlich dann immer mit ihr dann in ihrem Zimmer so gelebt und gepennt und so. Aber gearbeitet habe ich im Zimmer ihrer Schwester. Das war Teppichboden, alles aus Holz, voll die gute Qualität eigentlich. Auch zum Sprechen und so, da war ich richtig überrascht. Und ich hatte aber keinen Schreibtisch. Ich hatte einen Schminktisch. Das heißt, ich habe den Schminktisch von ihrer Schwester bekommen. Der hatte einen Spiegel, der war ungelogen, also der war vielleicht 30 Zentimeter tief. Die Breite so war okay. Die Höhe auch. Aber ey, der hat gerade so ein Monitor drauf gepasst und eine Maus, ne? Und dann haben wir den Spiegel abgenommen und dann habe ich da wirklich gehockt. Und du hattest quasi noch so eine Schublade unten. Und da habe ich die Tastatur drin gehabt. Das heißt, ich habe immer gearbeitet wie so ein T-Rex. Das heißt, ich hatte auch so Kopfhörer auf immer, ne? Hatte meine Kopfhörer auf, weil ich hatte halt keine Lautsprecher. Konnte ich ja nicht anschließen, wo soll ich die hinlegen? Hatte meinen Monitor drauf. Ich hatte meine Maus und die Tastatur in der Schublade. Habe ich wirklich immer so gearbeitet, weil die Maus war auch zu hoch, ne? Also dieses Ding war ein bisschen zu hoch. Okay, wow. Und hatte dann mein Mikro da dran und so. Und da zu der Zeit, das war dann im August rum 2018, habe ich dann innerhalb von vier Monaten oder so, bestimmt 20, 30 habe ich herausgeschaltet. Das ging noch viel. Schnell, ultra schnell, jeden Tag, nonstop und ich habe mich festgebissen wie ein Hund, wie so ein Kampfhund. Ich wusste, ey, ich habe da Spaß dran und ich muss, das muss jetzt klappen und ich werde alles dafür tun, dass es klappt. Ich habe jedes Hörbuch unter der Sonne vertont, was ich kriegen konnte. Jedes einzelne. Scheißegal, ob es mir was bringt oder nicht, weil ich wollte Übungen, ich wollte mehr Portfolio haben und ich wollte auf Biegen und Brechen Geld verdienen. Scheißegal, wie wenig mir das bringt, scheißegal, wie viel. Hauptsache, ich kann irgendwas machen, um ein bisschen Kohle zu machen. Ich habe dann noch für ihren Vater auf dem Feld Holz gehackt für fünf Euro die Stunde, ohne Schuheerhöhung. Also ihr hattet Stiefel im Schlamm im Winter und habt dann dort wirklich Holz gehackt. Hier werden so riesige Baumstämme, damit ich halt ein bisschen Geld verdienen kann noch, ne? Nebenbei noch. Für fünf Euro die Stunde. Für fünf Euro die Stunde. Davor aber noch, ne? Also bevor ich noch bei denen gelebt habe und so. Der Vater wusste auch, wie es geht, mit dem Geld verdienen. Geiler Typ aber. Also wirklich, der Alex ist mega. Auf jeden Fall, der hat mir das dann halt alles gezeigt und so. Und wir haben dann quasi so Baumstämme gehievt auf so einen Lader und haben dann dort mit so Kettensägen quasi das Ding in so bestimmte Holzscheitlängen geschnitten und dann so gepresst. Und dann kam quasi am Ende so Holzscheit raus für den Ofen, damit quasi Leute heizen können und so. Und das war geil, weil da habe ich ein bisschen Geld noch nebenbei verdient. Und halt, weil mit den Hörbüchern, das dauert seine Zeit. So, die kommen raus, dann verkaufen die sich und dann kriegst du dein Geld. Da können gut und gerne mal zwei Monate dazwischen liegen oder drei. Bis es mal richtig anläuft. Und dann kriegst du dein Geld aber regelmäßig über jeden Monat haben das ein paar gekauft. Aber wenn du jetzt halt 30 machst, dann ist nächster Monat scheiße. Aber halt in einem Jahr vermutlich ganz geil. Nö, in einem Monat danach schon. Also das dauert halt einen Monat, bis die rauskommen und dann halt sich verkaufen. Und dann kriegst du erst dein Geld. Du kriegst nicht jeden Tag fünf Euro, weil das nicht einmal verkauft hat. Und das ging schon recht flott dann. Also richtig flott. Ich hatte wirklich, das waren Sprünge. Sagen wir mal, ich habe tausend Euro verdient ungefähr, als ich dann zu ihr gezogen bin. Aber ich war ein guter Gast. Ich war jetzt nicht so ein Parasit, der dann so war so, ey, wann gibt es ein Essen? Also jetzt werden wir mal schneller. Ich habe Wocheneinkäufe gemacht. Ich habe immer aufgeräumt. Ich habe dafür gesorgt, dass die sich freuen, dass ich da bin fast schon. Ja, cool. War immer ultra dankbar. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe so tausend Euro verdient und dann ging es ja ab. Ich habe Hörbücher rausgeballert ohne Ende. Ich bin nur morgens um neun aufgewacht. Ich habe bis ein, zwei, drei, teilweise vier Uhr nachts Hörbücher gemacht und geschnitten. Nonstop. Es gab keine Pause. Martin, der, der sein Taschengeld mit mir geteilt hat, hat gesagt, der kam teilweise vorbei zu Besuch und wir haben quasi Shisha geraucht oder so. Aber ich war nicht ansprechbar. Ich habe wirklich nur gearbeitet, hat er gesagt. Er war trotzdem da. Meine Freunde waren zu Besuch. Aber es wurde gearbeitet nebenbei. Wie konntest du denn nebenbei arbeiten, wenn du doch sprichst? Schneiden. Okay, du hast es geschnitten, okay. Oder ich habe gesprochen und die haben halt die Klappe gehalten, haben hinten gehockt und haben halt Shisha geraucht im Eck. Na krass. Also es war richtig auch eingeschworen. Also jeder wusste, ey, beim Patrick, da geht es jetzt bald ab und der soll auch arbeiten und der soll auch seine Sachen durchziehen. Da gab es nie Diskussionen, da gab es nie, warum kommst du nicht mit? Ich weiß noch, ich habe auf Snapchat damals noch die ganzen Storys gesehen, wie Leute feiern waren und so. Und ich habe da um 2 Uhr nachts gehockt und die saufen sich da einen rein. Und ich habe da gearbeitet alleine, jeden Tag. Habe mir gedacht, ihr werdet noch sehen. Ne, bald. Wie viel verdient man mit so einem Hörbuch? Also mit so einem, deine Hörbuchbücher, die ersten, die du gemacht hast? Äh, 20 Euro habe ich gemacht mit meinem ersten Hörbuch im Monat. Ja, 20 Euro. Irgendwann 100, glaube ich, oder so. Oder ein Fuffi. Wenn es ein gutes Hörbuch ist, ein gutes Hörbuch, ein solides, 2, 3, 4, 500 Euro im Monat. Wenn es ein Hörbuch ist, das ist relativ schlecht, so 50 Euro im Monat. Wenn es okay ist, sind 100. Na, ist ja schon mal eine gute Summe, kommt jeden Monat rum, so ist cool. Ähm, wenn es richtig geisteskrank ist. Ich hatte auch schon Top 10 Bestseller-Titel auf der Homepage von Audible. Das Ding hat 8.000, 9.000 Euro rumgebracht, jeden Monat. Ich habe auch in der Spitze Ende 2019 15.000 Euro gemacht, nur mit Hörbuchanteilen. Knapp 8.000, 9.000 Euro mit Voice-Overs. Ich war aber auch nur noch am Arbeiten, das muss man wieder dazu sagen. Pro Monat. Ja, ja. Das heißt, als Sprecher in der Spitze 25.000 Euro, fast. Nicht ganz, aber fast. Ich runde gerne auf, aber da muss ich ehrlich sein. Also, war nicht ganz. Okay, du hast als einzelner Sprecher in deinem, ich nenne es mal Kinderzimmer, aber Gäste-Kinderzimmer sozusagen. Fast, aber das war dann, da bist du dann ausgezogen. Da war ich schon in meinem Studio. Dann warst du in deinem Studio. Das heißt, in deinem Kinderzimmer oder deinem Gäste-Kinderzimmer bei deiner Freundin hast du wie viel in der Spitze gemacht, bevor du ausgezogen bist? 4.000 Euro. 4.000 Euro. Ja. Und das ging super schnell. Also, das musst du ja überlegen. Das war im August, ich habe 1.000 Euro gemacht, höre mich rausgeballert. Bam, 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 bam. Das ging wirklich eins, dann zweieinhalb, dann plötzlich dreieinhalb, dann vier, dann viereinhalb. Und dann ging es halt weiter, dann ist es ein bisschen abgekackt, weil ich auch ehrlich gesagt aufgehört habe, so rauszuschallern, weil ich hatte meine Wohnung, ich habe dann erstmal gechillt für zwei, drei Monate oder so, weil die Hörbücher haben sich ja verkauft, mir ging es ja gut und ich musste das alles erstmal realisieren. Das war ja so viel auf einmal, die ganzen OP-Sachen, dann ging es mir plötzlich gut, dann hatte ich eine Wohnung, meine Freunde kamen immer vorbei, jeden Tag, ich war nie alleine, dann habe ich das erstmal genossen und dann habe ich wieder Hörbücher rausgeschallert ohne Ende, dann war ich wieder so bei 3.000 Euro im Monat oder so mit den Anteilen, habe weiter geballert, 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 dann waren das drei, dann waren es irgendwann vier und dann habe ich richtig mitgefiebert, wie es irgendwann fünf waren. Irgendwann sechs, sieben, acht, also es war wirklich monatsweise teilweise ein Tausender mehr oder noch mehr. Und dann September 2019 habe ich das erste Mal über 10.000 Euro mit einer Überweisung aufs Konto bekommen von Audible, das war auch so ein geisteskranker Moment, ich habe mir richtig gedacht, Alter, wie verrückt, wie verrückt, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, ja, deine Family mit dir noch, keine Ahnung. Ja, da musstest du auf dem Flohmarkt gucken, ob du überhaupt was kaufen kannst auf die Art. Und musst gucken, was du zu essen holst und so. Musst voll auf die Preise schauen, kannst nicht alles holen und so. Und jetzt bist du, machst du fünf Stehen, machst über 10.000 Euro im Monat, kannst dir alles kaufen, was du willst auf einmal. Kannst dir halt so, also so von den normalen Sachen halt im Laden, ich weiß noch, mein erster Einkauf, meine Knie haben gezittert. Und dann war das halt so, ja gut, du hörst auf, auf den Preis zu gucken. Du kaufst dir auf einmal neue Sachen, neue Klamotten. Ich hatte mir trotzdem so 10 Euro Asos-T-Shirts geholt, aber ich hatte neue Klamotten. Da habe ich mir ein Auto geholt, mein Auto, was ich heute auch habe. Wunderschöner A7. Und das war so ein Traum von mir. Das war auch so ein Antrieb. Ich bin ein sehr autoaffiner Typ. Und das war immer so ein Ding, ich habe mir immer gedacht, ey, ich will einfach ein geiles Auto haben irgendwann. Geiles Auto und einfach ein schönes Leben. Wie hat das Geld dein Leben noch verändert? Komplett maßgeblich. Und ich würde auch tatsächlich sagen, ohne ein bestimmtes Geld ist das Leben auch nicht schön. Bevor irgendjemand, der sich das anguckt, auch sagt, ja, es geht aber nicht nur um Geld. Digga, ich habe so wenig Asche gehabt, man, du kannst da gar nicht mitreden. Also wenn, es gibt so viele Leute, die da irgendwie sagen, ja, jetzt, also, keine Ahnung, also wenn es hier nur um Geld geht. Alter, es geht nicht nur um Kohle. Aber versuch mal zu überleben, wenn du keine Kohle hast. Meine Mutter hat geweint bei der Caritas, weil wir kein Geld hatten, weil wir uns nichts kaufen konnten. Und weil ich die OPs hatte und so. Und meine Mutter war maßlos überfordert. Da braucht mir niemand irgendwas erzählen über hier, du brauchst kein Geld. Doch. Versuch mal ohne. Das ist wie mit Luft oder Wasser. Also man merkt, es ist auch ein emotionales Thema für mich, ne? Und weil mich das so abfuckt, wenn Leute so eine Scheiße labern. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall, wie hat Geld mein Leben verändert? Komplett, komplett. Das hat mir erst mal mir gezeigt, wer ich bin, was ich will. Weil wie willst du wissen, wer du bist, wenn du nicht die Kohle hast, um dir zu zeigen, wer du bist? Weil dadurch hast du ja erst einen Output. Moment, wie willst du wissen, wer du bist, wenn du nicht die Kohle hast, zu zeigen, wer du bist? Ja. Geld ist ein Verstärker. Und ich, als ich mehr Geld verdient habe, ich habe Freunde eingeladen zum Essen. Ich habe meiner Familie was davon gegeben. Ich habe Menschen eine Freude gemacht, im Mediamarkt, einem Kind irgendwas gekauft oder so. Weil die Eltern gesagt haben, nee, können wir nicht und so. Und dann habe ich dem, keine Ahnung, 20 Euro Nintendo E-Shop Guthaben geschenkt oder so. Oder teurere Sachen teilweise auch, ne? Du kannst, wenn du Kohle hast, erst mal dich selber ja auch äußern. Weil Geld ist ja ein Mittel zum Zweck. Das ist ja was, womit du was machen kannst und womit du dich ausdrücken kannst und so. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wenn Geld zu dominant wird, wird man möglicherweise selbst sein Geld sozusagen. Dann wird man von anderen Menschen, aber auch von sich selbst reduziert auf, ja, ich bin ein reicher Typ, also mache ich das, was reiche Typen machen. Aber das ist ja nicht du. Kein Mensch ist ein reicher Typ. Das ist natürlich eine Gefahr. Du bist nicht das, was du hast. Das ist richtig. Sehr schöner Satz, ja. Das ist absolut richtig. Du besitzt Dinge. Und das war auch bei mir am Anfang ganz krass, weil ich habe halt gedacht, ey, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas habe, so auf die Art. Ah, da gibt es doch diesen anderen Spruch. Du haste was, dann bist du was. Okay, ja. Gibt es doch diesen Spruch. Ich musste zum Glück drüber nachdenken. Das heißt, der ist nicht verankert. Ähm, ja, es ist Blödsinn. Weil, angenommen, ich hätte jetzt gar nichts mehr. Angenommen, ich wäre wieder, und ich war auch in der Wohnung wieder, gell? Also in dieser Wohnung, in der 60 Quadratmeter Wohnung. Ich habe da geklingelt, da am Rumänen gelebt. Und ich habe dann mit Google-Übersetzer gesagt, ey, ich würde hier gerne rein, weil ich stand da im Polo-Shirt. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich will denen jetzt einen neuen Internetanbieter verkaufen oder so. Und dann, davor waren die so, nein, 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 geh weg und so, ne? Und dann habe ich mit Google-Übersetzer quasi so durch die Tür noch so, ey, ich habe hier mal gewohnt, darf ich rein? Und dann waren die so, ja, klar, komm rein, willst du einen Kaffee, willst du Tee? Keine Ahnung, ne? Und dann war ich da drin und das, ja, ich bin da sehr geerdet tatsächlich. Und ich kann, das denken halt wenige so. Viele sehen halt dann irgendwie die fette Karre, die fette Wohnung, hören da Penthouse und keine Ahnung, den ganzen Scheiß. Ey, gib mir ein Stück Toast, hock mich irgendwo hin. Von mir aus eine kaputte, kleine Kackwohnung. Ist mir komplett egal. Ich bin immer happy für mich, ganz egal, was ich habe oder nicht habe. Und ich finde immer Lösungen und ich finde immer Dinge, an denen ich Spaß haben kann. Meine Familie hat immer noch keine fette, krasse Wohnung. Die ist immer noch recht klein. Und wenn, und das ist so eng, weil wir so viele Leute sind im Flur mit dem Tisch, der da steht, dass immer einer aufstehen muss, wenn der andere da durch will. Also was ist es jetzt? Macht Geld jetzt glücklich oder doch nicht? Ist das wichtig oder nicht? Wichtig auf alle Fälle. Definitiv. Wichtig auf alle Fälle, weil es nimmt dir halt Stress und es löst Probleme. Und ich glaube, es ist ganz angenehm, keine Existenzängste zu haben. Weil wenn du die jeden Tag hast und du hast jeden Tag Probleme, das fuckt halt ab. Also ganz ehrlich, ich finde, Geld ist einfach eine Grundlage. Man sollte sich darüber keine Gedanken machen, so auf die Art, boah, habe ich genug und kann ich diesen, kann ich das? Weil, Alter, wofür? So, das ist halt einfach scheiße. Und wir hatten es ja im Extrem. Ich habe meine Eltern neue Stühle gekauft. Das waren so richtig billige Stühle, die die da hatten. Also wirklich gedacht, du haust dich drauf, die brechen gleich auseinander. Ich habe neue Stühle gekauft. Ich habe so eine Musikanlage denen geschenkt für meinen Dad. Ich habe denen eine Kaffeemaschine geholt und so. Das sind zum Beispiel so Sachen, ich kann auch den Nescafé trinken, den die immer getrunken haben aus diesem Pulverkaffee. Das ist kein Thema. Das sind Sachen, das sind Add-ons. Meine Mutter trinkt teilweise trotzdem den Nescafé. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde es ganz angenehm, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, wo dann, ob du dir was zu essen leisten kannst. Oder ob du, keine Ahnung, irgendwie ein Dach über dem Kopf hast. Ob du rausgeschmissen wirst aus der Wohnung. Wir mussten eine Wohnung verlassen, weil wir die Kaution nicht zahlen konnten im Nachhinein. Also wir mussten irgendeine Nachzahlung machen von 4000 Euro. Dann mussten wir da raus. Weil wir uns das nicht leisten konnten. Also es gibt Sachen, die sind halt einfach nicht nötig. Die sind einfach nicht nötig. Und ja, da brauchst du dann eine gewisse Kohle, um das halt einfach machen zu können. Ich sage nicht, du brauchst jetzt eine Yacht und ein Heli und keine Ahnung, einen eigenen Golfplatz. Aber eine gewisse finanzielle Welt, das gehört dazu zum Leben. Genauso wie auch man sich kümmern muss, dass man nicht jeden Tag irgendwelche komischen Drogen nimmt. Das ist wie Gesundheit oder so. Es gehört einfach dazu. Es sind halt die Spielregeln. Wenn du den ganzen Tag irgendwie Bären pflücken willst oder so, kannst du es auch machen. Kannst auch gerne selber eine Landwirtschaft dir aufbauen und selber so nach Eigendingen leben und so. Meine Eltern haben meine Eltern ja auch gemacht. Die waren auch so, meine Mutter kommt aus Polen und die hatten auch so einen Bauernhof und so. Und meine Eltern kannten auch nie so dieses Leben mit Geld und so. Und wenn die das mittlerweile bei mir sehen, ich unterstütze die ja dann auch, für die ist das so, auch so voll komplett krass. Und da merkst du halt einfach, meine Mutter ist sehr genügsam, mein Vater auch. Aber du merkst, die sind nicht, die haben keine Angst mehr. Meine Mutter kam kürzlich zu mir und hat gesagt, Patrick, ich habe keine Angstzustände mehr. Das verstehe ich. Das heißt, es gibt Probleme, die Geld löst. Und da gibt es ein Level, ab dem sind alle Geldprobleme gelöst. Ja. So, das mag vermutlich für jeden Menschen irgendwo ein bisschen unterschiedlich sein. Ja. So, und dann gibt es noch, ich sage mal, Spielsachen, die man sich kaufen kann, wie jetzt ein geiles Auto oder zwei. So, und dann gibt es aber auch vermutlich irgendwo eine Grenze, wo mehr Geld nicht glücklicher macht oder auch keine Probleme mehr löst, weil die Probleme sind irgendwann gelöst. So, am Anfang hast du gesagt, du machst so zwischen 100 und 150 K im Monat. Ich würde mal sagen, die Grenze ist überschritten. Ja. Das heißt, mehr Geld macht dein Leben jetzt nicht zwangsläufig besser. So, das ist halt zum Selbstzweck geworden. Ja. So. Warum willst du noch mehr Geld verdienen? Oder willst du überhaupt mehr Geld verdienen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil man darf mit Geld auch nicht so emotionalisiert sein, so auf die Art, dass es was Schlechtes ist oder so. Und dann so, keine Ahnung, wenn ich, ich versuche mal einfach nur auf die Frage zu antworten. Okay? Also. Erstens, ja, es macht mich jetzt nicht unbedingt noch glücklicher. Das nicht. Aber ich kann damit geile Sachen machen. Ich könnte meine Familie unterstützen. Deswegen brauche ich auch mehr theoretisch. Und ich kann unseren Kunden mehr bieten, aber auch meinen Mitarbeitern. Ich kann die gut bezahlen. Und das tue ich auch. Und weil mein Leben habe ich schon verändert. Mir geht es gut. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern teilweise. Weil wenn manche fragen mich, ich werde wirklich von meinen Mitarbeitern teilweise gefragt, warum machst du das eigentlich alles? Und ich sitze da wirklich mit denen am Esstisch irgendwie in der Pause. Und dann sage ich, ey Leute, ganz ehrlich, mir geht es doch gut. Ich habe ein schönes Auto. Ich habe eine geile Wohnung. Ich habe schöne Klamotten. Ich habe eine tolle Freundin. Ich kann jeden Tag essen gehen, wo ich will, was ich will, wie ich will. Was soll sich noch ändern, außer dass ich andere Klamotten trage, eine andere überhaupt ein neues Auto? So ein V10 wäre schon schön, den bald mal zu fahren. Aber ja, was soll sich denn bei mir noch ändern? Ich will euer Leben verändern. So kitschig, wie das klingt. Ich sage das jedes Mal dazu. Ich sage immer, ey, so kitschig, wie das klingt, aber es ist halt wirklich so. Ich will, dass meine Mitarbeiter richtig gut verdienen. Ich will, dass es denen gut geht, weil die eine gute Leistung bringen. Für unsere Kunden, für mich. Die arbeiten ja für mich. Die stehen morgens für mich auf. Klar haben wir einen Arbeitsvertrag. Ich weiß nicht, ob die für dich aufstehen, aber die stehen auf und dann kommen die zu dir auf die Arbeit. Schon klar. Das ist mir ja bewusst. Ich bin ja nicht so desillusioniert, dass ich irgendwie denke, dass jemand morgens aufsteht und sich denkt, ah, für den Patrick und so. Weiß ich nicht, deswegen. Nein, nein, nein. Also im Endeffekt ist es so. Klar haben wir einen Arbeitsvertrag. Habe ich eben gesagt. Natürlich. Klar musst du zu deinem Job, weil du willst Geld verdienen. Aber Geld verdienen kannst du überall. Urlaub kriegst du überall. Und ein geiler Mensch zu sein, ist nicht einfach. Das ist Arbeit. Wenn du es schaffst, jeden Tag aufzustehen, diszipliniert zu sein, einfach ein geiler Mensch zu sein. Der geht doch trotzdem für mich zur Arbeit. Klar, zu mir auf die Arbeit. Natürlich, weil er für sich arbeiten will. Schon klar. Aber warum kommt der gut gelaunt? Warum hat der Bock? Und ich habe trotzdem auch bei meinem Team das Gefühl, die machen das auch zum Teil einfach für mich. Weil im Endeffekt ist es ja so. Arbeiten ist ja ziemlich naja, repetitiv. Es ist ja jeden Tag das Gleiche, immer wieder dasselbe. Das ist irgendwann eine pure Disziplinsache. Und Geld verdienen können die überall. Dafür müssen die nicht zu mir kommen. Deswegen ist es für mich einfach, sie haben sich ausgewählt, bei mir zu arbeiten, tun das bis heute sehr gerne und arbeiten für mich. Natürlich arbeiten die auch für sich, aber wie gesagt, das könnten die überall. In dem Sinne arbeiten die für mich. Ist nachvollziehbar. Und das finde ich schön. Und das schätze ich auch sehr wert. Und wenn ich meinen Mitarbeitern ein schönes Leben bieten kann, wenn ich meinen Kunden ein besseres Leben ermöglichen kann, was wir auch schon sehr oft und in sehr krassem Maß auch gemacht haben. Und wenn ich meiner Familie ein schöneres Leben bieten kann. Was die aber nicht immer annehmen teilweise. Mein Vater hatte ich schon richtig Diskussionen deswegen. Ich bin dein Vater und nicht du meiner und so. Aber ich kann es ja nachvollziehen. Ja, wenn ich es schaffe einfach, dass es allen besser geht und diese grundlegenden Ängste nicht mehr da sind, wenn du mehr Geld hast, dann ist das halt einfach so, dass die da nicht mehr da sind. Ja, ganz interessant. Ich denke gerade über mich und mein eigenes Mindset nach. Weil ich frage das relativ viel, was Geld mit den Menschen macht und warum die überhaupt aufstehen, warum die weiter das machen, was sie machen. Spannend. Deswegen fragen dich ja deine Mitarbeiter sinngemäß, warum machst du das eigentlich noch? Weil ich komme hierhin, um Geld zu verdienen. Du hast genug Geld, du müsstest hier nicht hinkommen, aber irgendwie kommst du hierhin. Das ist ja merkwürdig. Ja. Sekunde, lass mich aber gegangen, wenn ich darf, kurz zu Ende. Wenn jemand Marathonläufer ist und da läuft keiner drei Stunden auf den Marathon und sagt, mein Ziel ist, zwei Stunden 45 zu laufen, würde nie jemand fragen, ja okay, was machst du denn mit den 15 Minuten, wo du schneller bist? Weil jeder irgendwie verstehen würde, dass das Ziel eines Marathonläufers ist, es gut zu laufen. Und die Zeit ist lediglich das Maß, wie gut der läuft. Aber irgendwie bei Unternehmern ist es immer so, dass man sagt, okay, was brauchst du, wozu brauchst du denn das Geld? Und der Marathonläufer, der braucht die 15 Minuten nicht. Der hat dann nicht, keine Ahnung, der könnte auch mit dem Fahrrad fahren, wäre viel schneller da. Und das Geld ist, so wie ich dich jetzt erlebe und wie ich auch ganz viele andere erlebe und wie ich vielleicht auch mich selbst erlebe, ist eher Maßzahl, also im Sinne von Zeit nehmen, Maßzahl für wie gut mache ich etwas und eigentlich will ich etwas machen, was schwierig ist. Siehe Marathon, drei Stunden wäre schon sehr schnell, aber ich will noch schneller werden. Ich möchte etwas Schwieriges machen. Ich suche eine Herausforderung und mir scheint es so, dass diese Erkenntnis habe ich gerade, dass die Suche nach schwierigeren Herausforderungen, das ist, was viele Menschen unter anderem dich scheinbar, ich glaube ich auch und ganz viele Leute, die hier sitzen, antreibt. Und gar nicht so sehr das Geld. Das ist natürlich nice, aber... Irgendwann ist die Kohle einfach kein Thema mehr. Irgendwann hast du das Spiel durchgespielt. Da geht es nicht mehr darum, Kohle zu haben, weil wenn du so viel Asche hast, dass du irgendwas bezahlst und du merkst es nicht einmal, selbst wenn es teurere Sachen sind, dann ist es ja offensichtlich kein Antrieb mehr. Das ist ja klar. Das ist am Anfang ein Antrieb, das war es auch bei mir. Und das ist echt ein spannendes Thema übrigens. Sorry, dass ich dich vorhin unterbrochen hatte. Easy. Ich bin halt eine richtig krasse Lava-Backe, wenn es um sowas geht. Kann man wirklich meine ganzen Familienmitglieder, meine Freunde fragen? Ich erzähle einfach nonstop. Auf jeden Fall, das ist ein ganz aktuelles Thema bei mir sogar. Weil es ging alles so schnell und so krass und alle finden es geil, was wir machen. Und... Klar habe ich dadurch dann auch finanziell noch mal mehr gehabt und so. Aber irgendwann, das war einfach so... Yo... Was soll ich jetzt damit so... Wir haben einfach dieses Jahr im Januar so... Ich hätte mir die Kohle auch auszahlen können, haben wir ein Kundentreffen veranstaltet. Komplett, wo wir alles bezahlt haben. Wir haben Essen bezahlt, Catering, dies, das. Wir haben den ganzen Tag Event gehabt und so. Wir haben da 30.000, 40.000 Euro ausgegeben. Für einen Tag. Das war ein Samstag oder so. Und... Oder 60. Ich weiß gar nicht genau, wie viel wir ausgegeben haben. Also schon über 30.000 Euro. Weit darüber. Und... Ja, das ist einfach... Das macht einfach Spaß. Auf jeden Fall, mittlerweile ist es so... Das habe ich kürzlich mit meiner Freundin auch besprochen. Ich stehe mittlerweile morgens auf und es ist nicht mehr so dieser Hustle. Dieses... Boah, geil, jetzt muss ich richtig reinhauen, weil ich muss richtig Kohle machen und so. Das ist mehr so normal. Und man muss auch eine neue Motivation finden. Ich finde das richtig krass, weil so als Normalo, da lebst du teilweise von Paycheck to Paycheck, ne? Und du musst arbeiten. Es gibt kein drüber nachdenken, was ist meine Motivation, was ist mein innerer Antrieb. So, die Frage gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt einfach nur Junge, geh arbeiten, sonst bist du im Arsch, ne? Bei uns ist es dann halt so teilweise, dass... Am Anfang ist es natürlich ein Antrieb. Das war es bei mir ganz definitiv, hunderttausendprozentig. Weil wir hatten ja keine Kohle. Und es war wirklich keine schöne Zeit. Das muss man mir dazu sagen. Ja. Wie gesagt, jeder, der sich das anguckt und sich denkt, ja, ja, Kohle und so, geht mal zur Tafel, holt mal euer Essen oder... Ist bestimmt cool. Auf jeden Fall, ähm... Ich habe vor allem in letzter Zeit so gemerkt, mir ist diese Kohle teilweise... Es ist halt einfach normal und es ist nichts, worüber man sich Gedanken macht und es ist nichts, wo man irgendwie emotionalisiert oder so. Deswegen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich würde jetzt gerne was testen, zum Beispiel einen neuen Coach für Livecall bei uns jetzt, will man ja alles online oder eine Werbekampagne und da gehen 10.000 Euro drauf und ich verbrenne die, dann ist es halt so. Das heißt, es ist mir dann auch egal. Wenn ich jetzt aber 10.000 Mal mehr mache in einem Monat, dann ist es mir auch egal. Es ist halt eher so Maßzahl für wie erfolgreich, nicht erfolgreich, was funktioniert, was funktioniert. Genau. Und weniger der Zweck, ja, die 10.000 Euro, dann kann ich mir ja keine Rolex kaufen, eine neue oder was. Genau. Und ich war letztens am Klavier und ich habe auch wirklich, also ich habe mir ein Klavier geholt quasi für daheim damals und lerne halt neue Lieder und so. Und dann habe ich da gehockt und ich habe wieder etwas gemerkt, was ich hatte, bevor ich selbstständig war. Und es war dieser krasse Antrieb, einfach richtig geil zu sein, ein geiler Mensch und einfach, keine Ahnung, so Klavier zu spielen, neue Stücke zu lernen, wenn Leute vorbeikommen, denen was vorzuspielen. Was ich zum Beispiel richtig geil finde, ist es halt wirklich, wie du es gesagt hast, dieses Vorankommen. Weil ganz ehrlich, das habe ich mir auch gedacht, ich bin jetzt 25, ich habe schon vergleichsweise sehr viel erreicht. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich habe wirklich so überlegt, ey, kann das einen Menschen irgendwann unglücklich machen, weil man nichts mehr hat irgendwie. Und ich habe mich auch wirklich sehr oft nach dem Sinn des Lebens gefragt. Ich habe richtig mit mir selber voll philosophiert und so voll überlegt. Das ist auch wiederum so ein Zeichen von, ey Mann, dir geht es richtig gut. Weil wenn du allein schon Zeit hast, darüber nachzudenken, anstatt, Alter, wo kriege ich eine Tomate her, weil ich muss was essen? Dann weißt du, es geht dir gut. Auf jeden Fall, ich habe ewig rum überlegt und so, wieso sind wir eigentlich auf der Welt und warum gibt es Menschen eigentlich und so. Und ich war schon immer so ein Denker und so. Deswegen, wenn man zum Beispiel meine Hörbücher anguckt auf Audible, das sind nur Ratgeber. Okay. Nur, keine Ahnung, so philosophische Sachen und so Sachen, ne? Ganz viele. Und Science Fiction habe ich auch ganz viel gesprochen, ne? Auf jeden Fall bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, dass, dass es im Leben eigentlich einfach nur darum geht, Spaß zu haben. Und die Tatsache, dass man ein Mensch ist, auszukosten, ja? Und Geld gehört mir dazu, klar, ja, würde ich mich jetzt gar nicht so drauf versteifen und so. Mach einfach das, worauf du Bock hast. Das ist das, was ich sagen will. Wenn du Bock hast, der beste Skateboarder zu werden ever, dann mach das. Legst dich ein paar Mal auf die Fresse. Aber ist doch geil, das gehört mir dazu. Weil ohne einen Kickflip mal falsch zu machen, ich kenne mich nicht aus mit so Begriffen, ne? Kannst du halt auch nicht richtig machen. Und ja, ich freue mich einfach voll auch auf diesen Sommer zum Beispiel, weil dieser Sommer ist der erste Sommer, wo es mir richtig gut geht. Und ich werde mir einen Grill kaufen, dafür brauchst du Geld. Ich werde mir Wagyu-Burgerfleisch holen. Also Wagyu ist ja so das teuerste Fleisch der Welt und ist ultra geil, ultra krass. Kann ich jedem empfehlen, der mal ein bisschen Geld gespart hat, das mal zu machen. Ist gar nicht so teuer. Auf jeden Fall, dann wird da gegessen mit Freunden und Familie. Deswegen, ich habe auch eine riesige Terrasse und so. Nicht für mich alleine, um mich da hinzulegen und mich dran aufzugeilen, wie toll ich bin. Was für ein geiler Macker ich bin und so. Und deswegen kaufe ich eine riesige Lounge, wo sich zehn Leute hinholen können. Weil ich es liebe, das zu teilen. Ich habe schon immer geteilt und ich mache das nicht nur für mich. Ich mache das für meine Mitarbeiter. Ich mache das für meine Familie, für meine Freunde. Ich will, dass wenn ein Freund von mir mal ein Problem hat und sagt, oh Patrick, meine Waschmaschine ist kaputt und so. Ich bin da nicht einer, der sagt, oh ja klar, hier sind tausend Euro, kauf dir eine neue. Ich bin einer, der sagt, oh kacke, Alter, was machst du jetzt? Okay, und dann geht er heim und dann steht da eine neue. Ohne, dass der was davon weiß. Wie schützt du dich davor, dass Leute das missbrauchen? Ich bin da schon nicht blöd. Also ich sage es mal so, wenn man weniger Geld hat, hast du auch mit Leuten zu tun, die auch weniger Geld haben. Das sind alles so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, so betrügerische Leute. Das denkt man gar nicht. Also viele sagen ja immer irgendwie, ja, die reichen, die mit Geld, die sind irgendwie blöd. Und keine Ahnung, Alter, ich kenne ja beide Extreme. Ich kenne Leute, das sind Harzer gewesen, so jetzt als diesen Begriff mal zu verwenden. Also jeder weiß, was gemeint ist. Die haben wirklich, das waren Hartz-IV-Empfänger. Und die waren wirklich mit, die haben gegenüber von uns gewohnt. Das waren so richtig Leute mit Fliesentisch. Die haben ihre Kippen auf dem Fliesentisch ausgedrückt. Ja, war normal dort. Ja, die rauchen auch in der ganzen Wohnung und so. Also die gönnen dir dein Nutella auf dem Toastbrot nicht. Alle Kinder, wir waren noch jung, die haben Toast gekriegt mit Nutella. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt einen Toast gekriegt habe. Die haben Cola bekommen, wir haben Leitungswasser gekriegt. Also die gönnen dir gar nichts. Und das sind auch Leute, die dann versuchen, dich auch auszunehmen, weil die haben ja selber nichts. Das sind dann Leute, die versuchen dann die ganze Zeit, boah, das ist aber ein schöner Geldbeutel. Der Julian braucht auch einen Geldbeutel. Darf ich den mitnehmen und so. Das hatten wir ständig, jede Woche. Oder die kommen her mit Tupperdosen im Rucksack, hocken sich zu dir, zu meiner Mom und machen dann so auf cool und blablabla. Und dann am Ende so, oh du, was hast du ein Schönes gekocht. Der Julian, den gibt es nicht. Ich will nur den echten Namen nicht sagen, falls es irgendjemand sieht. Der Julian, der mag dein Essen so sehr. Könnte ich was mitnehmen, so auf die Art. Und dann meine Mutter, ja na klar, kein Thema und wie auch immer. Ah ja, alles gut, brauchst du gar nicht nehmen. Ich hab schon Tupperdosen dabei. Wow. Ja, 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 ja. Also es war richtig, richtig krass. Und da wirst du schon geschult auch irgendwo. Also du, du lernst ganz ehrlich auch damit umzugehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte nie das Problem, glaube ich. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ausstrahle. So auf die Art, du kannst mich nicht verarschen mäßig. Aber irgendwo ist es ja auch ein bisschen cringe. Also so ein bisschen, also ganz ehrlich, angenommen jemand kommt zu mir und sagt, oh Patrick und so und voll cool, was du alles machst und so. Und kommt dann mit, um mit mir zu chillen und geht mit mir in eine Shisha-Bar. Und am Ende, wenn es dann ums Bezahlen geht, bringt die Person sich null ein. Ist noch nie passiert. Glaube ich. Also, nee. Aber ich, ganz ehrlich, ich chill auch nicht so viel mit neuen Leuten. Also ich bin dann eher so mit meinen alten Freunden, da merkst du schon, dass mit manchen bin ich auch nicht mehr befreundet. Nicht, weil die so waren, so auf die Art, ey, ich will jetzt deine Kohle haben oder so. Das ist mir ehrlich gesagt nie passiert, glaube ich. Glaube ich? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Also fällt mir gar nichts ein, konkret. Ja, aber ich habe dann bei den Leuten, die halt dann komisch wurden, komische Sprüche gemacht haben und so, mit denen bin ich einfach nicht mehr befreundet gewesen. Die Freunde, mit denen ich schon immer befreundet war, der Martin zum Beispiel, ist einer meiner besten Freunde. Der hat mit mir meine erste Aufnahmen gemacht. Der hat mit mir die Schallisolation gebaut für unser Zimmer. Wir hatten so vier Meter Holzscheite gekauft, haben 20 Handtücher zusammengenäht und haben die dann da reingelegt und mit einem Handtuch umsponnen. Der hat das mit mir gebaut. Und wenn ich mit dem irgendwo weg war, das war irgendwann normal, dass ich ihn einlade. Aber der hat jedes Mal gesagt, wie viel soll ich dir geben? Teilweise ist der vorgegangen zum Bezahlen. Bis heute lädt er mich ein teilweise. Wie kam der Switch von Sprecher auf Unternehmer? So, ich reiche dir Wasser. Ja, danke schön. Dann darfst du gerne antworten. Ja. Verdammt, habe ich nicht gesehen. Hier ist schlechter Gastgeber. Ach was. Ach was. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt Wasser bekomme. Ja, da kriegst du Wasser. So viel, wie du... Und dann noch Wolwegwasser. Ja, ja, ja. Das neue Wolweg, naturell. Das darfst du nicht sagen, weil die bezahlen dafür nichts. Ah, schade. Noch nicht. Ich nehme mal das wieder zurück. Auf jeden Fall. Wie kam dieser Switch? Ja, ich habe halt das ganze Sprecher-Spiel sehr schnell durchgespielt und ich habe über 100 Hörbücher gemacht auf Audible. Ich habe über eine Viertelmillion Hörbücher verkauft. Ich habe über, also ich habe paar tausend Voice-Over-Aufnahmen gemacht. Genau sowas wie eben gerade, ne? Jetzt neu, der neue Froop-Erdbeere bei Rewe im Kühlregal, ne? Ja, das ging dermaßen schnell und irgendwann, ich wurde halt immer öfter gefragt, hey, wie machst du das? Kann ich das auch machen? Und so weiter. Und dann habe ich halt angefangen, das den Leuten beizubringen. Und es war voll erfolgreich. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das ein bisschen größer. Und dann habe ich angefangen, dass ich Mitarbeiter brauchte. Und dann... Moment, aber kann das jeder lernen oder braucht man so eine markante Stimme wie du? Ich denke, so eine schöne Stimme, wo jeder direkt sagt, hey, geile Stimme, die ist auf jeden Fall förderlich. Nicht nötig, aber ist cool. Aber bei mir, ich war das beste Beispiel. Ich hatte zwar eine schöne Stimme, aber ich konnte nicht so gut sprechen. Das heißt, die Aufnahmen waren trotzdem scheiße. Also eine gute Stimme ist nicht so wichtig. Du musst halt Spaß dran haben. Alleine du zum Beispiel. Du hast ja auch Mikros, du hast ganze Equipment. Das sind auch geile Mikros übrigens. Geiles Equipment. Das ist Rode PSA1, nennt sich der Arm. Das ist schon geil. Und ja, jeder, der Spaß dran hat, kann das machen. Weil es kommt viel mehr auf die Emotion an, als auf deine Stimme. Und wenn du halt gut sprechen kannst, wenn du jetzt nicht so einen krassen Dialekt hast oder einen krassen Akzent. Und dann lernt man sprechen. Die meisten Menschen können ja sprechen, wenn sie erwachsen sind, würde man denken. Aber du bringst denen das dann bei. Das Spannende ist halt, die meisten Menschen, also jeder kann sprechen und jeder kann auch sehr gut sprechen. Also jeder kann sehr gut betonen. Jeder kann sehr gut Pausen setzen. So wie ich gerade eben zum Beispiel. Und die Kunst ist es, das normale Sprechen zu lernen, wenn ein Text dir vorgegeben wird. Das heißt, du hast quasi einen Text und wenn du den vorliest, klingt es auf einmal nicht mehr natürlich. Und das muss man wieder lernen, dass ein vorgelesener Text natürlich klingt, aber gleichzeitig halt auch auf eine gewisse Art und Weise professionell. Und das bringen wir den Leuten bei. Das ist ja quasi Schauspiel, wenn man so will. Wenn du halt deinen Text bekommst auf einem, ich habe damals mal an der Schule halt in so einem Musical-Müll gespielt. Und das war das große Problem. Alle haben ihren Text quasi vorgelesen beziehungsweise auswendig aufgesagt. Und das war der Unterschied zwischen Vorlesen und Schauspiel. Mehr oder weniger zumindest aus meiner Sicht. Also es hängt sehr nah zusammen. Weil dieses betonte Sprechen und Emotionen rüberbringen ist eigentlich immer Schauspiel. Eigentlich ist auch jeden Tag jeder immer am Schauspielen. Auch wir theoretisch gerade eben. Weil ich bemühe mich ja zum Beispiel, allein so eine Handbewegung zu machen. Wenn ich sage, ich bemühe mich, das sind ja Sachen, die beitragen zu einer Rhetorik und allein Rhetorik zu lernen. Oder so eine Pause zu machen, wie ich gerade. Das gehört alles mit ins Schauspiel rein. Das heißt nicht, dass es fake ist. Ja, das nicht. Ja. Man muss ja auch authentisch etwas darstellen können. Das ist ganz wichtig. Es heißt aber, also für mich heißt Schauspiel wirklich seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Das ist Schauspiel. Nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas so zu tun, als wäre man was. Weil das merkt man. Das ist schlecht. Versucht. Das ist kein Schauspiel. Ja. Es ist nachvollziehbar. Ja, das heißt, ich hätte jetzt Schauspiel mehr oder weniger mit etwas Faken erklärt. Aber du sagst, das ist es nicht. Sondern das echte Erleben einer Emotion. Richtig. Das echte Ausleben. Und der Ausdruck dieser Emotion, der muss in Line sein. Also das, was ich sage, muss in Line sein mit dem, was ich fühle. Und das, was ich sage, kann halt technisch jetzt, ich sag mal, verbessert werden. Da gehört ein Feinschliff zu oder dem kann man einen Feinschliff zufügen. Ja. Und in dem Moment, wo das Ganze rund wird, würdest du das als gutes Schauspiel bezeichnen? Ja, wenn es authentisch ist. Weil ein Schauspieler macht sich keine Gedanken darüber, wie komme ich gerade rüber. Ein Guter. Okay. Der lebt es einfach und der lebt diese Rolle. Und der macht sich keine Gedanken. Generell habe ich auch Sprecher und Schauspieler und so. Klar, es gibt auch sehr arrogante Leute da drin. Also das ist logisch. Aber wenn du dich erstmal damit auseinandersetzt, da wirst du auch viel entspannterer Mensch. Weil, stell dir mal vor, das ist auch eine ganz krasse Übung. Das mache ich sogar mit meinen Mitarbeitern, damit die lernen auch mal laut zu sprechen und sich Sachen zu trauen. Stell dir mal vor, du bist irgendwo und einfach so aus dem Nichts guckst du nach oben und sagst, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Wie so ein Vollidiot eigentlich. Jeder, der sich das mal anschaut, macht das gerne mal, pausiert mal das Video und macht das mal richtig ernsthaft. Und spielst dann natürlich wieder. Auf jeden Fall, das ist eine Übung, um einfach mal dieses szenische Erleben mal zu lernen. Wenn man noch nie was gemacht hat in die Richtung. Und das kriegen schon viele gar nicht hin. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nee, die trauen sich nicht. Die machen es nicht mal. Die stehen dann da und sagen Rapunzel und so und haben nicht mal die Stimme und so und sind leise und so. Und das ist, du traust dich einfach nicht. Und sobald du anfängst, dich zu trauen, mit dir selber zu reden, das musst du auch machen, ne? Und Szenen ad hoc, also sofort emotional dich da reinzusteigern, dann fängst du auch an, einfach ein entspannterer Mensch zu sein. Weil dich juckt es nicht mal, was andere von dir denken, weil du hast vor dir selber schon dein Schutzschild abgelegt. Das heißt, du bringst Menschen bei, mehr oder weniger sie selbst zu sein und tatsächlich keine Rolle zu spielen. Um dann, also Schritt eins wäre erstmal, man selbst sein und authentisch sagen zu können, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Zum Beispiel. Und wenn man das vernünftig sagen kann und sich vom Scham befreit, mit sich selbst sprechen kann und sich selbst verstanden hat, dann kommt der Teil, wo man in eine Rolle schlüpfen kann. Dann kommt der Teil, wo du als Mann auch mal eine Frau sprichst. Oder umgekehrt. Weil als Mann eine Frau zu sprechen, schlechtes Schauspiel, wie dieses Faken wäre, Hallo, mein Name ist Luisa und ich verstelle meine Stimme. Ja. Wenn ich als Mann mich aber versuche zu fühlen wie eine Frau und ich davor aber keine Scham habe, weil ich habe ja kein Schamgefühl mehr, dann ist es eine Emotion, die rüberkommt. Hi Schatz, willst du noch einen Kaffee? Ich habe mich extra hübsch gemacht für dich heute Morgen. Ja. Meine Stimme verändert sich nicht krass. Das ist ganz lustig. Ich kann dir ja dabei in die Augen gucken und ich sehe, dass das so in line ist mit dem, wie du dich fühlst. Ja, genau. Du bist quasi gerade ein anderer Mensch geworden. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich habe eine schöne schmale Hüfte, dicke Dudus und sehe richtig toll aus und serviere jetzt deinen Kaffee. Ja, verrückt. Ja, ja. Da habe ich noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Und der Mann liegt im Bett und sagt, ey Schatz, ich, na, jetzt noch nicht, ich stehe erst gleich auf. Ja. Und du musst das ja auch hinkriegen in einem Hörspiel, dass man hört bei meiner Stimme, dass man bei mir raushört, dass da gerade eine Frau spricht. Das hörst du nicht, das fühlst du. Das sind diese Emotionen. Verrückt, das klingt halt einfach so anders, wie du in den verschiedenen, ich sage mal, Stimmmodi wechseln kannst, von Halbsatz zu Halbsatz. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um das zu lernen? Dadurch, dass ich selber ja lange Zeit ohne Ausbildung rumgetorkelt bin, wie lange habe ich gebraucht? Bestimmt ein Jahr mindestens. Also wo ich richtig damit angefangen habe. Wie lange brauchen das die Leute, die bei euch lernen? Ich würde gar nicht sagen, dass das so viel schneller geht unbedingt bei uns. Weil ich glaube, das ist ein Prozess des sich selber kennenlernens. Und ich glaube auch, wenn man das bei uns macht, ist man nach einem Jahr mal so weit, dass man sagen kann, ey, du bist jetzt richtiger Sprecher, auch wenn die Ausbildung zwölf Wochen geht. Danach bist du ja noch kein Profi. Du lernst dich erst mal selber kennen. Du lernst ja erst mal das Sprechen richtig und so. Und die Emotionen, alles drum und dran. Nach einem halben Jahr hast du schon mal Erfahrungen gesammelt, du bist schon gut. Nach einem Jahr bist du wirklich guter Sprecher. Das heißt, man kann sozusagen einen Beruf in zwölf Wochen lernen plus Übung. Ja, genau. Das ist ja das, was wir machen. Also dieses ganze Sprechen lernen und dieses ganze Regeln lernen, Betonen lernen und so, das ist gar nicht so schwer. Das ist wirklich, das sind ein paar Regeln. IG-Regel, das heißt König und nicht König. Ja, dann Betonungsregeln, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, Pausen, wo setze ich die, wann setze ich die, was mache ich da mit meiner Stimme, wann gehe ich runter, wann gehe ich hoch. Zum Beispiel, ich mache es mal an dem Wort, Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, ist runter. Du kannst gerade bleiben, hochgehen, runtergehen und so und das hat immer unterschiedliche Wirkungsweisen. Das kann ich ja alles beibringen. Wenn du hochgehst mit der Stimme, ist es eine Ablehnung. Wenn du gerade bleibst, heißt es, der Satz ist noch nicht zu Ende. Wenn du runtergehst, dann ist der Satz zu Ende. Ja, und das bringen wir den Leuten halt alles bei und üben das mit denen an verschiedenen Texten und so. Und dann kannst du das und dann brauchst du ja Übung, aber im Unterschied zu anderen. Was wir zum Beispiel machen ist, wir lassen die Leute halt richtig üben an echten Beispielen, an echten Kunden. Das heißt, die kriegen dann schon Kunden, die sprechen dann schon Hörbücher. Klar, die sind dann auch schon gut genug dafür, auf jeden Fall. Die Kunden vermittelt ihr oder die lernen sich, die Kunden selbst zu suchen. Letzteres. Also wir bringen den Leuten bei, wie die quasi an Aufträge kommen für Hörbücher und Werbung und Dokus, so wie ich es gemacht habe. Wie kontaktierst du einen Autor? Wie veröffentlichst du ein Hörbuch? Ja, was gehört alles mit dazu? Wie produzierst du das richtig? Und, und, und. Und das bringen wir denen halt alles komplett bei. Und das halt auch sehr, sehr, sehr gut. Und die Sache ist, dann bist du halt fit, machst dein erstes Hörbuch. Das ist kein Bestseller. Natürlich nicht. War es bei mir doch auch nicht. Kann man sich alles anhören. Geht auf audible.de, schaut es euch mal an. Ja, und dann fängst du halt an, Erfahrung zu sammeln dann. Klar, da wirst du noch nicht gebucht von J.K. Rowling für den neuen Harry Potter. Aber du sprichst halt irgendein kleineres, anderes Hörbuch. Ja, und der Autor ist happy. Wir üben das so lange mit den Leuten, bis die fit sind dafür. Und wenn es halt länger dauert, ist es halt so. Das kostet Spaß. Bei uns? Da muss man sich bei uns bewerben, dann findet man das raus. Ja, sagt ihr nicht. Wir sind im anfänglichen vierstelligen Bereich. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das öffentlich irgendwo sage. Im anfänglichen vierstelligen Bereich? Genau. Und dafür kriegt man dann zwölf Wochen und ist dann fertig. Und ein lebenslanges Coaching danach oder kostet das? Also wir unterstützen die Leute auch nach den zwölf Wochen noch. Das heißt, wir bringen den drei Sachen bei. Das ist einmal die Sprechtechnik, die Aufnahme und die Kundengewinnung. Und da haben wir jeden Tag Action. Also wir haben unseren Mitgliederbereich mit Videos, wo wir den Leuten das Ganze schulen. Wir haben Live-Calls jeden Tag mit den besten Coaches Deutschlands. Also wir haben den Schauspiel-Coach von Elias Mbarek bei uns im Training. Oder Jessica Schwarz. Das sind so deutsche Kinokrößen. Und der coacht unsere Teilnehmer. Wir haben Sprechtrainer von der Ludwig-Maximilians-Universität aus München bei uns mit dabei, die quasi dort Dozenten sind. Mich gibt es auch noch. Ich mache hier auch noch Sachen. Und da hat man jeden Tag Gaudi. Jeden Tag Action. Wir haben einen Technik-Coach, der bei uns selber trainiert hat und gelernt hat, der jeden Tag Technik-Calls macht. Jeden einzelnen Tag. Also wenn es Probleme gibt, meldet man sich da an. Und die meisten kriegen schon den ersten Hörbuchauftrag innerhalb der zwölf Wochen. Also es geht sehr schnell sogar. Und danach sind wir immer noch da. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Live-Call kommen willst oder oder oder, dann sind wir da. Jetzt warst du irgendwann bei diesen, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro im Monat als Sprecher. Du hast halt gehasst, es gäbe es keinen Morgen. Du hast viele Hörbücher selbst gemacht. Und jetzt bist du tatsächlich Unternehmer. Wie, das habe ich gerade schon mal gefragt, aber gefühlt habe ich noch keine Antwort bekommen, die mich so richtig glücklich gemacht hat. Wie kam dieser Switch und wann hast du verstanden, ich muss Leute einstellen oder ich spreche ausbilden, weil das ist ja das Kernprodukt. Ja, ähm, ah ja, okay. Wie kam der Switch? Ich versuche richtig drauf zu antworten. Kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich es nicht tun soll. Ich habe Talent dafür, Dinge einfach zu babbeln. Ist mir aufgefallen. Ist ja mein Job. Ja, nein, um Gottes Willen, da habe ich es nicht eingefangen. Ist ja meine Arbeit. Auf jeden Fall, ich habe das ganze Sprecherspiel durchgespielt gehabt und habe dann quasi 2019 gemerkt, ey, irgendwie will ich was Neues. Ich will irgendwie, ich könnte nochmal 100 Hörbücher machen, ich könnte nochmal 500 Hörbücher machen. Bring es anderen bei. Das war dann März 2020, wo ich damit angefangen habe. Dann habe ich aber erst mal Stimmtraining nur gegeben. Hab gemerkt, es war so nervig, so langweilig. Ja, hier ein Zwerchfelltraining, muss den Leuten dann auf dem F ausatmen und so. Es war richtig langweilig. Und dann habe ich so im Sommer 2020 damit angefangen, dass quasi, während die Hörbücher natürlich weiterliefen, dieses Coaching aufzubauen, erst mal eins zu eins mit Leuten zusammenzuarbeiten, um zu gucken, was läuft schief, was kann ich den Leuten nicht so gut erklären, wo muss ich didaktisch erst mal nachhelfen und lernen und gucken, ey, was ist für mich selbstverständlich und für die nicht. Ich muss ehrlich auch sagen, ich hatte Schiss davor, ein Team aufzubauen. Ich wusste, hey, selbstständig sein bedeutet irgendwann, vielleicht sogar Mitarbeiter zu haben. Und ich weiß noch, ich habe da gehockt mit meinen 20, 21 Jahren oder so an meinem Schreibtisch und habe mir so gedacht, Alter, ich irgendwann in so einem Büro, Chef mit Mitarbeitern, ich habe mich da vorgestellt in so einem Anzug und so, so ganz weird, ich hatte da irgendwie Schiss vor, war sehr nervös deswegen. Und ja, 2020 habe ich dann tatsächlich auch Ende des Jahres, als dann alles schon stand, ich hatte schon das Coaching, ich habe es auch schon ein paar Mal den Leuten verkauft und so und die fanden das geil und es haben schon ein paar Leute teilgenommen. Und dann hatte ich einen Freund von mir als Mitarbeiter angestellt und wir haben bei mir am Wohnzimmertisch gearbeitet, wo meine Freundin und ich gelebt haben. Und die ist ja dann zu mir in die Wohnung eingezogen, die Nicole. Und dann haben wir da am Wohnzimmertisch gearbeitet und haben da so mit Laptops gehockt. Da gibt es auch noch ein Bild von, das ist auch richtig witzig. Und ja, dann haben wir uns im selben Haus eine Wohnung genommen und das war ja dann der Schritt, das war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, das ziehst du jetzt größer auf und da holst du jetzt Mitarbeiter. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass das ein kleines Ding wird. Ich will der größte Anbieter werden in Deutschland für künstlerische Sachen. Ich will derjenige sein, der, wenn Leute als Kinder sagen, ey, ich will irgendwann mal Schauspieler werden, ich will Sänger werden, ich will Sprecher werden, dass die Leute zur Golden Voice Academy gehen, zur Golden Singing Academy, zur Golden Acting Academy, was weiß ich, was es bis dahin halt gibt. Ich habe die ganzen Domains mir schon gesichert. Also ich denke da auch voraus. Und ja, dann hatten wir diese Wohnung. Das war schon ein Schritt, weil du hast auf einmal eine ganze Miete, die du mehr zahlen musst und Strom, der ganze Kram. Und dann hatten wir da gearbeitet und so und immer mehr Leute gewonnen dafür. Und die fanden das richtig geil. Wir hatten dann auch so Schaumstoffwände, wo wir dann quasi die Beratungsgespräche geführt haben. Das machen wir bis heute so, weil es sieht richtig geil aus. Und dann musste ich das alles erstmal lernen. Prozesse, Systeme, Mitarbeiter, bla bla bla, Abläufe, Skripten und so weiter. Alter, das war ja so krass. Da musst du dich da um 100 Sachen kümmern und das halt auch gleichzeitig. Und idealerweise irgendwie Geld verdienen, mehr Geld verdienen, als man ausgibt. Ja, genau. Das ist ja so der Kern. Das kommt noch wieder zu. Das heißt, du bist eh schon voll am Strugglen und lernst ja erstmal, wie läuft das alles überhaupt und wie baut man sich das überhaupt auf. Und du musst ja alles gut können in so einem Bereich. Du musst dich vermarkten können, du musst dich verkaufen können. Du musst wissen, wie dein Branding so ein bisschen ist. Also wie kommst du rüber? Und ich rede das ja auch gerade nicht so in kleinerem Stil. Wir machen das ja schon ziemlich erfolgreich. Und dann hast du Mitarbeiter. Wen stellst du an? Wie arbeiten die überhaupt? Was sollen die überhaupt arbeiten? Wie halten die sich an Regeln? Was, wenn was schief geht? Der ganze Kram, also das musste ich alles erstmal lernen. Das war 2021, wo das dann losging im April. Also vor genau zwei Jahren, dass ich angefangen habe, Leute einzustellen. Und seit letztem Jahr sind wir jetzt auch TÜV-zertifiziert. Das heißt, wir sind TÜV-zertifiziert vom TÜV Rheinland nach ISO-Norm. Und das heißt, wir haben Prozesse und Systeme mittlerweile. Und sehr, sehr gute sogar. Sodass die auch den TÜV bestanden haben. Und ja, das war dann so, ich habe dann immer mehr Mitarbeiter gehabt. Und dann war irgendwann die Wohnung zu klein. Dann mussten wir ein neues Büro nehmen. Und dann haben wir quasi dieses neue Büro genommen. Und ich habe so viel investiert in diesen Traum Golden Voice Academy. Dieses, ich will das den Leuten zeigen. Und es hat ja mein Leben verändert. Jetzt will ich es auch anderen eben die Möglichkeit geben. Was wir bis dato schon getan hatten. Also wir hatten viele Leute, die waren angestellt. Sind mittlerweile selbstständig. Haben sich als Sprecher selbstständig gemacht. Und verdienen halt auch 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder mehr. Und die haben es vorher auch teilweise selber versucht. Auf jeden Fall war es so. Das war 2021. Ich habe so viel investiert. So viel. Ich habe Mitarbeiter angestellt. Ich habe ein neues Büro genommen. Neues Equipment gekauft. Du musst ja Laptops holen. Dann musst du Werbung machen. Dann musst du dies, das, jenes. Ich habe seit Juli 2021, als das dann so losging, jeden Monat 40.000 Euro Minus gemacht. Und wir haben nicht so viel gemacht im Monat. Also wir haben weniger gemacht. Deutlich weniger. Und dann hatten wir das neue Büro. Und dann waren irgendwie mal die Mitarbeiter weg. Dann war ich weg und so. Und alter. Ich weiß noch, da war ich auf Teneriffa im Urlaub. Weil wir haben den Umzug in das neue Büro. Das war ein großes Büro dann. Weil wir brauchten ja eins. An einem Tag durchgehasselt. Und richtig reingehauen. Dann hatten wir noch das Geldproblem und so. Weil ich ja einfach auch nicht wusste. Ey, wie komme ich an Kunden? Wie bringe ich das den Leuten richtig rüber und so? Wir haben damals den Leuten so quasi Briefe geschickt. Sängern, Rednern und Schauspielern. Und das lief auch super. Und die fanden das alle voll geil. Und dann habe ich halt so viel investiert, dass ich halt jeden Monat Ultra Minus gemacht habe. Das hat mich voll gestresst. Und dann hatten wir das neue Büro. Ich habe den Umzug gemacht. Und dann war ich auf Teneriffa. Und stand fünf Tage lang dermaßen neben mir. Kennst du das, wenn du bist wie so ein Zombie? Ja, du weißt, wovon ich rede, ne? Das ist so ein komischer Zustand. Der nennt sich Entpersonalisierung. De-Personalization oder De-Realization, also Derealisierung. Du guckst quasi, also du sitzt quasi in deinem Kopf und guckst aus deinen eigenen Augen raus. Also das ist ganz komisch. Du hast das Gefühl, du guckst deine Hände an und das sind nicht deine Hände. Hat jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben übrigens, ne? Und das hatte ich fünf Tage lang. Fünf Tage am Stück. Und ich war so gestresst, weil ich wollte, dass es klappt. Und dann, da sieht man es wieder mit der Kohle. Woher hattest du denn die Kohle, um minus 40 Kali im Monat zu machen? Da musst du erst mal ein bisschen was verdient haben. Ja, ich hatte ja was angespart. Okay, hast du gespart, hast du nicht geliehen. Nein, 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 nein. Ich habe mir nie Geld geliehen, noch nie. Das war angespartes von dem Hörbuchkram. Okay, krass. Und dann war es bam, bam, bam. Und dann ging es die ganze Zeit. Und ein bisschen hatten wir ja noch von den Vormonaten, weil es da ja gut lief, wo ich noch alleine war mit meinem einen Mitarbeiter, mit dem Freund von mir. Aber dann hatten wir halt auf einmal drei. Ne? Und ein neues Büro. Und neues Equipment. Und neues dies, neues das, neues Denes. Also es war so viel, wo ich Geld reingeschallert habe, wie bis zum geht nicht mehr. Ja, dann haben wir minus 40 K gemacht jeden Monat. Das ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich ultra gestresst war in dem Urlaub. Dann wurde es besser. Ich kam wieder zurück. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht. Und dann war das im Oktober so schlimm. Ne, im November. Dass wir nur noch 20.000 oder so auf dem Konto hatten. Und ich halt wusste, ey, noch einen Monat, wir sind im Arsch. Noch einen Monat und jala, dann sind wir kaputt. Wir haben keine großartigen Leute mehr erreicht. Jeder hat schon einen Brief von mir gekriegt. Ne, und dann war es so, wir haben auch, das war auch super, das hat sehr gut funktioniert. Und dann war es so, dass ich alles auf eine Karte gesetzt habe. Weil ich wusste, wir werden eh in den Arsch gehen. Es wird eh, es wird nichts mehr. Und dann habe ich die gesamte Kohle genommen und habe einen neuen Werbeweg eingeschlagen. Habe das gesamte Geld da rein investiert. Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Ne, und dann waren wir im Monat drauf. Davor waren wir die ganze Zeit so bei 20k ungefähr. Und dann im November, ähm, Dezember 2021 waren wir bei 100k. Und seitdem durchgängig. Und davor halt nie. Was war der neue Werbeweg? Unter anderem YouTube, Google, Facebook, Instagram. Es war einfach Online-Werbung. Es war einfach Online-Werbung. Wir haben einfach Werbung geschaltet über die gesamten Plattformen, was man so kennt. Und halt nicht mehr dieses, jo, ich schicke dir jetzt einen Brief und dann meldest du dich selber. Sondern wirklich, ich habe online, ich habe die gesamte Kohle in Online-Werbung geballert. Und dann ging es ab wie Sau. Also wie Sau. Wir haben nicht mehr nur die Leute erreicht, die schon affin sind mit dem Thema im Sinne von Ich bin Sänger. Sondern wahrscheinlich jemand, der jetzt hier auch so zuschaut. Also jemand, der im Büro arbeitet oder so und einfach Bock drauf hat und das cool findet. Und die haben sich dann bei uns gemeldet. Meine Website war geil. Wir hatten einen geilen Imagefilm. Geile Testimonials, Bewertungen. Alles durch die Bank weg. Super. Ja, und dann ging es richtig. Richtig ab. Also Dezember 100k. Januar 100k. Mitarbeiterin war nicht da. Februar 30k. März 100k. Alte Mitarbeiterin entlassen, weil wollen wir gar nicht drüber reden. April. Und dann ging es die ganze Zeit so weiter. So 70, 80, 90 oder so. Und dann haben wir noch mehr Werbung geschaltet, weil ich einfach eine neue Werbeanzeige selber mir überlegt habe. Das war einfach ganz simpel. Hey, willst du Sprecher werden? Jo, geil, melde dich bei uns. Wir sind cool. Bla, bla, bla. Fertig. War ein animierter Film. Richtig geil. Wir sind auch die Einzigen, die das so geil hinkriegen. Es gibt wirklich niemanden in dem Markt, der das so macht wie wir. Die denken teilweise, dass sie es so hinkriegen, aber es ist wirklich einfach nur lost. Auf jeden Fall. Ja, das hat mittlerweile über 600.000 Aufrufe. Wir haben über 8.000 Leads, also über 8.000 Leute, die sich bei uns beworben haben schon. Wow. Jeden Tag, teilweise in der Spitze 30, 40 Anfragen. Jeden Tag. Wir nehmen aber auch nicht jeden an. Weil erstens können wir es nicht. Und würden wir zum Beispiel jeden, weil Sprecher ist eine delikate Sache in Anführungsstrichen. Das ist was, da muss man aufpassen. Weil nicht jeder, jeder, jeder kann Sprecher werden. Wenn du deine Muttersprache nicht deutsch ist und du deutsche Texte nicht flüssig vorlesen kannst, dann ist es schwierig. Das klingt ein bisschen hart jetzt. Aber ich will der Person halt auch keinen Scheißdreck verkaufen. Und am Ende hocken die da und haben Geld ausgegeben. Im anfänglichen vierstelligen Bereich. Und hocken dann da. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich sehe das sehr langfristig, wie gesagt. Und wenn wir dann, wir filtern die Leute auch sehr gut raus und gucken dann, ey, mit wem macht das Sinn? Mit wem macht das wahrscheinlich keinen Sinn? Wer hat Bock da drauf auch richtig? Alleine, wenn wir uns persönlich mit der Person nicht verstehen, weil die halt irgendwie frech wird oder so. Dann sagen wir halt auch, ey, Alter, dann mach es lieber nicht. Oder wir haben da auch keinen Bock drauf, mit dir zusammenzuarbeiten in dem Fall, wenn es halt so eine Person wäre. Weil, warum willst du dich von jemandem coachen lassen, den du nicht magst? Oder wo du irgendwie, keine Ahnung, komisch wirst oder so. Ja, und damit halt der Ruf gewahrt bleibt und so, achten wir da sehr stark drauf. Wie gesagt, wir haben da 30, 40 Anfragen jeden Tag. Mittlerweile sind es immer noch so 20 oder so. Weil mittlerweile kennen uns halt auch sehr viele. Das heißt, wir fangen bald an mit so Brandingfilmen. Das heißt, ich hole die Leute nicht mehr ab und sage, hey, willst du Sprecher werden? Melde dich bei uns. Sondern jetzt fange ich langsam dann an mit, ich habe schon direkt so einen Film im Kopf. Den werde ich dann auch umsetzen mit Schauspielern und mit Kinomachern und so, mit Kinofilm machen. Und dann werden wir auch noch mal 30, 40, 50.000 reinstecken. Ich will da so einen Film machen, wo quasi, wo man so eine Schulklingel hört. Und dann ist man so in der Schule und dann ist so der Lehrer an der Tafel und schreibt so irgendwas auf, sowas wie Traumjob oder so. Und dann geht es quasi so, Nahaufnahme von so einem Kind. Und das ist ein Mädchen. Weil viele von unseren Kunden sind tatsächlich weiblich. Und dann wird das Mädchen quasi gefragt, und du, Julia, was willst du mal machen, wenn du groß bist? Und dann sagt er, ich will Synchronsprecherin werden. Und alle sind so, mach doch was Gescheites. Da verdienst du doch kein Geld und so. Ja, und dann kommt ihr nach Hause, macht ihr Abi und so. Und dann fragen die Eltern, und Kleines, was willst du machen? Willst du hier, was weiß ich, studieren gehen wie deine Mutter und ich? Was machst du? Wie so, ja, Papa, ich habe überlegt, Sprecherin zu werden. Nein, du gehst genauso studieren wie deine Mutter und ich. Und dann wird die halt unglücklich und so und geht ihren Job nach und wie auch immer. Und irgendwann sieht sie wieder Werbung von uns. Und bewirbt sich halt mal. Schickt es aber nicht ab. Also will es abschicken, aber macht es nicht und so. Also wird halt so ein bisschen emotional, weil es ist genau die Reise. Die Leute wollten immer irgendwas in die Richtung machen und haben da Bock drauf und so. Und dann holst du die emotional ab und nicht mehr mit diesem, hey, hier sind wir, komm vorbei. Hey, hier sind wir, komm, los, Beratungsgespräch. Sondern wir verstehen dich. Wir sind den Weg selber gegangen und das ist ja auch so, faktisch. Da gibt es ja ein Riesenprinzip Hoffnung, was da verkauft wird, wie in vermutlich vielen anderen Produkten auch. Du sagst, jeder kann Sprecher werden, wenn er nicht, ich sage mal, mit Akzent Deutsch spricht. Also eine Grundvoraussetzung ist vernünftig, Deutsch sprechen zu können. Ja. Und überhaupt vernünftig sprechen zu können im Sinne von Sprachfehler frei. Also ihr macht keine logopädische Behandlung. Doch auch. Also wir haben auch einen Europäen bei uns im Training. Ach, verrückt. Ich empfehle jedem, der einen heftigen Akzent hat, einen heftigen. Ja gut, was ist jetzt heftig? Wenn du aus der tiefsten Schweiz kommst und in einer Holzhütte lebst, ist es wahrscheinlich ein hart Akzent. Da sprichst du eher fast eine andere Sprache, als dass du einen Akzent hast. Dann empfehle ich auch immer, ey, sieh zu, dass du irgendwie in eine logopädische Behandlung gehst. Aber sonst für Dialekte und Akzente, wir haben extra Logopäden dafür da. Also wir haben Logopäden, die sich da mit den Leuten hinhocken und denen Tipps geben und Übungen geben und das abprüfen. Also die sich da mit dir hinhocken nächste Woche, nochmal, und gucken, hat sich das gebessert. Und wir haben wirklich Leute, die kamen rein mit so einem Nürnberger R und sagen, hallo Patrick. Ja. Oder auch Österreicher. Da hörst du gar nichts mehr, sobald die einen lossingen vom Mikro. Easy peasy. Aber die sprechen in ihrer normalen Stimme noch mit Akzent und können das jetzt umstellen auf Hochdeutsch. Auch, ja. Ja, lustigerweise gibt es Leute, die singen in Hochdeutsch, aber sind Österreicher. Aber singen perfektes Hochdeutsch. Ohne rollendes R, ohne gar nichts. Das ist ja verrückt. Das ist schon komisch, weil du merkst es ja, dieser Sprechzustand ist ein ganz anderer als der normale. Da gehst du irgendwie, da sprichst du einfach anders. Wenn ich zum Beispiel normal spreche, ich habe so einen leichten S-Fehler. Du hast einen S-Fehler. Ja, ich weiß, ich höre es auch nicht. Aber meine Hater hören es und alle irgendwie werde ich darauf angesprochen, dass ich einen S-Fehler habe. Dankeschön, aber schön, dass es nicht auffällt. Aber vielen fällt es tatsächlich auf. Viele sagen dann, ja, ist es wie so ein Kennzeichen von mir mittlerweile fast schon. Und sobald ich anfange, in der Sprecherstimme zu sprechen, ist das auch nicht mehr so dominant teilweise. Ich habe jetzt versucht, den S-Fehler zu hören. Ich höre ihn nicht. Danke, ich höre ihn auch nicht. Bei scharf oder bei weich? Ganz normal, einfach immer beim S. Also ich habe es ja auch jetzt, ich habe es ja geübt mittlerweile. Ich habe versucht, darauf zu achten selber. Und es ist gut, dass es nicht mehr so auffällt, weil davor habe ich schon anders gesprochen. Da hat die Zunge noch die Zähne berührt. Und alleine, wenn ich spreche und sage, die Zunge, so Face-Reader, die sehen das bei mir. Alleine Face-Reader habe ich gerade eben auch komisch ausgesprochen. Aber es ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch scheißegal. Das juckt mich nicht. Ich habe als Sprecher noch nie jemand so schnell so erfolgreich geworden und so. Und ich bin auch der lebende Beweis dafür. Du musst nicht perfekt sein dafür. Ich konnte nicht gut sprechen. Ich hatte keine krasse Ausbildung. Ich hatte gar nichts. Ich hatte nicht mal ein krasses Mikro. Ich hatte keine krassen Ausstattungen. Ich hatte keine Akustikelemente. Ich hatte keinen Plan. Das war eigentlich alles maßlos beschissen. Und gut sprechen konnte ich auch nicht. Irgendwie hast du es trotzdem geschafft. Ja. Ich sage nicht, dass jeder damit super erfolgreich wird. Auch bei uns nicht. Ja. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Ich kann dich da hinbringen. Was du draus machst, weiß ich nicht. Kann sein, dass du dich nie hinhockst, nichts machst. Ich kann dich jeden Tag anrufen. Ja. Wir lassen die Leute das gerne machen und so. Und ich gebe jedem auch die Chance und so. Und klar, ja, wir verdienen noch Geld damit. Was für die gibt es eine Chance? Schon klar. Ey, uns geht es gut. Super. Wir haben kein Kundenproblem. Ja. Wir haben eher ein Problem damit, die Leute abzulehnen, weil wir teilweise einfach auch nicht jeden da, keine Ahnung, durchlassen können einfach. Weil es einfach keinen Sinn macht. Bei manchen. Ja. Bevor jetzt jemand Angst hat, irgendwie sich einzutragen oder so. Wenn man cool drauf ist und Bock drauf hat und so, wir merken das ja. Aber wenn du halt, keine Ahnung, keinen Laptop hast oder so zu Hause, wie willst du deine Aufnahmen machen? Dann sagen wir nicht, yo, mach es am iPad. Da gibt es auch eine Cubase-App. Da gibt es auch die Software, die wir brauchen. Du kannst auch mit GarageBand aufnehmen. Aber dann hol dir lieber einen Laptop, spar noch ein bisschen Kohle und so. Wir haben es nicht so nötig. Wir handeln. Okay. Verstehe ich. Ja, interessantes Game, so das Sprecher-Game. Lustigerweise ist ja, wenn man auf Deutsch von einem Speaker spricht, ist das etwas anderes als ein Sprecher. Also das ist ein irgendwie nicht internationalisierter Begriff. Ja, und da gibt es halt, da haben wir kurz vorher gerade drüber gesprochen, Synchronsprechen halte ich für irgendwie total, also verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Das hast du gerade ganz, ganz schön, bevor wir aufgenommen haben, vorgemacht. Jetzt mittlerweile hast du in dem Podcast diverse Stimmmodulationen benutzt, um einfach mit anderen, wie sagt man dazu, anderen Modulationen und anderen Stimmen zu sprechen. Ja, Stimmlagen, Stimmmodulationen, ja. Okay. Aber das heißt, wenn man Synchronsprecher werden wollen würde, dann kann man sozusagen auch, man lernt diese Stimmmodulation und dann, ob man jetzt ein Hörbuch spricht, ob man Synchronspricht, man muss nicht genau, irgendwie muss man ja beim Synchronsprechen auf die Silbe genau und da ist ja das Timing viel wichtiger als bei einem Hörbuch. Ja. So, wie funktioniert das? Das ist, glaube ich, meine Kernfrage. Ich bin ja selber kein Synchronsprecher in dem Sinne, ich bin ja Sprecher für Hörbücher, Werbung, Dokus und so. Natürlich kenne ich trotzdem das Prinzip, ich habe auch schon hier und da Sachen synchronisiert. Im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht so schwer. Man stellt es sich sehr schwer vor und ja, es ist auch schwierig, das immer 100% zu treffen und so, aber an sich ist es eigentlich easy. Diese Lippenbewegungen bei einem Cartoon-Charakter, die werden teilweise anders animiert, je nachdem, welche Sprache das ist. Das heißt, die haben quasi für den Mund, zum Beispiel für ein B machen die so oder für ein O, also so ein richtiger O-Mund quasi und dann wird das quasi draufgesprochen, da musst du schon drauf achten, mittlerweile, weil ja die Animation viel besser geworden ist. Damals war die Animation nicht so krass, da war halt einfach nur und der Mund hat sich irgendwie bewegt und du warst quasi so, hey Spongebob, bla 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 bla. Hast du quasi einfach draufgebabbelt, sodass während der den Mund bewegt, hast du halt geredet, so auf die Art. Schwierig ist es, oder stelle ich es mir auch vor, bei Menschen, die Englisch sprechen und du das auf Deutsch machen musst. Dafür gibt es dann auch richtige Regisseure und Übersetzer extra dafür, die dann quasi zusehen, dass der Satz sinnmäßig derselbe bleibt, muss aber komplett andere Wortwahl sein, weil es sonst nicht reinpasst, weil Deutsch hat mehr Wörter als Englisch. Das heißt, 100 Wörter im Englischen sind locker 130 Wörter im Deutschen. Ach, verrückt. Und das sind safe 20 Sekunden mehr, bla bla, oder 10. Das heißt, diese Sätze werden quasi runtergebrochen und werden quasi auch so gemacht, dass das mit den Lippenbewegungen hinkommen könnte. Und der Sprecher, das ist eigentlich gar nicht dann so schwer, das kann jeder für sich einfach mal üben. Du musst einfach nachbabbeln. Du hast die ganze Zeit quasi Takes und es funktioniert so, du hast einen Fernseher und da läuft dann quasi so eine Linie runter, so 3, 2, 1, Action. Und bei Action kommt dann immer so eine Szene. Zum Beispiel, aber immer nur eine. Das heißt, du sprichst da nicht irgendwie eine ganze Serie durch und immer wenn du es verkackst, wird es neu aufgenommen, sondern eine Szene nach der anderen. Ich hatte vorhin das Beispiel gemacht mit Vicky und den Wikingern oder wie auch immer die heißen, Vicky und seine starken Männer oder so. Und der Vater von Vicky, Vicky ist übrigens ein Typ. Wusstest du das? Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mich schon oft gefragt, aber ist ein Typ. Ja, gibt es verschiedene Indikationen. So heißt der kleine Held. Hey, hey, Vicky, die Wiking zuerst. Ja, das kann sein. Ja, ich habe das nie geguckt. Groß, glaube ich. Ich habe das geguckt und eine der großen Fragen meiner Jugend ist, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Soll ein Junge sein, ja. Auf jeden Fall, der Thilo Schmitz, Geisteskrankestimme, der spricht Kater Carlo, der ist die Off-Stimme von ProSieben, der spricht aber auch den Vater von Vicky. Und da gibt es ein tolles Video zu, das kann sich jeder mal anschauen auf YouTube. Da proben die das quasi und er spricht dann auf die Lippen, das ist mein Sohn. Und dann nochmal, das ist mein Sohn und wiederholt das quasi die ganze Zeit. Und das, ja, muss dann halt lippensynchron sein, aber es ist gar nicht so schwer. Wenn man das einmal geübt hat, manchmal nehme ich mein Handy, so just for fun und sage mal so, ey, komm, lass mal hier was auf dich drauf synchronisieren. Dann redet die Person und sagt sowas wie, hey, Leute. So mache ich dann, die Person macht. Und ich spreche das quasi drauf. Ja? Ja, nice. Und dann ist es quasi gleichzeitig und so. Und da habe ich auch ein Video auf TikTok zum Beispiel mit einer Kundin von mir. Das ist schon witzig. Vor allem, wenn du es mit einer Frau machst oder so und dir dann so eine tiefe Stimme hat. Das fand ich, aber es ist gar nicht so schwer. Das sieht auch richtig gut aus, selbst wenn es nicht so synchron ist oder so. Es sieht trotzdem, es kommt real rüber, weil durch dieses Fernsehen und Audio und so, du weißt ja eh nie. Also der Mensch hat einfach eine gute Auffassungsgabe, das irgendwie auszublenden. Deswegen funktioniert es auch so gut. Weil sobald du einmal drauf achtest, kennst du das? Wenn du einmal drauf achtest, wie die Mundbewegungen sind und du hörst zu, dass es irgendwie dann so irgendwie nicht mehr passt. Ja, ist ganz furchtbar. Ich war als Ausmaßschule in Amerika und als ich dann wieder zurückgekommen bin, konnte ich keine englischen, deutsch-synchronisierten Filme mehr gucken, weil das einfach überhaupt nicht mehr passt. Da passen die Stimmen ja auch nicht, weil man kennt dann die originalen Stimmen und es sieht halt total verrückt aus. Wenn man dann wieder ein bisschen in Deutschland ist, dann hat man sich daran wieder gewöhnt, dass es so ist. Aber lustigerweise sprechen ja auch die Schauspieler, wenn die live aufnehmen, viel natürlicher. Die sprechen ja nicht mit diesen Sprecherstimmen, sondern die sprechen halt ganz normal, wie wir halt sprechen. Und wenn die dann synchronisiert werden, ist die Tonalität oder die Stimmmelodie eine ganz, ganz andere und manchmal so sehr, sehr übertrieben, weil man spricht als Sprecher ja scheinbar extrem übertrieben, um die Emotionen reinzubringen. Aber wenn wir jetzt sprechen, spreche ich nicht extrem. Ich kann es nicht nachmachen, aber übertrieben, sondern halt normal, denke ich. Ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ja, deswegen sind halt deutsche, deutsch-synchronisierte Hollywood-Filme immer ein bisschen komisch, wenn man normalerweise auf Englisch guckt. Das kann sein. Deutschland ist tatsächlich aber auch Synchron-Weltmeister und wir machen das auch am allerbesten. Okay. In Polen zum Beispiel gibt es einen einzigen Synchronsprecher für alles. Der spricht alles. Der spricht die Frauen, der spricht die Kinder, der spricht einfach alles. Jede Serie, jeden Film. Also mittlerweile ist es anders, logischerweise. Aber damals war das so. Die Stimme kennt auch jeder. Ja, nice. Ja, krass. Aber in Deutschland, Deutschland hat geile Stimmen, geile Produktionsverfahren, ultra high quality. Das ist schon richtig krass. Das ist schon richtig geil. Nicht so schwer, wie man denkt. Das ist halt eine Komponente. Das ist halt aus mehreren Dingen so. Du brauchst eine coole Stimme vielleicht, die muss passen. Du musst ein guter Schauspieler sein, gut sprechen können und da musst du es auch noch Synchron treffen. Aber wenn du das hinkriegst, ist ja alles Übungssache. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, spannend. Spannende Welt, lieber Patrick. Wirklich spannende Welt. Wie das so alles funktioniert. Auch eine krasse Geschichte, die du da für in deinem Leben erlebt hast. Krasser Pivot, könnte man sagen. Ja. Ja, und Respekt dafür, was du so aufgebaut hast mit 25 Jahren. Danke. Früher war es ja immer so, dass man so traditionell, wenn du halt, keine Ahnung, Industriekaufmann gelernt hast, das war ein normaler Beruf. Heute kann man dank Internet auch Synchron oder Sprecher lernen. Das ist auch immer wieder ein Beruf. Aber früher war es halt so, dass die alten Menschen, du musstest halt quasi mindestens mal 30 sein, um überhaupt irgendwas zu melden zu haben. und jetzt führst du halt mit 25 Jahren ein Unternehmen und Leute, die professionelle Sprecher sind oder werden wollen, fragen dich im Rat, was ja irgendwie tief ironisch ist und eigentlich verrückt. Aber so ist halt die Welt, ne? Ja, es ist verrückt. Das ist richtig, ja. Und es fühlt sich auch total verrückt an, muss ich sagen. Teilweise auch surreal irgendwie. Also ich laufe teilweise wirklich. Ich habe damals, als ich mein Auto dann hatte, ich hatte das Gefühl, ey, nicht, dass in so ein paar Sekunden irgendwie das so wegpufft und ich sitze wieder im Honda Civic. Im blauen Blitz. Das war ein blauer Honda Civic. Der blaue, so schlimm war er wahrscheinlich nicht. Hm, geht, war okay. Aber, ja, das ist schon alles verrückt, aber es ist geil und deswegen ermutige ich auch die Leute immer, dass die aus sich was machen sollen, auch wenn sie denken, sie kriegen es nicht hin. Und auch wenn, weil das so darf man gar nicht denken und man muss immer, man muss immer, man muss optimistisch und positiv sein. Sonst hätte ich nie laufen gehen können, laufen lernen können neu. Sonst wäre ich nie aus dem Rollstuhl gekommen. Sonst hätte ich mir das nie aufbauen können, was ich mittlerweile an mir aufgebaut habe und was ich dadurch mache. Und wenn man, wenn man die ganze Zeit irgendwie negativ ist und sich dabei ertappt, sollte man sich mal fragen, warum das ist und was man daran ändern kann. Und sich einfach mehr Sachen trauen auch. Trauen ist ganz wichtig. Ich meine, bei dir zum Beispiel, du gehst ja kämpfen, da musst du dich da immer wieder überwinden. Ja, aber ich kämpfe nicht mehr aktiv. Ich habe einmal richtig gekämpft gekämpft, aber es ist halt immer noch, ich habe vor jedem Sparring halt Angst. Da geht es aber nicht darum, den anderen auszunocken, aber da kann man auch schon mal sich halt, man könnte theoretisch auch ausgenockt werden, aber es ist halt immer noch die Angst, die das Ganze halt auch spannend macht, wenn es halt zu langweilig werden würde. Aber es wird halt nie langweilig, wenn dir einer auf die Zwölf haut, tut das einfach immer weh. Und dann ist es ja neben dem Schmerz noch diese, der hat mich jetzt gekriegt und der hätte nämlich nicht kriegen sollen. Der sportliche Wettkampf ist halt nicht nur, ich habe ein Tor kassiert, sondern Tor gleich automatisch Schmerz und der Schmerz geht nie auf Null. Und ja, das ist schon, ich glaube, es ist ganz wichtig, was ist ganz wichtig? Mir ist wichtig, immer wieder mich Herausforderungen zu stellen, und irgendwie was zu machen, was schwierig ist. Und jeder hat so sein eigenes Ding, was ihm halt Spaß macht, was halt schwierig ist. Cool, lieber Patrick, ich danke dir ganz herzlich. Hast du neben deinem sehr erkennnisreichen Schlusswort noch ein weiteres, etwas, was du sagen willst, bevor wir raus sind? Ich glaube, es war sehr, sehr viel und bevor ich wieder anfange und mich in den Worten verliere, erlöse ich gerne auch die Hörer und die Zuschauer. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend, das mal wieder aufzuarbeiten, dieses ganze Thema, weil ich da doch tatsächlich gar nicht mehr so drauf achte, sondern mehr im Jetzt lebe und ich auch abschließen musste. Man merkt wieder, wie ich anfange. Keine Sorge, ich hole dich zurück. Ich hole dich zurück. Alles gut, also ich habe auch gemerkt, wie ich abschließen musste mit dieser Zeit so ein bisschen, um ein neues Leben anfangen zu können und trotzdem ist es ein Teil von mir und jeder, der unglücklich ist mit seinem Leben, sollte was draus machen und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Nice. Patrick, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich stimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020